Bewegtbild-Banausen Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt. Bewegtbild-Banausen Ja, genau die. Oder wie der Vater von türkischen Kindern uns nennt. Bewegtbild-Banausen Oder einfach die Bewegtbild-Banausen. Oder einfach die Bewegtbild-Banausen. Yes. Bewegtbild-Banausen 2023, ladies and gentlemen. Ja, nochmals Happy Noir. Ja, nochmal herz. Das mache ich jetzt das ganze Jahr. Einfach frohes neues Jahr wünsche ich. Nee, aber ich glaube, den Januar über geht das klar. Ja, ich denke auch. Da ist das Jahr noch frisch. So, Gäste ist wieder fit. Live vor Ort. Ja, also ein bisschen Hals ist noch. Bisschen Hals, wenn ich noch anders bin. Bisschen Hals. Ja, ist noch ein bisschen Hals. Hättest du was gesagt, hätte ich dir einen Tee gemacht. Trockner Hals. Hast du auch Salbei-Tee? Mir wurde gesagt, dass Salbei-Tee wohl der beste Tee ist gegen Hals. Müsste ich nachgucken. Wüsste es jetzt nicht, aber könnte sein, sagt er. Ja, ja. Na guck mal, ihr habt eine Auswahl. Ansonsten, also Salbei habe ich da. Vielleicht können wir da auch was kredenzen. Du bist ja Salbei-Tee. Kannst du auf dem Salbei-Blatt rumlutschen. Okay, das geht natürlich auch. Ja. Mir das schmeckt. Wegen einer Wette habe ich schon mal ein Lorbeerblatt gegessen pur. Das hat scheiße geschmeckt. Gehe ich von aus, ja. War nicht gut. Aber man war jung. Siehst du, bist du doch der Typ, der sich zu solchen Wetten hinreißen lässt. Ja, ja. Second Jan mit Wasabi und so. Second Jan und ich, wir wären dicke gewesen. Ah, okay, okay, okay. Kann ich nachvollziehen. So, jetzt haben wir den ersten Gast des ganzen Jahres am Start. Und das ist jemand, der war noch nie bei uns. Ist doch geil. Des ganzen Jahres. Tust du, als wären wir gerade schon wieder im Dezember und hätten noch keinen Gast gehabt. Und jetzt endlich den ersten Gast. Das wird auch die beste Episode mit Gast dieses Jahres bisher werden heute. Wage ich mal zu prognostizieren. Wir freuen uns sehr. Ist geil. Jetzt hast du so die Erwartungshaltung mal Richtung Null gedrückt, ey. Aber es ist schön. Es ist weniger Druck für unseren Gast. Sonst drückt Lee meine Erwartungshaltung mal runter, muss ich dir dazu erzählen. Ah ja? Weil ich bin ja bei denen, der sagt, ach komm, immer hier Superlativen und höher, schneller, weiter. Und Lee sagt dann immer, naja, langsam mit den Pferden. Und jetzt sagt er hier, ich drücke die Erwartung runter. Ey, nee, nee, also heute, ich freue mich sehr, weil ich finde das immer spannend, wenn man irgendwie neue Leute da hat. Definitiv. Und ihn hatten wir noch nicht da bis jetzt. Aber das heißt nicht, dass die Leute ihn nicht kennen. Denn er wurde schon rumgereicht wie eine Straßenhure in diversen Podcasten. Wir haben endlich mal die Berliner Schnauze Tom aus Bullet & Fist hier am Start. Schönen guten Tag. Nee, jetzt muss ich gleich mal dazwischen grätschen, weil da würde nämlich meine erste Frage hingehen. Das heißt nämlich Bullet & Fists. Mittlerweile heißt es Bullets & Fists. Erstmal einen wunderschönen guten Tag in euren Gehörgängen, liebe Leute. Einen wunderschönen guten Tag. Hi. Hi. Ja, ich bin auch sehr billig, um auf den Witz mit der Straßennote nochmal einzugehen. Somit immer wieder gerne. Und ihr könnt mich alle anreden, Samstag gibt's Rabatt. Gut zu wissen. Ja, es heißt Bullets & Fists, weil wir haben uns jetzt neu sortiert und sind jetzt ins Plural gegangen und mehr geworden. Und ja, da komme ich her und wie läuft es hier ab? Muss ich mich jetzt wie vor so einer kleinen Klasse vorstellen? Oder wie hätte das denn gerne? Genau, ich bin der Neue in der Runde. Ich muss mich mal vorstellen. Nee, mich hätte einfach erstmal interessiert. Also erstmal total entspannt. Du musst gar nichts. Du kannst machen, was du willst. Aber warum das und? Also weil Gets hat ja jetzt Ant gesagt. Warum Bullets jetzt und Fists? Weil wir klarstellen wollten, dass das was Deutsches ist. Okay. Nee, weil ich das ganz schlimm finde, wenn sich deutsche Podcasts oder generell deutsche Projekte so cool englische Namen geben. Das hat so was von so einer 90er Atmosphäre. Und wie wir wissen, waren die 90er zwar irgendwie cool, trash, aber das Wort trash kommt aus dem cool auch nicht raus, wenn man davon redet. Deswegen wollte ich unbedingt das und drin haben. Und weil es einfach ein bisschen campy und irgendwie falsch klingt. Und wenn irgendwas bewusst falsch klingt oder aussieht, bin ich irgendwie meistens Fan davon. Und das und ist ausgeschrieben, ja? Weil in meiner Erinnerung war das immer so ein Zeichen, so ein und Zeichen. Nee, ist ausgeschrieben. Nee, ist ausgeschrieben. Okay, gut, dann. Wie hätte ich das sonst auf Deutsch interpretiert? Vielleicht habe ich da unterhalten. Ich bin ja hier zu spät gekommen. Deswegen hast du dann vielleicht ein paar Infos gekriegt, die ich nicht hatte. Ja, Gäste ist zu spät gekommen. Ja. Total unprofessionell. Heute Zeigefingertag. Gäste ist krank, Gäste ist zu spät gekommen, Gäste ist ein Arschloch. Nein, Gäste ist wieder gesund, weil... Ja, das wurde leider auch schon mehrfach etabliert. Okay. Ja, haben wir den Teil geklärt. Okay, also Bullets und Fists. Genau, Bullets und Fists. Richtig, und das war mal eine andere Besetzung und dann ist da irgendwie, das Konzept hat sich geändert und die Uhrleute waren nicht mehr dabei oder einer von denen oder wie lief das da ab? Genau, eigentlich hatte ich das mit dem Markus Köhler gemacht, der jetzt den Erstkontakt-Podcast macht. Hier mal ein bisschen Schleichwerbung, denn er ist noch eine größere Nutte als ich. Klar. Muss man einfach mal so sagen, also auch von der Anatomie her und ja, der hat mich irgendwann überrascht und hat gesagt, du pass auf, ich hab da keinen Bock mehr drauf, muss man einfach mal so ehrlich sagen und dann halt ganz schnell überlegt, okay, wie kann ich das anpassen, wie hab ich Bock drauf, wie kann ich mir Arbeit abnehmen und deswegen waren wir dann nicht mehr zwei, sondern zuerst vier und sind jetzt ganz frisch erstmal wieder drei mit wahrscheinlich denn aber rotierendem Gast auch, ja. Und diese drei immer am Start oder schon so wechselnd? Nee, nee, wechselnd, also das merkt man auch an der Auswahl der Filme dann zum Beispiel mit einem, der jetzt aber raus ist, hatten wir zum Beispiel einmal im Monat immer einen Uwe Boll-Film genommen, weil wir mitbekommen haben, dass die, ja die Reviews oder generell das allgemeine Bild von Uwe Boll-Film immer nicht der Realität entspricht, sondern eher die Filme, die von ihm am meisten bekannt sind, eher ins Zentrum des Interesses rücken und die, die nicht so bekannt waren, tatsächlich sehr viele Punkte haben. Aber die sich zu diskutieren lohnt und die auf jeden Fall intelligentere Punkte inbegriffen haben, die man von ihm nicht erwartet, wenn man sein allgemeines Bild eben von einem Uwe Boll so wahrnimmt. Und das hat uns gestört, deswegen Film für Film jeden Monat einen Uwe Boll-Film. Und die Anne, die dabei ist, die Anne Autenrieb, da ist das Coole, dass sie gar nicht so viel kennt. Also wir sind ja richtig damit aufgewachsen, wir haben uns jeden Schrott drin gezogen, heute noch jedes, kein Videothekenregal, kann zu tief sein, wir bücken uns, wo es nur geht. Wobei Videotheken, hat Berlin noch eine Videothek? Nur so kleine, ein bisschen halb private, ne? Vereinzelt sehe ich nochmal, wo eine Videoholt-Filale und so und irgendwie Ausverkauf, Hermannsstraße und Co. Also so vereinzelt habe ich noch zwei, drei Videotheken gesehen. Und da ist es dann natürlich schön, dass wir uns dann Filme aussuchen, wo sie dann sagt, okay, die kenne ich noch ja nicht. Meistens kennst du immer so die ersten Teile und die Fortsetzung dann nicht. Zum Beispiel bei der Rocky-Reihe oder Terminator oder sowas, um mal die ganz Großen rauszufischen. Genau, und dann ist noch der Daniel Goris dabei, der ja für die Deadline zum Beispiel auch arbeitet, der Kinobetreiber ist. Das wirft nochmal natürlich ein ganz anderes Bild. Da hat man immer aus erster Hand Eindrücke, wie laufen Filme, wie ist Publikum? Und da öffnen sich auch ganz andere Augen mal, die ich so nicht wahrgenommen habe, was im Kino manchmal abgeht. Gerade jetzt bei Smile und Rheingold war das halt extrem, was da teilweise abging, ne? Ja, Mann. Und mit dem nimm ich dann gerne so, ja, so, wie sagt er immer, so seine schwitzigen, ranzigen Filme und da habe ich auch sehr viel Spaß dran. Die hinteren Ecke in der Videothek. Richtig, wo die Spinnenweben schon langsam hängen und man so ein bisschen wegwischen muss. Ja, er hat ja wiederum auch eine Menge, so wie du, auch mit unseren Kumpels von den Filmfressen gemacht und die kollaborieren ja auch immer wieder. Genau, Manu, Peter, auch ganz dicke Freunde, Grüße an der Stelle, super Leute. Das ist dann wahrscheinlich die Deadline-Connection unter euch. Genau. Coolio. Ja. Das gefällt mir, das wird lustig. Hast du noch irgendwelche Fragen an unseren Gast? Lieblingspferd? Noch nicht, nee. Das mache ich dann im Verlauf. Hat er einen Führerschein? Hast du einen Führerschein? Tatsächlich nicht. Hast keinen Führerschein? Das ist der Running Gag in meinem Leben. Ich habe schon dreimal angefangen und immer kam irgendwas Krasses oder finanziell Intensives in mein Leben, wo ich gesagt habe, oder irgendeine Krankheit oder irgendwas musste operiert werden, wo ich jedes Mal dachte, wollt ihr mich jetzt langsam verarschen hier? Und deswegen ist das so ein absoluter Running Gag. Ja, Führerschein machen. Dreimal angefangen. Ja, ja. Einmal kam Augen-OP dazwischen, da habe ich mir die Augen lasern lassen. Einmal habe ich von heute auf morgen meine jetzige Wohnung angeboten bekommen und musste da dann natürlich auch gleich die Dings zahlen hier alle, nicht nur Miete hier, wie heißt das am Anfang? Kaution. Die Kaution, danke sehr. Die bezahlen, das war bei der Wohnung nicht wenig. Und das dritte Mal hat halt ein Freund aus dem Nichts auf einmal einen Schuldenberg gehabt und er wusste in der Weile halt gesagt, komm, hier hast du. Und ja, deswegen bin ich mal gespannt, was jetzt beim vierten Mal passiert, wenn ich dieses Jahr anfange, wer weiß, vielleicht fällt mir ein Bein ab oder so, man wird sehen. Mal gucken, was 2023 bringt. Wir hoffen es nicht. Wir drücken die Daumen. Ja. Es ist nie zu spät. Ach, ich komme ja auch so super klar. Ich wollte gerade sagen, in Berlin ist das, glaube ich, auch kein absolutes Muss, oder? Geht auch ohne. Nee, die ein, zwei Situationen, sage ich mal, ich verreise viel, da will man sich natürlich gerne eigentlich mal ein Auto nehmen und über irgendeine Insel fahren oder so, aber mein Gott. Stimmt schon. Ja, cool. Wollen wir nochmal erzählen, was wir am Sonntag in der Support-Episode da noch in trauter Zweisamkeit besprochen haben. Ja, das waren ganze vier Filme. Nee, waren drei Filme und eine Serie. Gut, hast du recht, natürlich. Hättest du Projekte gesagt? Ja, ist nur fair, hast du ja recht. Ja, ja, da hätten die auch dazwischen gegrätscht. Ja, die Serie ist nämlich Solos, über die hast du gesprochen und über Margaret. Dann habe ich über Raymond und Ray gesprochen und gemeinsam haben wir Aftersun besprochen. Ja, eine sehr ruhige, anspruchsvolle Supporter-Episode. Sehr ruhig war die, ja. Wenn wir euch da mal nicht überschätzt haben. Naja, ich meine so die Filmtonalität und die Serientonalität ist ja jetzt nicht... Ja, stimmt. Da ist kein Jackie Chan Film dabei. Ja, ja, ja. Ja. Ja gut, aber das... Die Woche davor war schon mehrer Daumen, Kick-Ass und Harry Potter und weiß ich nicht. Das stimmt. Aber da wir das ja nie planen im Vorfeld... Kann das mal so, mal so werden, das stimmt. Ja, eben purer Zufall. Und da wir das mit den Gästen ja auch nie planen, sondern sehr spontan entscheiden und manchmal ist es so, wir rezensieren dann irgendwelche Filme, die wir gerade sowieso zufällig gesehen haben oder irgendwelche Serien, die wir auf dem Schirm haben. Und manchmal, zumindest bei mir ist es so, bringe ich auch extra einen Film mit, weil ich weiß, dieser Gast kommt in diese Episode. In dem Fall, lieber Tom, habe ich mir gedacht, das könnte seine Baustelle sein. Den kennt er bestimmt. Insofern bringe ich mir etwas aus den 80s mit, weil wir sind ja alles 80er-Fans und das ist ein Film, von dem du definitiv schon mal gehört hast. Ich habe jetzt bei Letterboxd extra nicht geguckt, ob du ihn gelockt hast. Okay. Bei die bin ich mir nicht sicher. Bei mir ist es ein ewig langer Rewatch fair. Also vor Ewigkeit mal gesehen in meiner Jugend und jetzt mal wieder gerewatcht. Und... Jetzt habe ich ein bisschen Angst. Ich auch, die Spannung ist so ein bisschen... Ja, pass auf. Ja. Also, es gab 1987 einen Film, der eine ganze Welle solcher Streifen losgetreten hat. Zum Beispiel Dangerous Minds später, 817, Highschool High. Und gerade zwei Jahre später... Das ist geil, dass Dangerous Minds und Highschool High im gleichen Satz nennt man. Ich weiß, was kommt. Und gerade zwei Jahre später kam ein richtig dreistes Rip-Off namens Lean on Me, der im Deutschen übersetzt wurde mit Der knallharte Prinzipal. Mit Morgan Freeman, den habt ihr bestimmt auch gesehen, oder? Mark Freeman. Kennst du den? Lean on Me, sag mir was. Also gesehen halt definitiv nicht. Ich probiere gerade das Cover hinzukriegen. Den habe ich auch damals gesehen. Aber ein Film mit einer ähnlichen Prämisse und der, der für mich eigentlich das Original ist, ist ein Film mit James Belushi und der heißt Der Prinzipal. Einer gegen alle. Auf Englisch The Principal. Gesehen? Ein weiterer Running Gag. Danke. Ey, du triffst heute das Schwarze. Ach, wirklich? Wieso? Was ist da los? Den hat er viermal angefangen und nicht beendet. Einmal kam ein Kumpel gerade rein, wo er den gestartet hat und wollte Geld. Einmal hat er eine Leser-OP gehabt, da konnte er nicht gucken. Einmal der Videorekorder die VHS gefressen. Ich kriege von zwei Filmfreunden seit circa einem Jahr gesagt, ey, guck dir diesen scheiß Film endlich an. Du regst uns auf. Weil ja das Media Book rausgekommen ist und dann sollte ich mir den eigentlich holen, weil ich so was geil finde und alle, die daran teilnehmen und Louis Corsett Jr. ist ja noch dabei. Ganz genau, ja. Und ich hab ihn immer noch nicht gesehen und nicht gekauft. Das ist ... Ach, wie lustig. Ja. Ja, bei mir ist das Ewigkeiten her. Insofern können wir das hier als Erstsichtung fast schon betrachten. Aber die Prämisse und so das Genre und worum es hier geht, also dieses Strickmuster hatte ich natürlich im Winterkopf. Ich wusste schon, was mich erwartet und war geil. Alter, ich kenn den auch nicht. Du kennst den auch nicht? Nee. Okay, wie abgefahren. Weil du kennst ja die ganzen Nachfolger, die da gerade nicht aufgezählt haben. Ich zum Beispiel hab Dangerous Minds noch nicht gesehen. Oh. Mein Teil, der Film hier dann noch, hab ich hier schon mal wehen. Großartig. Ja, ich find den ja ein bisschen überbewertet. Findest du den überbewertet? Ja, ja. Ist ein 90er-Produkt, ne? Ja, aber schon wahnsinnig viel Pathos. Ja. So, boah. Ist halt die ... Aber Coolio. Ja, aber Coolio, ja. Und Schokoriegel, Mensch, Schokoriegel. Sie besiegt die Verbrecherkinder da in ihrer Klasse am Ende mit Schokoriegel. Also, mir gefällt wirklich jede Parodie auf Dangerous Minds, inklusive vor allem der South Park-Episode, wo Cartman halt im Endeffekt die Figur ist. Das gefällt mir alles viel besser als der Film. Aber du hast ... Ich find Dangerous Minds echt nicht so doll. Vor allem einen gerade angesprochen, der bei mir ganz, ganz weit oben ist und das ist 187. 187 mit Samuel L. Jackson. Ja. Und Method Man natürlich. Ja, natürlich. Aber schon ... Also, in all diesen Filmen tauchen unter den Schülern oder tauchen irgendwie krasse Leute auf, die später nochmal richtig groß geworden sind. Hier auch. Clifton Collins Jr., ne? Zum Beispiel, ja. Schon ganz witzig. So, Regisseur war Christopher Kane. Christopher, Entschuldigung. Christopher Kane. Und das ist der Regisseur von Young Huns. Ach. Und das ist auch der Regisseur von The Next Karate Kid, um mal einen weiteren nicht so geilen Film zu nennen auf seiner Filmografie. Das Drehbuch ist von Frank Dees. Frank Dees, andere zwei Credits, die sind zu vernachlässigen. Ansonsten nichts gemacht. Also wirklich nur diese drei Credits auf IMDb aufgerufen. Und wir haben Jim Belushi, damals noch James, als Rick Ledemar. Er spielt die Hauptrolle, ist Direktor einer recht normalen Highschool, bricht aber auch gerne mal die Regeln. Und der Film steigt ein, wie er mit seinen Kumpels in der Bar sitzt praktisch und einen kippt und die dumm quatschen und sich irgendwelche Frauen da ausgucken. Und dann ist Randale angesagt, weil seine Frau kommt in die Bar und er sagt schon zu seinen Jungs, siehst du, ich wusste, sie kommt zurück und so hin und her. Es war nur eine Frage der Zeit und jetzt taucht die hier in meiner Stammbar auf und so. Das Problem ist bloß, dass hinterher der Scheidungsanwalt mit ihr auch noch mit reinkommt, weil die daten gerade. Und es kommt, wie es kommen muss. Classy. James Belushi spielt eigentlich die gleiche Rolle wie immer, ob mein Partner mit der kalten Schnauze oder Red Heat. Er spielt immer den Typen, der auch gegen einen Fistfight nichts einzuwenden hat und der immer so ein paar Sprüche parat hat und hier rastet er dann letztendlich auch aus, demoliert erstmal das Auto mit einem Baseballschläger von dem Scheidungsanwalt und die kloppen sich dann auch, grün und blau, vor der Ex-Frau, weil sie datet quasi jetzt ihren Scheidungsanwalt und das passt ihm nicht. So, dann wird er mit blauem Auge und Flecken im Gesicht, wird er erstmal zum Direktor zitiert seiner Schule und denkt natürlich, alles klar, mach's kurz, gib mir die Kündigung und so, dann müssen wir uns hier nicht länger aufhalten. Und der Direktor sagt, nee, nee, es gibt keine Kündigung, weit gefehlt. Es gibt eine Beförderung. Ja. Geil. Wie hast du im Leben gegriffen, ey? Der Typ hat nämlich damals sich als Direktor-Posten empfohlen und hat da so eine Direktor-Posten-Bewerbung quasi eingereicht und die wird ihm jetzt erfüllt. Und der Direktor sagt ihm, pass auf, du wolltest doch Direktor werden, kriegst du. Problem, nicht hier in der Highschool, sondern in der Brandelle High. Und die Brandelle High ist halt Kriegsgebiet. Das ist ein Problemviertel, da sind Problemjugendliche, da herrscht Gewalt, Drogenhandel, kein Respekt vor Lehrern und er tanzt dann an, weil er sagt, okay, nach seiner Frau, nach dieser Geschichte, er braucht jetzt irgendwie wieder ein Erfolgserlebnis. Und deswegen nimmt er diese Herausforderung an, geht in diese Schule rein und es ist halt das, was man immer sieht in diesem Film. Also es ist halt überall, überall herrscht komplette Anarchie, keiner hört auf die Lehrer, weißt du, jeder kommt und geht, wie er Bock hat und Drogen werden halt mit den Schulgängen gehandelt und da sind so die ganzen Latino-Gangs und irgendwelche Leute. Es wird auch nicht weiter beschrieben, wo das Ganze spielt, also es sieht schon sehr nach L.A. aus. Es wird definitiv Kalifornien sein, gedreht worden in Oakland. Okay. Aber, ja, du siehst halt diese Latino-Gangs und irgendwelche schwarzen Kriminellen und dann auch so weiß Drogendealer und weiß ich was alles, also so ein Schmelztiegel aus bösen Buben. Der Sicherheitschef Jake, gespielt von Louis Gossett Jr., der steht in Adler himself oder Drax spielt er auch mal ab und zu gerne, ist so ziemlich der Einzige, der sich überhaupt so zu den Schülern traut, der so in die Schulgänge geht, weil die anderen Lehrer, die verziehen sich so in ihr Lehrerzimmer, weißt du, gehen nur raus irgendwie, wenn die unterrichten müssen und ansonsten halten die sich da fern und sagen so, lass die mal machen, so, weißt du, die Wölfe sollen mal unter sich bleiben. Und er ist so ein bisschen, der versucht immer Streitereien halt auseinander zu ziehen und so und er geht auch schon mal dazwischen, ehemaliger Footballer natürlich, wird auch nochmal etabliert. Und Rick Lettimas neues Motto, was er dann ausruft, als er alle in so einer, in dieser Schulaula versammelt, die sich dann irgendwie alle hinsetzen und denken so, was ist jetzt los, was ist für eine Versammlung und natürlich endet das im kompletten Chaos, in einer Massenschlägerei. Und er stellt sich vorne hin und sagt so, ich weiß, wie ihr bis jetzt hier diese Schule geführt habt, ihr habt Drogen gehandelt, ihr habt das. Mein Motto ist, no more. Und diese zwei Worte, no more, versucht er durchzusetzen in dieser Schule. Voll der Trump, Alter. Ja. Geiler Typ. Und die scheißen aber drauf. Die sagen so, was für no more. Und am wenigsten beeindruckt ist ein finsterer Gesellner namens Victor. Und dass der, der besonders böse ist, das sieht man auch, indem der in dieser Aula dann plötzlich so die Tür aufreißt und dann so den Gang langläuft mit seinem kompletten schwarz gekleidet, langen Ledermantel und so. Und das ist ein ganz böser Bube. Und der dealt unter anderem, der vertreibt die Drogen, die an der Schule da irgendwie vertickt werden und holt die dann von seiner Gang. Und der hat diesem Direktor, Rick, dann definitiv den Kampf angesagt. Und dann entsteht so eine Fehle zwischen diesen beiden, wenn er versucht, die Schule da so ein bisschen normal zu führen. Also ist er sowas wie der Antagonist? Er ist so, also eigentlich sind viele Antagonisten dabei, weil er hat natürlich auch so seine Schagen um sich, aber er ist sowas wie der Main-Antagonist. Ja, kannst du schon sagen. Okay. Der ist auch nicht rehabilitiver, um es jetzt mal ein bisschen zu spoilern. Also das ist jetzt keiner, wo du sagst, der ist jetzt auf die schiefe Bahn geraten, so hier Good Will Hunting und mit ein bisschen Guidance und so weiter wird es schon wieder. Sondern der ist verloren. Der ist einfach, der ist kriminell. Steckt da ein bekannter Name hinter? Du hast die Fresse schon mal gesehen. Ich habe mir jetzt den Namen nicht aufgeschrieben, aber die Fresse hat man definitiv schon mal gesehen. Der hat später bei Sugarhill gespielt und so. Also das Gesicht hat man schon gesehen. Er spielt immer auch so böse Bösewichte, aber jetzt keiner, den man jetzt kennen könnte. Okay. Aber zwischen den Schülern hat man ein paar bekannte Visagen, die man da sichten konnte. Natürlich alle noch sehr jung. Esai Morales zum Beispiel kenne ich. Das ist der Bruder in La Bamba von Richie Valance oder habe ich jetzt auch noch in Ozark und so gesehen. Also spielt jetzt auch viel Serien. JJ Cohen spielt einen weißen Drogendealer. Das ist der Co-Regisseur von Back to the Future von Robert Zemeckis. Der steht hier vor der Kamera. Und Jakob Vargas, den kennen wir auch aus Sons of Anarchy, aus Traffic. Das war dieser Joker in Next Friday, den wir neulich mal hatten. Ja, Mann. Und hier natürlich auch noch super jung und voll das Babyface. Und ist schon sehr witzig, weil die waren alle noch so in ihren Kinderschuhen. Und eine Lehrerkollegin von Rick wird gespielt von Ray Dawn Chong, die wir natürlich aus Phantomkommando kennen als Stuart ist. Ach, sie ist das. Da hat Red Heat-Kollege James Belushi, ja, haben sie beide mal mit ihr ein bisschen rumgeflirtet in verschiedenen Filmen. War ja auch ganz interessant. Die spielt hier auch mit. Aber erfrischenderweise, wieder Spoiler, entsteht hier keine eigentliche Liebe. Also hier gibt es keine, wie zu erwarten. Du denkst, okay, die beiden flirten ein bisschen miteinander. Es gibt eine Sexszene früher oder später. Wir sind in den 80ern. Gibt es nicht. Okay. Die kommt hier zumindest nicht. Sondern das ist mehr sowas wie eine Freundschaft tatsächlich, wo das Ganze dann hinführt. Ja, das ist der Prinzipal. Einer gegen alle. Und er folgt natürlich diesem gewissen Strickmuster, den man schon in tausend anderen Filmen gesehen hat. Aber fairerweise muss man hier sagen, das ist schon einer, der das Rad damals relativ neu erfunden hat. Weil die Filme, die danach kamen, die haben sich hier schon einiges abgeguckt. Und das ist natürlich nichts Neues, was du hier siehst. Weißt du, du hast es schon tausendmal gesehen in irgendwelchen Filmen. Und es verläuft in ähnlichen Bahnen. Also, du hast natürlich nicht diesen konservativen Direktor. Er ist auch mit dem Motorrad natürlich ständig unterwegs. Weißt du, was dann auch erstmal zerschrottet wird. Und er wird natürlich erstmal in seine Schranken gewiesen. Und dann zweifelt er an sich selbst, ob er sich denn da ein bisschen zu viel zugemutet hat bei diesem Job. Aber letztendlich versucht er diesen Bösen und dieser Gewalt in dieser Schule da die Stirn zu bieten. Aber hat er denn auch klischeehaft so eine schön geile Vietnam-Vergangenheit? Also, wo hat er denn seine Fähigkeiten her, sag ich mal? Ist er einfach nur ein knallharter Typ? Nee, der ist so ein Straßenkämpfer halt so. Also, der kriegt doch schon übelst auf die Fresse und wird da doch abgestochen und so. Also, der ist jetzt nicht so ein Action-Star, dass er sich jetzt hier so durchprügelt, sondern, ähm, also er ... Aber gibt's hier denn überhaupt einen Fokus auf Action wirklich? Also, wie gesagt, in der Schule herrscht komplette Anarchie, insofern, das ist, äh, egal wo du da hingehst, da sind ständig Schlägereien zwischen irgendwelchen Leuten und, äh, ständig bricht irgendwas aus, auf Klo werden irgendwelche Drogen gedealt und so, also es ist, da passiert schon einiges. Aber ist jetzt so eher Action ohne große Choreografie? Also, du hast eher den Fokus so auf Action, da bewegt sich ständig was, aber ist jetzt nicht so, dass er mit dem Baseballschläger auf den Gang geht und sagt, hier, der Nächste und hier, der weg und hier. Ja, das Finale geht schon so in die Richtung, weil, ähm, okay, macht er den Oldboy. Ja, beim Finale verbarrikadiert er und Louis Gossett Jr. als Sicherheitschef barrikadieren sich in der Schule ein. Ja. Und der Showdown ist dann, dass die, äh, dass die Schergen von, äh, wie heißt der hier? Von Victor. Drehst du hier das Ende, Alter? Dass die Schergen von Victor dann versuchen natürlich dann in die Schule einzudringen und, naja, das ist praktisch, ich sag ja nicht, wie es ausgeht. Super. Ja. Erzähl dir mal kurz, was im Showdown passiert. Ja. Tom hat gefragt. Ja, ja, alles gut. Ich hab gerade den, den Satz auf dem Plakat gelesen, das, finde ich, lässt schon ziemlich tief blicken. At a high school where the students major in Arson, Extortion and Assault, the new principle and the head of security just might be crazy enough to turn things around. Geil. Sehr schön. Äh, so Klischee, aber irgendwie, ja, abgefahren, ne? Ja, atmet halt die 80s und passenderweise waren die Hells Angels hier an Securities zuständig. Dem wurde auch gedankt dann im Nachspann, so von wegen, ja. Okay. Das war auf jeden Fall auch eine Ansage, wo ich dachte, cool. Hast du ja öfter gehabt, ne? Bei Mad Max zum Beispiel war das ja auch so. Ach, da war es auch so? Ja, ja. Ja, die wurden auch mal angeschickt. Leute, die die Connection haben in dieser Gegend, weißt du, zu den, zu den ganzen Gangs und zu den Leuten, die da so Böses vorhaben und so waren. Wir hatten das doch auch gerade bei, bei Predator 2 war das doch auch so ein Ding, dass die Gegend, in der die gedreht haben, voll von Gangs war und dass die beraubt wurden und irgendwie dann Leute engagieren mussten, die mit denen irgendwie cool sind. Hätten sie mal gleich die Hells Angels genommen. Aber es ist natürlich interessant, ob man mal nachverfolgen kann, ob der Prinzipal, ich liebe dieses Wort auf Deutsch, ne, das ist so richtig, einer der wenigen Wörter, das willst du ja nicht auf Englisch denn sagen. Aber findet das denn Verwendung in Deutsch? Nein. Also nur in Filntiteln, weil der knallharte Prinzipal findet ja wieder den Titel so. Aber der knallharte Schuldirektor klingt aber wirklich scheiße, oder? Klingt nach so einem Vin Diesel Film für Kinder. Vin Diesel oder hier so. Dwayne Johnson. Ne, wie heißt der hier, dieser deutsche Schauspieler aus den 60er Jahren? Dieser deutsche Schauspieler aus den 60er Jahren. Na, der immer so, der immer Schuldirektoren gespielt hat. Ach so, Theo Ling. Theo Ling, genau. Der knallharte Schuldirektor Theo Ling. Und also, was ich jetzt interessant finde, hast du ja gesagt, 87 kam er raus? Dass man da schon, weil eigentlich in den 80ern ja die Ostküste eher dafür berühmt war, dass man die genommen hat, um das ganze Verbrechen und so zu zeigen. New York hat sich ja dann so gewandelt. Und dann kam er L.A., hat er genau das selber durchgemacht. Aber das wurde ja eigentlich erst Anfang der 90er so aufgegriffen mit Colors und so weiter, mit Sean Penn. Ja, super Film. Dass 87 da schon L.A. genommen wurde, um das so ein bisschen voranzutreiben oder aufzuzeigen. Vermeintlich. Wird nicht erwähnt, wie gesagt. Aber ... Ist nicht offiziell Schauplatz, ne? Nee, ist nicht offiziell Schauplatz. Es wird kein Schauplatz genannt. Diese Brandel High ist halt eine fiktive Schule. Aber es sieht halt danach aus, weil du halt viele Hispanos hast. Und ja, dieser Kulturenschmelz, die geht ein, hat es schon krass an so ein Los Angeles-Szenario. Aber finde ich tatsächlich ein bisschen interessanter, wenn du sagst, er ist jetzt ein normaler, leicht asozialer Straßenschläger. Also, ich weiß ja nicht, ob du hier mörderischer Tausch kennst, Hard Lessons und so mit Tom Barringer, dem Sniper, der da den ersten Teil gemacht hat. Tom Barringer kenne ich, aber den habe ich jetzt nicht gesehen. Da ist es genau so. Er kommt halt an die Schule und er war halt ein Vietnam-krasser Typ. Und dann hat er noch seine Leute von Vietnam von damals. Und die kriegen mit, dass an der Schule irgendein Obertyp da mit irgendeinem Riesendeal zu tun hat. Und jetzt muss er sich als Lehrer verkleiden quasi, verprügelt die Schüler mit Jojo-Tricks und so, weil er das in Vietnam, weil das ja mal eine Waffe war. Und du denkst dir so, boah. Wer hat dieses Drehbuch geschrieben? Und vor allem finde ich dann besser, ich meine, in den Nachfolgern davon war zum Beispiel Treat Williams, hat dann so fast dieselbe Rolle gehabt. Und beide sind halt keine Kämpfer. Und wenn du aber den Background hast, dass das mal richtig ausgebildete Special Marines irgendwie war, dann siehst du da irgendwelche alten Männer so mit Straßenfäusten zuschlagen. Und du denkst dir, okay, deswegen finde ich das mit Prinzipal eigentlich geiler, wenn du weißt, ey, das ist halt einer, der sich auf der Straße behaupten kann. Ja, der kennt halt Bar-Brügelein und so, weißt du, weil du siehst ja, dass er immer ausrastet und so, dass er so ein kleines Temper-Problem hat. Aber das ist auf jeden Fall kein Pfeiler. Und ganz ehrlich, Belushi, der rumschreit, ist halt geil, ne? Ja. Er ist wirklich ein ziemliches One-Trick-Pony. Er spielt halt immer wirklich den gleichen Charakter in Seidwürfe. Also damals zumindest. Ja gut, also hat 11 Millionen gekostet. Das war das Budget, hat fast 20 eingespielt. Ein bisschen was eingebracht an den Kinokassen ist aus dem Jahr 1987. Geht eine Stunde, 49. Und wenn ihr keine Fragen habt, würde ich jetzt den Punkten übergeben. Naja, wie fandst du den denn? Ja gut. Entschuldige, so offensichtlich war das nicht. Ich glaube, ich bin sogar eingestiegen damit, dass ich ziemlichen Spaß hatte mit dem Film. Also er fährt natürlich in geregelten Bahnen und... Überrascht einen jetzt nicht. Aber er ist kurzweilig und macht schon Spaß mit seinen Klischees. Okay. Alright. IMDb ist bei einer 6,3. Der Metascore rutscht in den roten Bereich. 37. Die Kritiker haben hier einiges aussitzen. Rotten Tomatoes 5,2. 3,4 gibt es vom Publikum. Letterboxd gibt eine 2,9. Alles nicht so prall. Der Prinzipal. Einer gegen alle. The Principal. Alright. Tom darf anfangen. Tom darf anfangen zu raten. Warte mal, jetzt bin ich wirklich verwirrt. Ich habe gedacht, wir müssen die Wertungen raten. Nee, wir müssen jetzt raten, was Gäste diesem Film gegeben hat. Ich habe jetzt von 1 bis 10 mit halben Punkten diesen Film bestimmt eine Punktzahl gegeben. Komm mal einen Ticken näher ans Mikro, bitte. Ja. Hast du noch ein Beispiel für mich? Da hinten ist einer. Da hinten. Ich sage eine 7,0. Mhm. Ja. Ist ein guter Tipp. Ich glaube aber, dass der höher sein könnte, weil er ja schon 80s sehr mag. Und ich kann mir vorstellen, dass du bei 7,5 bist. Ja, kommt wahrscheinlich hier unser Zusammenspiel wieder ans Tageslicht. Es sind 7,5 noch geworden für den Prinzipal. Aber guter Tipp. Nein, ich wusste halt nicht, wie viele ähnliche Filme du schon kennst und wie dein Kader so ist bei solchen Filmen. Also bei mir zählt in erster Linie mal der Spaß, den ich an einem Film habe. Weniger so, ob der jetzt gut ist als Film oder ob der jetzt krasses Wissen vermittelt oder so. An mir geht es darum, ob ich da eine gute Zeit habe. Komplett. Gehe genauso dran. Also das ist auch mal eine Diskussionsgrundlage, die ich sehr oft führe mit Leuten. Weil ein Film kann natürlich, klar, das ist natürlich ein bisschen Klischee und man kennt die Argumente, aber ein Film kann halt super scheiße sein, handwerklich, weiß man, kennt man. Ohne, dass er direkt Trash ist, sondern irgendwo da in der Mitte. Und trotzdem finde ich den halt total gut und geil, wenn er mich halt unterhält. Ja, eben, total. Wenn man Spaß damit hat. Also ich bin, was diese volle Punkte angeht, da habe ich schon mal eine Diskussion mit Manu gehabt. Das ist immer so eine Hemmschwelle, dass ich sage, auch wenn ein Film so Fez macht und wenn ich da richtig Bock habe, dann bin ich schon bei diesen acht Punkten oder so. Aber dass ich so einen Film zum Beispiel dann wieder zehn Punkte gebe, dann muss der schon das Rotumpaket sein. Dann sage ich schon, da muss schon alles stimmen. Also ich sage ganz klar, die höchste Wertung, die ich einem Film geben kann, der kann perfekt sein, ist immer so 8,5. Und ich glaube, die letzten anderthalb Punkte, das kann eigentlich nur irgendwas sein, was eine persönliche Note bei ihm anspricht. Naja. Wo ich dann sage, okay, der muss irgendeine Ausrichtung haben. Das ist aber gut zu wissen für uns jetzt auch, was das Punkteraten angeht. Ja, klar. Ja, nee, weil das ist eine wichtige Info, finde ich. Naja, zumindest mal, ja, das ist ja nicht, wie du tickst. Ja, weil ich bin da im Gegenzug sehr großzügig. Also ich gebe einem Film schnell mal zehn Punkte, wenn der mich in dem Moment halt zu 100 Prozent unterhalten hat und ich das rundum gut fand. Also ich bin ja auch bei Letterboxd jetzt seit drei Jahren, dreieinhalb Jahren, vielleicht auch schon vier. Und ich glaube, die volle Sternpunktzahl haben vielleicht fünf, sechs Filme. Wow. Also, weil das sind, wenn ich zehn von zehn gebe, das sind halt für mich dann perfekte Filme, wo ich nix dran zu meckern habe. Also das muss erst mal einer schaffen. Einen davon haben wir heute, Spoiler-Alert. Absolut. Ja. Ach so, ja, das weißt du von ihm. Ja, weil wir sind ja connected. Und insofern hätte ich das nachher noch gesagt, dass ich natürlich seine Punkte gesehen habe und er meine Punkte gesehen hat. Ach, okay. Was unseren gemeinsamen Film, die Fliege, angeht. Also das werden wir hier natürlich sagen, bevor wir raten, damit Lida auf der gleichen Basis ist. Weil die wiederum hat nichts rückwirkend gelockt, was seine Filme angeht, die er irgendwann mal gesehen hat. Nee, ich bewerte die auch nicht auf Letterboxd. Du bewertest die auch nicht. Insofern hast du da natürlich den Nachteil. Ist natürlich doof, wenn man so redet. Deswegen müssen wir da alle auf einer Basis sein. Alright. Aber jetzt erst mal zu Tom und bin gespannt, was du uns mitgebracht hast. Ja, ich auch. Ja, meinen absoluten Lieblingsfilm habt ihr ja schon durchgenommen. Das ist Warrior gewesen mit Tom Hardy und Joel Edgerton und Nick Nolte und vielen. Und hier, wie heißt er? Oh, wie heißt dein Trainer? Ist das schlecht? Frank Grillo. Frank Grillo. Den hätte ich natürlich sehr gerne sonst vorgestellt. Aber es gibt einen Film, der sich sehr, sehr lange mit Warrior gestritten hat um meinen persönlichen Thron. Und es ist kein Actionfilm. Es ist ein sehr emotionaler Film. Es ist ein Musical. Alter, was? Überraschung. Es ist ein zu Herzen gehender Film und auch ein politischer Film. Und umso mehr man sich mit ihm beschäftigt, einfach ein großer Fanfilm der Musikbranche der 70er. Es ist Across the Universe. Nein, du redest über Across the Universe. Ja. Alter, wie geil ist das denn? Das ist ja abgefahren. Eins meiner Lieblingsmusicals überhaupt. Hatten wir, glaube ich, auch schon mal kurz zum Austausch, oder? Wir hatten es kurz. Okay, wie lustig. Und ich hätte ihn aber auch so oder so genommen, weil es ist halt der, der lange Zeit, ich musste mich immer entscheiden und habe gesagt, irgendwann ist Warrior. Das habe ich jetzt natürlich nicht kommen sehen. Ja, das ist ein Herzfilm. Und den ist der Film, den ich auch am meisten in meinem Leben bisher gesehen habe, weil ich den eine ganze Zeit lang immer, wenn ich mal krank war oder wenn mal so ein leichter Melancholie oder Deprischub mal irgendwie in mein Leben tritt, dann lasse ich den immer als Dauerschleife während Sie eine laufen. Und dadurch habe ich den sehr realistisch, ich schätze wahrscheinlich schon 60, 70 Mal gesehen. Alter, was? Also bewusst gesehen auf jeden Fall 50 Mal, weil ich mal eine Zeit lang Strichliste gemacht habe. Okay, wie krass. Ich habe, glaube ich, keinen Film in meinem Leben 50 Mal gesehen. Nee, ich auch nicht. Also ich glaube, Warrior kommt schon sehr ran. Der dürfte irgendwo bei 30 liegen. Wow. Und Terminator 2 auch auf jeden Fall sehr oft. Was für Zahlen, ne? Ja. Und der, ja, machen wir, jetzt muss ich erstmal ein bisschen umswitchen, weil wir immer gar nicht so viel über die Story direkt reden. Mhm. Aber geht, also im Grunde will ich erstmal das Grundkonzept von diesem Film erklären, weil die Story an sich, wie sie da vonstatten geht, gar nicht so wichtig ist. Ähm, der Film ist ein, eine Hommage, eine Liebeserklärung größtenteils an die Beatles, aber auch an die Musiker drumherum, die da wichtig waren, wie Jimi Hendrix, wie Janis Joplin. Und will auch aufzeigen, was der politische Umbruch damals mit den Leuten gemacht hat. Ja. Und im Grunde jede Szene. Und ich spreche wirklich von jeder Szene, jeder Dialog, jede Location ist absolut überlegt von der Regisseurin und hat immer irgendwas mit den Beatles oder der Zeit oder irgendwas Bekanntem zu tun. Da gibt's keine Zufälle. Geht natürlich von den Charakternamen über zu Einzelsituationen. Der erste Auftritt, den man sieht, wo der Hauptcharakter mit seiner Freundin tanzt, wo der introduced wird, ist in dem Club, wo die Beatles das erstmal aufgetreten sind. Das ist derselbe Club. Also so, so fängt das an. Aber der drückt einem das gar nicht so entgegen. Also wenn du das Ganze weißt, ich bin großer Beatles-Fan. Ich hab zwei, drei Biografien von den einzelnen Leuten gelesen, von der Band an sich und kenne natürlich die meisten Alben. Und dann erkennt man das alles. Aber selbst wenn man das nicht kennt, ich hab denen sehr vielen Leuten gezeigt. Oder wenn man mal eine neue Freundin hat oder so, hier komm, ich will denen mal meinen Lieblingsfilm zeigen, bla bla bla. Ich habe noch nie eine Person kennengelernt. Also egal, welche Semester. Ich hab denen auch meiner Mom gezeigt und ihrem Mann und so weiter. sind halt am Ende da und heulen. Und vor Begeisterung, vor dem... Der ist ja gar nicht mal von den... Der ist schon epochal von den Bildern, aber der ist ja trotzdem relativ klein gehalten. Der spielt ja auch in England in diesen Fabriken teilweise und so. Also der ist da schon sehr bodenständig. Das ist ja nicht so ein La La Land Musical. Weißt du, was ich meine? Genau. Alleine schon deswegen... Genau. Er scheut sich halt auch nicht mal so einen Leberhaken zu geben, dass man sich mal kurz so ein bisschen echt schlecht fühlt. Also es geht halt darum, dass Jude, natürlich Jude, der wohnt in England, ist ein typisches Arbeiterkind. Er lebt bei seiner Mom, die ihn alleine großgezogen hat. Genau wie bei John Lennon. Die Gegend, wo er da lebt, ist genauso wie bei John Lennon. Und wenn er da um die Ecke läuft, sieht's aus wie die Ecke, wo Paul McCartney groß geworden ist. Also das ist alles so. Und er will seinen echten Vater finden. Der war nämlich Soldat und hat seine Mom geschwängert, ist danach wieder abgehauen und der lebt in Amerika. Da will er hin und reist auch hin und hat aber gar kein Visum. Also er ist da so ein bisschen... Eigentlich, wie sagt man? Er ist... Staatenlos. Genau. Danke dir. Und dann reist er da hin und eigentlich hieß es, ja, der hat einen super krassen Job und er ist da irgendwie an der Uni und ganz hohes Tier und so. Ja, dann besucht er da diese Uni und kriegt mit, ja, der ist da nur der Hausmeister. Also gar nicht so ein, ne. Redet denn mit dem und der sagt, oh ja, was erwartest du jetzt von mir? Hm, okay. Ja, du bist mein Sohn. Okay. Ähm, hab jetzt nicht groß viel Geld. Was erwartest du jetzt? Und er sagt halt, ja, eigentlich wollte ich dich nur, ähm, kennenlernen. Und schon da sind halt, äh, drei, drei Beatles-Songs hier laufen, womit die Figuren introduced werden, die später in dem Film in einer WG zusammenleben. Man sieht erstmal die Einzelstränge, wie sie da hinkommen. Jeder hat seinen eigenen Grund, seine eigene Emotionalität, die auch irgendwie ein bisschen anders gepolt ist. Eine Dame, äh, kriegt mit, dass sie lesbisch ist und, und muss da irgendwie ausbrechen und denkt, dass sie in Amerika damit erfolgreicher ist, sich so ein bisschen ausleben zu können. Und er lernt an dieser Uni durch Zufall Max kennen. So, und allein da schon, wie er mit ihm darauf durch die, durch die, äh, Bars zieht. Best of Bromance. Hey, äh, with this, wie heißt die Lied nochmal? Help with my friends? Yeah, with a little help from my friends. With a little help from my friends. Dann spielen auch Golf am Dach und so. Genau, genau. Und sind in einer Bar, wo dann noch die alten Ladies und die alten Trunkenbolde in der Ecke da mitsingen. Also ich muss tatsächlich zugeben, dass alle Versionen der Songs, die alle live auch eingesungen wurden von den Leuten, ich muss sagen, ich finde die alle geiler als die originalen Beatles-Songs. Also sie sind halt großartig, ähm, weil du natürlich auch Bewegung drin hast und da ist alles ein bisschen lauter und geiler und mehr Party. Und ja, dann lernt er Max kennen und er denkt sich, ja, ich bleib ein bisschen in Amerika, was hängen hier noch, äh, sonst zu verlieren. Und über Max lernt er die Schwester von Max kennen, die natürlich Lucy heißt. Lucy in the Sky of Diamonds. Und, ähm, lernt sie lieben. Und findet das ja nicht so cool, dass Max dann nach New York ziehen will, weil dann lernt, hat er ja Lucy nicht mehr an der Seite so als seine Schwester. Aber weil sie so politisch aktiv ist, zieht sie dann hinterher. Und da geht dann im Große, im Grunde das Karussell los, dass, ähm, Max soll eingezogen werden. Also du hast am Anfang noch so richtig Flower Power und alles ist geil und du hast so, diese Unschuld dieser Generation wird so geil dargestellt an diesen Personen. Und du bist so richtig, oh man, die haben einfach nur Spaß und ohne halt Arschlöcher zu sein, die machen einfach Party und sind aber auch intelligente junge Menschen. Und du kriegst so mit, wie nach und nach so, äh, äh, der Vietnamkrieg so, so kommt. Und, äh, du kriegst Rassenunruhen vor allen Dingen mit. Also dieses, ähm, Let It Be, das Cover von Let It Be, wenn sie das einstreuen, was gleich eigentlich nach einer Partynummer kommt und so quasi konträr gezeigt wird, ja klar, die haben natürlich die Partynummer mitgekriegt, während an der Ecke die Afroamerikaner mit Rassenunruhen klarkommen mussten und du siehst auf einmal tote Kinder und so weiter. Und du denkst dir, fuck, und du kriegst mit, dass auf einmal dieses ganze Politische aufgezeigt wird in diesem Film und du merkst schon, okay, du kriegst mit, was die mit uns machen wollen. Ja, und Max wird dann halt eingezogen, der halt eigentlich der Mega-Lebemann war und der sich jetzt damit auseinandersetzen muss, dass er irgendwelchen Befehlen gehorchen muss. Und, äh, Lucy verliert halt ihren Freund, der auch eingezogen wurde, der wurde erschossen. Und auf einmal ist ja nicht mehr so cool und du hast dann halt Jude, der Künstler sein will und immer seine Erdbeeren malt, hier Strawberry Fields Forever und so weiter. Der sich halt mit Lucy die ganze Zeit streitet, weil er sagt, Künstler sein und hier auf die Straße gehen ist ja cool, aber nicht so radikal. Und seine Freundin ist halt total radikal, wo sie dann die Thematik einstreuen, dass er viele da mal, oder was weiß ich, viele, das war ja in den Zeitungen, äh, die dann irgendwelche Bomben gebaut haben und sich radikalisiert haben und dann vor dem Parlament da, äh, stramm gezogen sind und sie ist eigentlich aus gutem Hause und so weiter. Und das wird alles so gegeneinander eingestellt und das mündet im Grunde darin, dass sie zuerst eine, noch so eine Drogentour machen und, ähm, dann, als der Krieg quasi irgendwie vorbei ist und Zeitvorgang ist, äh, irgendwie damit klarkommen müssen. Und das sieht man anhand von diesen ganzen einzelnen Personen, aber dadurch, dass sie halt eine WG gegründet haben, wo die alle auch in dieser, in dieser Wohnung wohnen, sind die auch die ganze Zeit so ein bisschen beisammen. Und, ähm, ja, so, ob man jetzt das Ende verrät oder nicht, ähm, ist ja nicht so wichtig, aber geil ist halt, äh, die Liebe zu Details zu dieser Zeit, ähm, du hast Gastauftritte von Joe Cocker, von Bono, von U2, von Salma Hayek, ähm, du hast dieses ganze, der letzte Auftritt der Beatles wird im Grunde in diesem Film auch nochmal eins zu eins wiedergegeben, ähm, dass Apple langsam kommt, kommt als, als Marke, die hinter den Beatles steht, die die ganzen Rechte hatte, das wird, wird aufgegriffen, äh, Janis Joplin, äh, die Figur der Janis Joplin und Jimi Hendrix und so weiter, ey, da sind so viele kleine Details und ich lerne immer noch mehr über diesen Film, weil, äh, das, was ich heute gelernt hab, wieder, weil ich nur auf paar Seiten unterwegs war, da gibt's, ähm, hier habt ihr ein Lied, das heißt Dear Prudence, so, diese Dear Prudence. Und Prudence heißt ja die, ähm, die dritte im Bunde, die, 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 die ihre lesbische, die ihre lesbische Seite da entdeckt und die ist zum Beispiel in der Szene, wo die dir singen wird, äh, ist die in einem Schrank, weil ihre Liebe nicht erwidert wird und die ist traurig und so weiter und dann kommen die halt den ganzen Leute da aus der WG und singen ihr das so vor. Ja, und die Situation war halt eins zu eins genau. Die ist wirklich in einem Schrank in dem Moment? In der Klappe, ja, ja, ja. Oh, das ist aber ein bisschen sehr platt, oder? Ich hab's jetzt erst gecheckt. Okay. Und, äh, die Szene war halt eins zu eins so, die Inspiration, die ist John Lennon, genauso passiert mit einer Freundin, die im Schrank war und die hieß auch denn so. Mhm. Und, äh, die Szene, wie sie sie denn alle rausgeholt haben, war auch in echt so und da kam ihm die Idee zu dem Song und das sieht man halt jetzt in dem Film. Okay, wie witzig. Und so siehst du halt, jede Szene ist so aufgebaut und, äh, ey, was die da mit Farben spielt, teilweise, oder du kennst den ja, wo, wo, wo die bei diesem Drohungentrip sind, wo die sich da alle weißen. Zirkusmäßig, ja. Zirkusmäßig, äh, da auch nackt in den See schmeißen und du siehst die so unter Wasseraufnahmen und du denkst, ey, da hat da eine Arbeit hinter steckt. Mhm. Und ich sag mal, wenn man Beatles-Fan jetzt ist, ich sitze am Ende halt da und heute noch, wisch ich mir halt die Tränen weg, weil das so, ich hab mich ohne Zeit lang für die Politik aus, der Zeit interessiert und der Film driftet einfach so dieses, ja, man hat der, der, der Jugend halt die Unschuld genommen zu der Zeit, ne? Und das erste Mal war halt in der Politik, dass man Krieg im Fernsehen verfolgen konnte, äh, nicht jeder Politiker sich mehr so rausreden konnte und viel Dreck halt an die Öffentlichkeit kam. Und das schwingt halt alle das Emotionale, sie im Film mit. Und deswegen, äh, muss ich sagen, across the universe, Lee. Klingt super. Hast mir tierisch Bock auf den Film gemacht. Ja, die Songs wandeln sich dann auch so im Laufe der Handlung passend dazu. Also am Anfang sind es ja noch diese unschuldigen Songs von den Beatles und dann wird's ja dann diese politische Ära in der zweiten Hälfte, wo dann wirklich so Songs wie Revolution vorkommen oder Let It Be und so. Also, und, äh, dazu muss man aber sagen, dass, glaube ich, keine einzige Version, die hier in diesem Musical gesungen wird, dass die einfach nur eine 1 zu 1 Interpretation ist. Sondern die Songs sind immer nass interpretiert. Also, du hast am Anfang zum Beispiel bezürzt halt so eine Lady in so einem, in so einem Club da in diesem, in diesem Caf in England. Und er singt, er singt ja halt I Wanna Hold Your Hand Zu. Äh, nee, Quatsch hier, ähm, äh, welcher Song war das? Nicht. All My Loving. Ja. Okay. Und All My Loving ist ja auch so ein schneller, beschwingter Song. Und der singt dann aber total langsam. Okay. Und der singt dir diesen Text und haucht dir den so ins Ohr, weißt du, hin und her und du hast so einen, du hast so einen ganz ruhigen, so eine ganz ruhige Melodie. Also das ist eine komplett andere Interpretation als dieses Original von den Beatles, von All My Loving oder von I Wanna Hold Your Hand und so. Und, ähm, diese Versionen sind alle geil, also da bin ich bei dir. Besser als die Beatles, weiß ich nicht, so weit würde ich nicht gehen. Vielleicht hört Otto zu und, äh, der würde uns dann hier, äh, ein paar Handgranaten reinschmeißen. Aber, ähm, zumindest auf jeden Fall sehr konkurrenzfähig und, äh, der macht, der macht also wirklich fast alles richtig. Das ist ein großartiger Film. Ich finde zumal, das ist einmal mehr ein Beleg für die Qualität der Musik von den Beatles, wenn du ihre Songs nehmen kannst, komplett anders interpretieren und es trotzdem halt ein super Song ist. Ja. Die hatten ja auch, äh, also die Regisseurin, äh, Julie Taylor dürfte das gewesen sein? Tamer. Tamer. Ähm, die hat auch extreme Angst gehabt, weil, ähm, das war natürlich schwer, da die ganzen Rechte zu bekommen und so weiter. Und die, äh, neben ihr bei der Premiere von dem Film saß halt Paul McCartney. Oh. Und sie saß halt wirklich da und, äh, sie meinte, äh, schweiß, schweißnasse Hände gehabt und sie meinte, ähm, sie hat ja auch gesagt im Interview, ey, so nett Paul McCartney ist, aber wenn der eine Meinung hat, sagt er dir die ganz ehrlich. So, bleib dabei nett, aber du willst trotzdem von dem netten Paul McCartney nicht hören, ey, du hast scheiße mit seiner Arbeit gemacht, so. Wo dann ganzer Schweiß reingegangen ist in den letzten Jahren, ja. Ja, richtig. Und, äh, sie meinte, sie wusste, sie hat gewonnen, als er bei der Hälfte bei irgendeinem Song halt so leise mitgesungen hat. Da wusste sie so, okay, sie hat ihn und dann, äh, hat sie ihn danach gefragt, ob ihm irgendwas nicht gefallen hat und da hat er gesagt, äh, sag mal, bist du bescheuert, wie kann da dran irgendwas nicht gefallen, so. Ja, also absoluter Ritterschlag. Mega. Ja. Perfekt. Aber wie haben sie es denn gemacht mit den Rechten, weil das muss ja unglaublich teuer gewesen sein dann. Der war auch gar nicht so billig, äh, der hat für, ich meine, äh, sie kommt ja vom Theater, sie hat zum Beispiel hier König der Löwen ein Theaterstück, äh, gemacht, also sie war in der, in der Musik, Die Musical-Adaption hat sie gemacht. Äh, äh, ne, ne, auch ein Theaterstück, ein Theaterstück. Was? Gab ein Theaterstück von König der Löwen? Ja, das ist doch mega bekannt, oder? Ne, das ist Musical was, also, der redet, glaub ich, von... Ach so, ja, ja, Musical, Entschuldigung. Okay. Ähm, genau, da hat sie die Finger mitgespielt und sie, sie kennt halt in der Branche ziemlich viele Leute und der hat aber auch halt 45 Millionen gekostet, also wenn du den Film siehst, vom reinen Look würd ich den auf 20 Millionen, 25 schätzen, also da, da siehst du schon, wo der Dresdjeld hingeflossen ist, auf jeden Fall. Ja, wir hatten das doch neulich mal bei einem Film, wo es noch drum ging, dass der unbedingt von einem Beatles-Song das Original verwenden wollte. Yesterday, oder? Ne, ne, das waren die Stones. War es bei Yesterday? Das waren Mean Streets. Da ging es um die Rolling Stones. Ne, aber wir hatten es auch mal... Das kostet ja im Nachspann die Hälfte für diesen Song. Wir hatten es mal von den Rechten oder was die Kosten von Beatles-Songs und da war irgendwie, ich erinnere mich, dass wir darüber gesprochen haben, dass die Rede war von einem sechsstelligen Betrag für einen Song. Okay. Und deswegen, das summiert sich natürlich dann, weil wie viele Beatles-Songs kommen hier zum Einsatz? Also die haben bestimmt dann auch irgendwie... Bestimmt 20. ...package-Deal bekommen. Ja, bestimmt 20. Aber krass, würde mich nicht wundern, wenn hier das halbe Budget für Musikrechte drauf ging. Also wir müssen natürlich, wie wir noch nicht erwähnt haben, ist, wer die beiden Hauptdarsteller spielt. Genau, da haben wir Ewan Rachel Wood. So heißt es, Werd. Und Jim Sturges. Ja, und die Chemie zwischen den beiden, die ist ganz hervorragend. Wahnsinn. Also vor allem am Anfang, das Schöne ist, sie introducen ja die beiden so in der Szene, die du gemeint hast, wo er halt dieses langsame Stück seiner Freundin in dem Club so... Close your eyes and I kiss you. Und dann siehst du ja mal den Gegenschnitt, wie halt die weibliche Darstellerin hier, Lucy, gerade bei irgendeinem total schickimicki-feinen Abschlussball, tanzt zu demselben Song, da aber in einer rockigen Version. Und sie stellen das halt gegenüber, diese zwei Welten, das ist ja auch so ein bisschen Romeo und Julia angehaucht. Die kommen ja aus komplett anderen Welten und mögen sich dann trotzdem und so weiter. Und aber die Chemie, also ganz ehrlich, jede kleine Szene, wenn er sie malt, wenn die sich streiten, ich gucke den Film und denke mir, ich will nicht, dass ihr euch streitet. Das ist einfach, dafür seid ihr einfach zu cool miteinander eigentlich und zu schön. Und ihr müsst einfach ein bisschen älter werden, ein bisschen reifen, dann kommt ihr super miteinander klar. Ihr habt gerade nur zwei verschiedene Standpunkte. Aber ist nicht alles harmonisch, gerade weil sie so eine Revoluzzerin ist dann irgendwann. Da geht's ihm ja auch krass auf den Sack, ne? Die sind da in so einem Waschsalon und er sagt dann irgendwie, ja, was willst du denn machen? Dich vor den Panzer stellen, damit der Krieg aufhört und dich überfahren lassen. Und er sagt, ja, wenn es den Krieg aufhalten würde, dann würde ich das tun. Was willst du denn machen hier? Die ganze Zeit deine Cartoons malen? Und die greifen sich halt an ihren engsten Punkten so einfach an. Und das ist immer so, weil ich das aus meinem Privatleben kenne ich das nicht. Und das ist jedes Mal einfach nur so traurig. Und umso schöner, erst mal, wenn du ihn ausrasten siehst, wie er darauf reagiert mit seinen Zeichnungen mit den Erdbeeren. Das ist natürlich wahnsinnig emotional. Aber auch sie, wie sie denn halt wirklich aus der Telefonzelle mit ihrer Mutter telefoniert, während sie gerade da bei diesem Parlament ist, wo so viel los ist, dass sie von allen Seiten diese Einschläge auf die Telefonzelle halt ankommen. Da sind die Hunde von der Polizei und die Mutter schreit halt ins Telefon. Ich will einfach nicht, dass meinem Mädchen was passiert. Und sie sagt, ja, wir müssen radikal sein, wir müssen alle radikal sein. Ich denke mir, Mann, komm mal runter, Mädchen. Du bist einfach gerade nur jung und willst was verändern. Aber es spiegelt das natürlich wunderbar wieder. Voll. Das haben wir generell gar nicht geklärt. Guckst du Filme im Original oder guckst du die synchronisiert? Das ändert sich jetzt immer mehr. Früher habe ich gesagt, ich gucke den auch wenigstens einmal im Original, so bis ich so 20 circa war. Ich bin jetzt 36. Dann fing das so an, dass ich gesagt habe, ich möchte das erste Mal den Film auf Deutsch gucken, weil für mich das Schlimmste ist, wenn ich nur ein Wort nicht verstehe. Dann habe ich so einen inneren Monk. Dann muss ich immer zurückspulen, okay, was hat der genau gemeint? Und deswegen gucke ich immer das erste Mal auf Deutsch, damit ich so den Grund weiß, worum es da geht. Mein Englisch ist okay, gut, aber ab dem zweiten Mal dann spätestens, denn nur noch im Original. Okay, interessant. Außer dann natürlich von vornherein, weil ich jetzt zum Beispiel habe ich letztens Blood Diamond geguckt, hier mit DiCaprio. Und wenn du da schon weißt, okay, das spielt irgendwo in Afrika und er hat sich da auch noch so ein Dialekt dargestellt. Das ist immer ein gutes Beispiel, was ich bringe. Dass er da so fließend Deutsch spricht in einer sekulisierten Version und alles, was er sich angelernt hat für diese Rolle, das hört man nicht. Kannst du halt nicht machen. Genauso wie man weiß, man guckt jetzt eine Produktion, die vielleicht ein Budget von unter einer Million hatte oder in dem Bereich, dann weiß man auch die Synchro, da hat man keine Arbeit wahrscheinlich drin gesteckt. Dann fange ich das auch erst ja nicht an. Dann sage ich, nee, das versaut mir ja den Film und der Film kann ja nicht dafür. Also ja. Wobei DiCaprio ja schon auch recht gut darin ist, mit seinen Akzenten oder Dialekten, die er sich für irgendeine Rolle antrainiert, da sehr lax mit umzugehen. Also die kommen und gehen dann manchmal doch so, wie sie ihm passt. Ja. Ich finde, der ist jetzt nicht gerade ein gutes Beispiel für so Dialekterarbeit. Naja, aber in der deutschen Synchronisation gibt es halt kein Afrikanes. Ja, na klar. Deswegen höre ich mir lieber das Original an. Also egal, wie inkonsequent das sein mag. Oder Gangsterfilme und so. Wenn die so Slang haben, dann kannst du dir das halt nicht auf Deutsch angucken. Oder so, weißt du, wenn Tom Hardy jetzt zum Beispiel Bane murmelt und spricht oder so, dann will ich keinen Synchronsprecher hören, der das versucht zu imitieren oder der das so eh nicht auf Deutsch halt irgendwie macht, sondern ich will da Tom Hardy hören. Also gerade bei Bane finde ich auch, das ist so geil austauschbar, Alter. Finde, finde, nee, muss ich auch nicht sagen. Finde ich auch nicht. Also gerade, die haben ja seine Originalstimme auch noch so hochgepitcht. Ja, eben, die ist ja schon auch verändert, weißt du. Das würde ich sehen, dass Dave Franco den so spricht und so weiter, dass der Bane so rüberbringt wie Tom Hardy. Nein, das Ding ist, ich finde, das hätte jeder sein können außer Tom Hardy. Also weißt du, wenn die die Stimme eh digital verändern, dann ist die Ausgangsstimme ja sekundär. Wie gefällt mein Argument hier, was Originalversion angeht, offensichtlich nicht. Bist du jetzt hier der Vertreter der Synchro-Republik geworden? Überhaupt nicht. Ich gucke das ja eh immer im Original und ich finde nur die Beispiele, die du aufgebracht hast, halt so witzig dafür. Okay. Alles gut, Chris. Okay, so, jetzt hast du diesen Film so oft gesehen. Also ich muss gestehen, ich habe tierisch Bock drauf und ich bin bei Musicals ja eh, also das ist jetzt nicht das Genre, wo ich mich sofort drauf stürze, wenn es da was Neues gibt. Aber die, die ich kenne, also Musicals haben eine ganz gute Quote bei mir. Aber ich frage mich auch immer, warum ist das so? Warum gucken, oder warum haben Musicals immer gerade beim jungen männlichen oder generell männlichen Publikum einen schwereren Stand? Wir sind noch jung, hast du gehört? Yes. Ja, also wir haben uns ja jetzt knallhart mal voll mit dazu gezählt. Also bei mir hat es auf jeden Fall damit zu tun, dass ich es generell halt nicht geil finde, wenn unaufgefordert losgesungen wird. Das nervt mich schon, wenn das irgendwelche Kollegen machen bei irgendwelchen Proben oder so, weil es gibt tatsächlich viele Schauspieler, die einfach im Gespräch unaufgefordert los singen. Das nervt mich auch schon so und in Filmform. Ich kann mich darauf einlassen, aber so die Frequenz an Musicals, die ich mir reinziehe, ist dann schon eher gering. Kann ich auch bestätigen übrigens. Also in den ersten Folgen dieses Podcasts habe ich das auch öfter mal gemacht. Da blieb ich schön in meine Schranken gewiesen und zusammengefaltet und seitdem lasse ich das. Gibt es denn ein Musical, wo du wirklich sagst, ey, fick dich? So richtig, so ein Hass-Musical? Wo du sagst, das ist so genau das, was ich hasse, wenn wir von Musicals reden? Also Bühnen-Musicals? Nee, nee. 80 Prozent. Film-Musicals. Tatsächlich, Bühnen-Musicals kann ich mir auch nicht antun. Die sind ja noch viel schlimmer als Film-Musicals. Nee, das kommt eben stark drauf an. Natürlich gibt es auch gute Bühnen-Musicals, aber eben, die musst du halt da auch erst mal finden. Und bei Film-Adaptionen eben, also ich habe jetzt noch nicht alle gesehen, glaube ich, und das ist jetzt kein Genre, was ich andauernd gucke. Deswegen ist die Quote bei mir halt relativ gut. Ich wollte was sagen. Deswegen wirklich das Hass-Ding gibt es, glaube ich, nicht. Weil das klingt eher so, als hätte ich nicht. Also Zeit lang ging mir Grease schon auch hart auf den Sack. Grease finde ich richtig gut. Und ich meine, das ist natürlich trotzdem ein guter Film, aber meine Schwestern haben den irgendwie einfach zu oft geguckt und dann ging mir halt irgendwann das Gesinge so hart auf den Keks, weißt du. Da macht es dann einfach die Frequenz. Also ich habe übrigens, nur fürs Protokoll, ich habe coole Bühnen-Musicals schon gesehen, weißt du, die mir gefallen haben. Aber der Film war immer besser, wenn ich den gegenübergestellt habe. Ich habe noch keins gesehen, wo ich gesagt habe, es ist besser als der Film gewesen. Ja, den Abgleich hätte ich ja bei sowas wie Rant oder so ganz gerne mal gemacht. Ja, Rocky Horror Picture Show habe ich schon gesehen. Und wie gesagt, so ein paar, wo ich gesagt habe, okay, ein paar waren cool, Tanz der Vampire. Aber siehst du, das kann ich mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass die Uraufführung von Rocky Horror Picture Show, das muss bestimmt so gut gewesen sein wie der Film. Weiß ich nicht, Mann. Hatte ich bei Le Miserable, ne? Ich habe den auf der Bühne gesehen. Mhm. Ey, ich saß da wirklich die ganze Zeit, boah, Leute, ey. Ja, aber das ist schon auch wahnsinnig. Das ist echt kacke, wie gesagt. Das ist so viel Pathos in dem Ding. Aber der Film war geil mit Hugh Jackman. Ja. Den finde ich super. Habe ich noch nicht gesehen. Ja, und eine Freundin hat, da haben wir uns schon drüber unterhalten, eine Freundin hat sich dieses Dirty Dancing Musical hier angeguckt und da stehen halt lauter Rosen auf der Bühne, die halt in deutscher Lautschrift halt die Texte gelernt haben. Weißt du, und dann sagen die halt so, Du, du bist mein Baby. Ja, genau. Ja, bei mir waren es ja Engländer. Hat meine Wassermelone getragen. Das ist schon auch lustig, wenn die dann einfach, die wissen dann halt nicht, was sie da sagen. Okay, ist natürlich super. Also, was ich mir immer gerne angucken würde, wären so kleine Sachen, die halt dann wahrscheinlich auch nicht länger laufen. Tut mir wahnsinnig leid, dass ich das Evil Dead Musical nicht gesehen habe. Da gab es ein Musical von? Was sogar gute Kritiken hier bekommen hat. Abgefahren. Ey, ich hätte ja richtig Geld für Book of Mormon bezahlt. Ja, zum Beispiel. Das ist halt so schade, dass wir das nicht mehr sehen können auf der Bühne. Oder hier, das Batman Musical sollte richtig geil werden. Also ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Ich möchte nicht, dass Batman singt. Ich auch nicht, Alter. What the fuck? Du kannst dir ja vorstellen, was da abgeht, wenn, die haben ja riesige Bühnen gehabt und drei, vier verschiedenste, die sich dann ineinander drehen können und so. Und wenn dann halt der Joker auftaucht mit seinen ganzen Zirkusleuten und die schreien da alle rum. Also, was ich davon gesehen habe über Internet und so, war mega. Also, sehr anspruchsvoll auch, was die ganze Ausstattung aneht. Wo ich gedacht habe, Alter, wie teuer ist das? Also ein Evil Dead Musical würde ich mir auch reinziehen, Alter. Das klingt schon echt lustig. Ein Evil Dead Musical, Alter, das ist ja wirklich abgefahren. Kannst du bei YouTube, kannst du dir auf jeden Fall Stücke daraus angucken. Okay. Das lief nicht hier in Berlin, oder? Nee, nee, nee. Nee, das hätte ich auch mitbekommen. Wahrscheinlich in den Staaten irgendwo noch. Kurz in England auch. Kurz in England, okay. Abgefahren. Oder Rocky. Vor Rocky halt richtig Angst. Rocky ist also mein zweitliebstes Franchise. Nee, das ist schlimm, Alter. Das lief ja eine Zeit lang in Hamburg. Ich habe es nie gesehen, aber das... Da denke ich mir halt auch, das kann doch nicht funktionieren, Alter. Was geht denn ab? Ey, wenn da ein Typ vorne steht, der da irgendwie Micky schreit und so ein Hempfling wie Icke, dann sag ich mir, ey, dann was? Apollo würde ich aus dem Ring töten? Einfach. Ja, das letzte, was ich gesehen habe, war jetzt, dass Flashdance irgendwie als Musical rauskommt dieses Jahr. Das kann ich mir noch vorstellen. Mhm. Weil das ist ja auch so ein markanter Soundtrack, wo du so bekannte Songs hast und das immer wieder ein Wort auf der Bühne. Das bietet sich voll. Das bietet sich. Der Film nicht so geil. Alter, der ist gut? Ja. Ja, ja. Das ist kein Megafilm. Nee. Das ist kein Footloose. Aber deswegen kann das Musical auch nicht viel zerstören. Aber wenn du jetzt Rocky auf die Bühne bringst, Alter. Was soll das? Aber eben, wenn das so Sachen wie Grease oder Footloose oder eben Flashdance sind, dann funktioniert das natürlich. Ja, ja. Bin ich bei euch. Aber Rocky, Alter. Was denn nächstes? Freitag der 13., das Musical. Ohne Scheiß. Meint ihr, das wird mal so ein Ding, was in wird, dass man sich so einfach Filme rauspickt und dann sagt, ey, eigentlich unmöglich, aber gerade deswegen laufen so viele rein? Goodfellers Musical. Ja. Das wäre doch mal was. Ja, vielleicht. Mal gucken. Hätte ich schon Bock drauf. Inception Musical. Schön, so mit 3D-Brillen. Also, so ein Naked Lunch Musical würde ich mir auch angucken. Ach, das würdest du ja angucken, ja? Oh, auf jeden Fall. Singende Schreibmaschine. Natürlich, ey. Super, ja. Ey, warum halt nicht so? Singende Schreibmaschine. Singende Barater, Arschloch-Schreibmaschine. Ich wäre der Erste so. Okay. Die Fliege wäre genauso wie. Ja, Mann. So ein billiges Faschingskostüm. Er muss ja noch tanzen können. Er muss tanzen können, ja. Und dann, die Verwandlung ist einfach, dass er sich so Risse so reinreißt, so im Laufe der Show. Also, das ist ja die Krux bei Musicals. Es gibt ja diese Quick Changers, wo du halt wirklich zwischen zwei Szenen dich in ein paar Sekunden umziehen musst. Ja. Und da kann halt eine Menge schief gehen. Ja. Und da stelle ich mir gerade bei so einem The Fly Musical, stelle ich mir das lustig vor, Alter. Da gibt es bestimmt noch mehr Schiefe. Wenn er sich dann sein Kostüm selber zerrupfen muss. Na, Hugh Jackman hat sich ja mal, der spielt ja auch viel Theater. Und der hat sich ja auch vor versammelt, also vor komplett ausgeräumten Lahn hat der sich in die Hose gepisst auf der Bühne. Oha. Weil der musste richtig dringend und er weiß ja, was er anstrengen muss, damit er einen bestimmten Ton rauskriegen muss, so Zwerchfellmäßig und so. Und er hat einfach, hat irgendwie da irgendetwas falsch gemacht und hat auf die Blase gedrückt beim Konzentrieren. Und hat er gesagt, musst du halt eine halbe Stunde mit bepisster Hose da weitermachen. Hat er den Bradley Cooper gemacht. Schön. Schön. Das ist mir nicht passiert, zum Glück. Ach, kommt noch, kommt noch. Bist ja noch jung, haben wir festgestellt. Ja, Musicals habe ich für mich erstmal abgehakt. Das muss ich so schnell nicht wieder machen. Was Lee nicht erzählt, dass ihm irgendwas anderes passiert ist. I'll tell you this. For the first time in my life, I had the Kacka scared out of me. Nummer zwei. Genau. Hat er mal unterschlagen. Pissen kann jeder. Wie heißt, ich hab der Bühne eingeschissen oder? Falschen Ton getroffen, ja, falschen Ton getroffen. Jetzt sind wir schon wieder beim braunen Ton von South Park, Alter. Herrlich. Das interessiert mich jetzt. Laut dir Furz oder eingeschissen? Weder noch. Ach, du glaubst das auch noch. Nein, selbstverständlich. Du, ich kenne dich noch nicht mehr. Weißt du, was du für ein Derwisch auf der Bühne bist? Keine Ahnung. Jetzt hat er mich auf was gebracht, ja. Dann kann ich ja hier, Clean Slate, kann ich einige Geschichten erzählen über die. Glaub ihm nichts. Nichts davon ist wahr. Roter Milch-Fraktion-Vergangenheit, sag ich mal. So, kommen wir zu den Zahlen oder was? Kommen wir zu den Zahlen. Schieß los. Also, IMDb hat ein Ranking von 7,3. Metascore von 56. Rotten Tomatoes haben die, ja, was, die Zuschauer oder was? Als erstes sind das die Kritiker. Die Kritiker haben 53 gegeben und die Zuschauer 82. Und bei Leatherbox hat er eine 3,4. Eine 3,4 bei Leatherbox. Ja. Wer muss anfangen von uns? Das wird, glaube ich, eh ein unspektakuläres Punkt raten. Ich muss anfangen. Und ja, also, das wäre dreist, wenn das keine 10 Punkte sind, weil wenn sich ein Film um den Platz des Lieblingsfilms streitet, dann muss das eine 10 sein, finde ich. Also, ja, wenn man einen Film 60 Mal sieht, dann denke ich mir auch, wird das eine 10 sein. Korrekt. Korrekt. Schön. Yay. Fürs Protokoll von mir natürlich auch eine 10. Ach so, ja. Der kriegt bei mir auch volle Punktzahl. Das ist gar keine Frage. Und ich meine, der Film ist 2007 rausgekommen und selbst für meine Verhältnisse. Ich habe ihn fünfmal oder viermal gesehen und so. Wow. Okay. Und das ist für 15 Jahre, ich bin jetzt nicht so der Rewatcher, ist das schon eine enorme Quote. Also, das ist schon einer der meistgesehensten Filme, so der letzten 20 Jahre von mir. Ich fand das ja sowieso sogar, wir hatten ja vorher überhaupt gar keinen Kontakt, wir kannten uns ja nicht und wir haben uns dann ja über WhatsApp da unterhalten und du hast mir dann gesagt, ja, hier, bring einen Film mit und so und dann zum Beispiel hier. Und den Film kennen ja wirklich nicht so viele Leute. Und auf einmal kommst du dann mit Across the Universe um die Ecke, ich habe gedacht, wie geil ist das? Ja, aber wir haben uns ja da erst über Letterboxd connected und da kann man ja mal die vier Favoriten irgendwie oben eingeben. Ja. Und ich habe den bei dir gesehen und dachte so, Alter, okay, der war bei mir auch unter den Favoriten. Ich wechsle die ja immer alle halbe Jahre, weil ich einfach zu viele Lieblingsfilme habe und denke so, das ist unfair, mich auf vier zu konzentrieren. Welcher wäre es heute? Na, jetzt gerade, jetzt für die nächsten, für das nächste halbe Jahr ist, glaube ich, Stub langsam oben und die Dschungel-Olympiade, den liebe ich, mit dem bin ich aufgewachsen. Fünf Sterne, der hat irgendwie, keine Ahnung, 2,3 oder so bei Letterboxd. Geil, geil. Das wäre bei mir auch eine 10. Das ist voll die 10. In jedem Fall, Alter. Ja, der kommt richtig schlecht weg. Der hat noch nicht mal dieses, wenn du die Cover nach links ziehst, dann hast du ja dieses große Titelbild. Hat der noch nicht mal. Da siehst du gar nichts. Krass, warum hayden die so gegen den Film? Weiß nicht, der ist irgendwie, der kommt nicht gut weg. Magnolia ist, glaube ich, jetzt aktuell noch dabei. Da habe ich auch so bestimmt fünf Filme von PTA, die ich da hinpacken kann. Und was war nochmal der vierte? Tja, was war nochmal der vierte? Jetzt muss er es nach. Die Hard. Hast du schon gesagt? Den hast du schon gesagt. Die Hard, habe ich schon gesagt. Na gut, dann gucken wir mal nach hier. Ich habe ja Letterboxd hier auf. Wer mir übrigens was Jute tun will, kann mir mal das japanische Across the Universe-Poster dazuschicken. Danke an dieser Stelle. Ja, Tom. Du hast auch Connections. Also nicht du, Tom, sondern unser Tom, weil der macht den Movie-Poster. Es gibt noch einen anderen Tom. Aktueller Bewegtbild-Bahnhausen-Bash-Sieger. Stimmt, der hat unser Quiz gewonnen. Ach, Across the Universe ist der vierte Film. Na, Mensch. So ein Zufall. Das war gar nicht Vergangenheit. Das war jetzt. Ja, der ist bei mir auch dran. Insofern passt. Wir sind jetzt im Jetzt. Alright. Wir verstehen uns. Und jetzt, Lee. Jetzt ich. Ich habe mir einen Film angeguckt, den kannte ich schon. Den habe ich damals gesehen und dachte aber, das wäre eine gute Gelegenheit, den jetzt wiederzusehen. Beziehungsweise jetzt habe ich mir endlich mal den Directors Cut angeguckt. Und das war ein Film, da habe ich Mitte der 90er in New York eine Werbung gesehen. Oder war in der Stadt. New York City war sehr präsent überall Werbung für diesen Film. Und das ist mir voll in Erinnerung geblieben, weil das war für mich so das erste Plakat, auf dem sich was bewegt hat. Ja, kannte ich bis zu dem Zeitpunkt noch nicht. Also das waren so... Zumindest das erste, wo du dir nichts eingepfiffen hast, was sich bewegt hat. Ja, genau. Ja, und das ist ein Film von Peter Jackson aus dem Jahr 96 und heißt The Frighteners. Kennt ihr wahrscheinlich beide, oder? Jetzt bin ich mal sehr gespannt, ja. Ja, das ist eins meiner Lowlights aus seiner Filmografie, aber ich bin gespannt. Lowlights? Da sind wir wieder auf verschiedenen Basen unterwegs, ja. Sehr schön. Eben noch große Harmonie bei Across the Universe. Jetzt haut ihr euch aufs Maul an. Jetzt schenke ich mir erstmal wieder ein hartet Wasser ein. Gib ihm. Okay, aber ihr kennt die Meide. Ja. Gut. Habt wahrscheinlich auch die Kinofassung gesehen. Beide. Du hast beide gesehen. Du hast es irgendwann auf Blu-ray mal gesehen, aber... Oder auf DVD. Mhm. Welche Fassung das jetzt war, kann ich dir jetzt auch nicht hundertprozentig bestätigen. Ja, ich glaube, der Director's Cut ist noch gar nicht so alt. Nee, dann ist das definitiv die andere Version. Nee, den gab's auf DVD. Auf DVD gab's den? Ja, jedenfalls interessant daran finde ich, dass der zum Kinorelease noch eine 18er-Freigabe hatte und dann der Director's Cut eine 16er-Freigabe bekommen hatte. Daraufhin wurde dann die Kinofassung auch runtergestuft auf 16. Mhm. Ja. Ja. Und das war der Film, der letzte Film, den er vor seiner Herr-der-Ringe-Arie gemacht hat. Hat den auch geschrieben, zusammen mit Fran Walsh. Wenig überraschend. Produzent Robert Zemeckis und Score Danny Elfman. Und ich fände, wenn man die Namen so parat hat, dann weiß man eigentlich schon genau, was das für ein Film ist. Mhm. Find ich, also weil da ist irgendwie von allen genau das drin, was man so erwartet, finde ich. Und damals mochte ich den, weil der halt echt was Neues gebracht hat. So mit den Effekten und dieser Comedy-Horror, wie man es so nennen will. Fand ich nicht, das war so voll huibui, das Schlossgespenst, was ich schon irgendwie in Kindertagen gesehen habe, nur jetzt ein bisschen besser. Ja, aber das ging ja dann schon, am gewissen Punkt geht es ja schon echt rund. Also, finde ich, war dann schon relativ actionlastig auch, also zumindest in meiner damals jugendlichen Wahrnehmung, hat der irgendwie einen Eindruck hinterlassen, ja. Ich meine, da sind wir wieder, ne, so wie nimmst du Filme wahr und inwiefern spielt das mit rein, ob du die eben aus Kindheitstagen kennst oder so, was der damals bei dir für einen Stellenwert hatte, was so der erste Eindruck war, den Film bei einem hinterlassen hat, finde ich, spielt da immer stark mit rein und der fällt da auf jeden Fall drunter. Weil irgendwie mochte ich den damals. Aber ja, also, das kann ich vorweg schicken, die Kritik ist jetzt nicht wahnsinnig begeistert von dem Film, aber der hat Fans. Das auf jeden Fall. Ja, ich habe dann leider erst jetzt heute gesehen, dass es da noch ein Making-of zu gibt. Alter, es geht halt mal viereinhalb Stunden. Boah. Hast du das mal gesehen, Tom? Früher, als ich habe mir damals die Vierer-DVD-Box gekauft. Ja, da war das schon mit drauf. Genau, und da habe ich es mir mal reingepfiffen. Und das ist halt wie die Herr-der-Ringe-Making-ofs von ihm später. Ja, super ausführlich, Alter. Das ist ein Hölzgen, ein Stötzgen, haut der da alles raus, weil das gibt danach, weißt du alles. Und deswegen frage ich mich ja, Turbine hat den ja jetzt neu aufgelegt in einer mega geilen Box, wie typisch bei Turbine wieder. Und da sind auch wieder neue Extras bei. Und so, wo ich mir sage, nee, ich weiss doch schon alles, Leute. So, das hat mich bei Herr-der-Ringe schon gestört. So, ey, wir haben jetzt nicht mehr nur 10 Stunden Extras, sondern jetzt haben wir 24 Stunden Extras. Ja. Okay, cool. Ja, ja, finde ich auch. Ist schon ein bisschen übers Ziel hinaus geschossen. Also ich finde es auch cool, viele Hintergrundinformationen zu bekommen, aber irgendwo denke ich mir, Alter, chill mal. Also hier ist natürlich schon auch insofern interessant, dass man hier eben technisch so ein paar zu dem Zeitpunkt neue Dinge gemacht hat, so was CGI angeht oder eben was hier so in die Monster-Richtung geht, weil es geht hier um Geister. Insofern finde ich das nämlich auch interessant, dass dieser Film ursprünglich als eine Episode von hier Geschichten aus der Gruft geplant war. Ach so? Ja. Und dann hat Robert Zemeckis aber anhand des Triebuchs gesagt, so hey, das ist irgendwie so cool, das sollten wir als alleinstehenden Film machen. Das ist irgendwie zu gut für so einen Teil einer Serie. Und da war von Anfang an Michael J. Fox auf dem Plan. Und das ist laut IMDb zumindest seine letzte Hauptrolle in dem Film, weil der danach gesagt hat, das ständige Wegsein von meiner Familie und so, das geht mir auf den Keks, hat ja dann danach Chaos City gemacht. Mhm, genau. Und dann eigentlich nur noch Fernsehen. Ja. Na gut, bei Chaos City war ja dann seine Krankheit auch schon bekannt, ne? Ja, da ging's los, ja. Sehr einschneidend und schnell in seinem Privatleben, deswegen hat ihn ja dann auch Charlie Sheen abgelöst in der Serie. Ja, aber das hat ein paar Jahre gedauert. Ja, ja, der hat schon ein paar Staffeln gemacht, ja. Über 6 Staffeln oder so hat die, war auch relativ viel. Heidi Klum war auch noch mit ihm in der Hauptrolle, ne? Ihr Auftritt bei Chaos City. Da erinnere ich mich, ich erinnere mich nur an Heather Locklear. War Heidi Klum nicht auch eine Zeit lang da, seine Freundin? Möglich, das war ja auch eine ziemlich gut besetzte Serie, die auch immer wieder irgendwelche Gaststars hatte. Ist jetzt nicht so hundertprozentig verfolgt, ab und zu mal reingeschaut. Naja. Okay, aber wie lange ist es bei dir her, Tom, dass du den gesehen hast? Fünf Jahre? Okay. Zirka? Also ich hab den auch so drei, vier Mal halt den auch gesehen. Okay. Weil Peter-Jackson-Phase eigentlich öfter mal durchkommt, wo ich die ja alle durchgucke. Ich finde, Peter Jackson hat bis, man kann sagen, dass ein, zwei Filme von ihm vielleicht nicht die Qualität von seinen Großen erreicht. Wie jetzt zum Beispiel In meinem Himmel oder so, den finde ich bisher seinen schwächsten. Lovely Bones ist das, ne? Genau, doch. Ist das nicht Heavenly Creatures? Nee. In meinem Himmel ist das mit Mark Wahlberg. Ja, das ist Lovely Bones. Ja, okay. Lovely Bones. Und ja, Heavenly Creatures, den muss ich mir auch leider ein bisschen schön gucken mal, aber vielleicht muss ich auch einfach ein bisschen älter werden, um den noch mehr. Der fehlt mir noch. Ja, mir auch. Der ist halt ein reines Drama zwischen zwei Mädels und wenn ich den gucke, habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass ich nicht die Zielgruppe bin. Aber ansonsten, ich weiß ja nicht, wie hieß denn der, den ich so sehr mag hier? Es gibt hier so eine Referenz auf Heavenly Creatures in Form von einem Poster auf einer VHS, ja. Und ja, ey, bei Braindead, Bad Taste, Meet the Feebles, braucht man nicht sagen, ne? Bin auch ein großer Fan seiner Kong-Version und den, den ich so geil finde von ihm, den kaum einer kennt, ist, der heißt in Deutsch kein Oscar für Mr. McKenzie und im Original Forgotten Silver. Den kenne ich auch noch nicht. Ey, der ist so großartig. Ich habe es vergessen. Das ist eine Mucumentary über den wohl besten und krassesten Regisseur aller Zeiten. Perfekt, ich stehe tierisch auf dem Mucumentary. Auf jeden Fall. Und er zeigt halt diesen Regisseur und behauptet und zeigt es auch mit Bildmaterial, dass dieser Regisseur alle Revolutionen im Kinobereich erfunden hat. Okay, muss ich mir gleich mal aufschreiben. Und er natürlich hat er auch irgendwelche Multimilliarden-Dollar-Filme im Urwald gedreht, wo Peter Jackson auf die Suche geht nach den alten Bauten, die da noch stehen und nach alten Filmrollen. Er will noch einen Film von dem finden, der noch nicht abgedreht wurde und soll in dieser Stadt sein. Und da erzählt er ein Jahr und er hat auch den Slapstick erfunden. Und dann siehst du halt, wie da dieser kranke Darsteller irgendwie im Kinderwagen schlägt und denkst dir, Alter, das ist echt Neuseeland zu der Zeit, Leute. Da durfte sich Peter Jackson alles erlauben. Klingt abgefahren. Ist super gut. Also ich hab den geguckt und hab ihn danach gleich zweites Mal mit dem Kumpel geguckt. Also das ist ein gutes Ding. Ja, muss ich sehen. Und deswegen, Frighteners, warum kommt der nicht so gut an? Also du meinst auch Gäste? Ich fand ihn super langweilig. Langweilig? Ich hab mich echt gelangweilt bei dem Film und denke so, boah, Alter. Krass. Diese komische Geistergeschichte, weiß nicht. Das hat mich so, das war so überholt. Wie lange ist das denn bei dir her? 15 Jahre? Das war für mich so, weißt du, dieses piefige Kino aus meiner Kindheit mit Spukschloss im Spessart und Huibu. Aber halt so in Hollywood. Weißt du, ein Großes mit guten Effekten, gute Schauspieler, Michael J. Fox, logisch. Ist es auch? Kann man auch so sehen. Ja, komplett. Ja, aber hat für mich nicht gereicht, damit ich da sage, es ist für mich jetzt cool. Sondern ich fand's öde. Okay. Ja. Das war nicht mein Film. Alright. Gut, dann erzähl ich mal kurz, wie die Handlung hier aussieht. Michael J. Fox spielt Frank Bannister. Und es wird erzählt, dass der mit seiner Frau damals einen Autounfall hatte, bei dem sie ums Leben gekommen ist. Und er hat durch diesen Unfall und die damit verbundene Nahtoderfahrung jetzt übersinnliche Fähigkeiten bekommen. Das heißt, er sieht Geister, hört die auch sprechen und kann mit denen kommunizieren. Seitdem. Ja, und jetzt hat er damals eben mit seiner Frau, die haben sich so ihr Traumhaus gekauft, beziehungsweise das Grundstück und angefangen dort dieses Haus zu bauen. Dann gab's den Unfall, das hatte natürlich einen Bruch zur Folge und seitdem versucht er irgendwie dieses Haus zu Ende zu bauen. Und er war zum damaligen Zeitpunkt noch Architekt, hat dann aber eben durch den Tod seiner Frau diesen Job aufgegeben und ist jetzt eben mit diesen neuen Fähigkeiten ausgestattet. Und hat deswegen, naja, einen Job kann man es nicht nennen, der ist eigentlich als Betrüger unterwegs, weil der hat zwischenzeitlich ein paar Geister aufgegabelt, die so an ihn dranhängen, mit denen er sich eben immer wieder unterhält. Und mit denen hat er eben so ein Scheme aufgezogen, dass die in irgendwelche Häuser einmarschieren, da rumspuken, Dinge bewegen und halt Stress machen. Daraufhin die hinterlassene Visitenkarte von ihm, die Leute rufen da an, er kommt vorbei und entledigt sich der Geister. Das ist so sein Job und das lässt er sich halt bezahlen und damit versucht er irgendwie sukzessive sein Haus zu Ende zu bauen. Jetzt ist er in dieser kleinen Stadt und will da wieder sein Ding machen, macht das auch bei der ersten Adresse, wo er hinkommt. Und da sehen wir schon dann die weibliche Hauptrolle, die dann im weiteren Verlauf noch an seiner Seite steht. Das ist Lucy, Lucy Linsky, die ist verheiratet mit Ray und da sind eben wieder die Geister von Frank zugange. Er kommt vorbei, kassiert das Geld und geht wieder. Und beim nächsten Fall stellt er aber schon fest, dass es offensichtlich wirklich was in dieser Stadt gibt, was andere Geister hier machen, weil es kommen reihenweise Leute um. Die werden aber so umgebracht, dass wir sehen, da ist so ein Geist unterwegs, der greift in die Brust von den Leuten rein und zerdrückt einfach ihr Herz. So, dass das von außen wie ein Herzinfarkt aussieht, aber immer wenn die Leute genauer untersucht werden anschließend, stellen die fest, dass das Herz zerquetscht wurde. So, und es ist halt nicht klar, wo das herkommt. Und Frank kommt eben mit seinen Fähigkeiten und auch eben mit der Hilfe seiner Geister so sukzessive drauf, was da passiert. Da sind nämlich eben noch andere Geister zugange, die halt Leute umbringen. Und dann geht es natürlich darum, die zu stellen und das dem Ding Ende zu setzen. So, Lucy wird von Trini Alvarado gespielt. Die hat mit 37 Credits echt noch gar nicht so viel gemacht. Also Betty und ihre Schwestern war, glaube ich, ein Film, den man kennen könnte. Und jetzt war sie ja auch in The Staircase dabei. Auch wieder so eine Emmy-nominierte Serie aktuell. Ist noch aktiv, ja. Ja, okay. Ihr Mann, Ray, wird von Peter Dobson gespielt. Der ist dann übrigens relativ schnell auch tot und dann auch eigentlich den Rest des Films als Geist unterwegs. Er ist super, er ist super. Ey, und Peter Dobson, Alter, das war der Typ, der zumindest körperlich den jungen Elvis in Forrest Gump gespielt hat. Ach, der auf dem Bett sitzt, okay. Ja, den man aber auch eigentlich nur so in der Unschärfe hinten sieht. Ja, Jeffrey Combs spielt hier noch einen FBI-Agenten, die kommen nämlich irgendwann auf den Plan Milton Dammers. Und ich meine, den kennen wir wahrscheinlich aus Re-Animator. Er ist ein Gott. Jeffrey Combs ist Gott. Und der hat echt eine krasse Fanbase, also das ist schon lustig, weil der haut hier schauspielerisch so auf die Kacke. Also es ist eigentlich maßlos drüber, was der spielt. Macht er immer, ja. Ja. Und es ist aber hart, wie krass Leute den dafür feiern. Das ist schon wieder echt lustig, weil manchen Kritiken, die man sich so durchliest, da wird er immer speziell erwähnt. Der hat echt eine Fanbase. Ja, der ist auch so, ich sag mal, wenn der über Overacting von Nicolas Cage liest, so, dann lacht der sich halt ins Fäust. Naja, klar. Der nochmal drei Dinger draufsetzt. Steckt da locker in die Tasche. Super Typ. Ja, und dann echt so ein paar 80er Größen. Die Wallace spielt hier noch eine recht große Rolle und das finde ich schon auch lustig, weil das ist ja schon so die Vorzeigeliebe Mutter immer. Und hier ist sie recht fies unterwegs. Jake Busey. Surprise, surprise. Und dann spielt R. Lee Ermey hier noch mit. Da ist er wieder. Ja, aber im Endeffekt ist das halt hier einfach seine Kubrick-Rolle. Die heißt doch, glaube ich, sogar genauso, ne? Ey, das war halt das Ding. Also Peter Jackson hatte den so angelehnt, dass das so ein Drill-Sergeant auf dem Friedhof ist, weil er ist halt auch ein Geist. Und es ging immer darum, okay, wir brauchen halt jemand wie R. Lee Ermey. So, der soll das auch genau so spielen. Und das fanden die dann aber alles doof, was sie sich dann angeguckt haben im Casting. Und dann dachten sie halt irgendwann, okay, kontaktieren wir ihn direkt. Und er hatte Bock. Das hatten wir ja auch oft, dass wir sagen, so, ja, type like Vin Diesel. Genau. Und wo er dann fragt, so, warum fragt ihr mich denn nicht, ob ich vielleicht könnte? So, Rolle muss sein wie Danny Trejo. Ja. Und am Ende spielt er das Ding. Der spielt auch alles. Der sowieso, ja. Ja, aber eben im Grunde ist es halt wirklich Fullmetal Jacket. Ja, also, was er hier macht, deswegen keine große Veränderungen dahingehen. Okay. Aber fand ich natürlich ganz nett. Ja, deswegen, also, ich muss gestehen, dass natürlich jetzt die Kinofassung so lange her ist, dass ich keinen nicht sagen könnte, wo da die Unterschiede liegen. Na gut. Ich fand den nicht langweilig. Also, ich finde eigentlich, der hat ein ganz gutes Pacing. Mhm. Bedient schon so ziemlich jedes 90er-Klischee, was du von so einem Film erwarten würdest. Damit bin ich aber fein, weil ich mag die 90er ja mal mindestens genauso wie die 80er. Deswegen ist das für mich immer noch ein echt unterhaltsamer Film. Also, ich mag den. Okay. Irgendwie hat der bei mir einen Stein im Brett. Aber der hat halt auch einen sehr eigenen Stil, ne? Ich finde, der hat so diesen nerdigen Humor, wo sich die Masse nicht ganz drauf einigen kann. Also, ich kann es, glaube ich, schon verstehen, warum der nicht so groß ankommt. Ja, also, ich weiß nicht, ob es was damit zu tun hat, dass der damals im Kino halt auch ziemlich unterging. Hat aber viel auch, also, der Kinostart oder der Kinoflop, das hat viel mit dem Start zu tun, den die halt verbimmelt hatten. Weil Zemeckis und Jackson wollten halt das Ding zu Halloween rausbringen, 96. Und die Studios wollten das aber nicht. Und dann wurde das Ding im Sommer rausgehauen, was halt für so einen Film auch ein bisschen weird ist, einfach. Und dann, deswegen hat der in den Kinos auch nicht gut performt. Also, der hat 30 Millionen gekostet und hat nur genau diese knapp wieder eingespielt mit 29, noch irgendwas. Also, das war ein Flop. Und in Deutschland ist der ja dann erst, habe ich mal nachgeguckt, am 1. Januar 98 rausgekommen. Also, keine Ahnung. Also, zu wer lebert, der für ein Rating hatte in Amerika? Weil, wenn er da auch irgendwie rated R war oder so. Ja, meinte ich ja eingangs, dass der zum Kinostart war, der hat ab 18 freigegeben. Ja, bei uns ab 18 war. Ja, rated R. Oh, krass. Naja, denn, wie willst du den vermarkten? Das war eh, also, mit der MPAA war noch so ein Problem. Die mussten da verhandeln mit der Zensurbehörde hin und her, ne? Weil die hatten natürlich eigentlich so ein PG-Rating angestrebt. Aber das wurde dann eben alles ein bisschen zu düster. Und Peter Jackson ausgerechnet dran, ja. Naja, das war, also, am Anfang hieß es auch noch am gewissen Punkt, dass Tim Burton Regie führen sollte. Sam Raimi war auch mal im Gespräch. Hey, die beiden, die passt. Finde ich auch, ja. Das heißt, Tim Burton war doch für The Fly im Gespräch kurz, oder? Mhm. Autsch. Ja. Ja, und die Studios haben den dann halt im Sommer released. Und das Ding ging natürlich nach hinten los, weil das hat halt dann nicht funktioniert. Und ich weiß nicht, ob daran halt auch das Ding hängt, dass der halt nicht gut ist, dass man irgendwie... Da kannst du halt manchmal nicht steuern, ne? Das ist halt so ein Film, der den halt leider verkackt hat. Ich hab halt auch irgendwann mal das Adresse so an Michael J. Fox verloren, weil mit der Zurück in die Zukunft Trilogie, Teen Wolf und so, war er für mich mega. Ja. Verdammten des Krieges, wo er dann so eine ernste Rolle gespielt hat, war er auch noch richtig gut. Das war Casualty of War. Casualty of War. Ja, den hab ich ja noch nie gesehen, leider. Und dann kam hier ein Concierge zum Verlieben und Doc Hollywood und so. Ja, Doc Hollywood und sowas, ja. Und dann dachte ich so, boah, nee, ey. Und deswegen hab ich das danach nicht mehr so richtig verfolgt, was der da gemacht hat. Ja, und das geht hier auf jeden Fall auch noch in die Richtung. Finde ich auch. So, man könnte aber schon auch ein bisschen was aus Zurück in die Zukunft in dem Film sehen. So wie er sich hier durch den Film stolpert, geht schon auch noch ein bisschen in die Richtung, finde ich. Ja, also kann ich alles verstehen, aber irgendwie macht er mir trotzdem Spaß. Apropos Zurück in die Zukunft, ne? Das ist einer der Trailer-Effekts, finde ich ganz geil. Es gibt hier nämlich noch eine Figur von John Astin. Das ist so ein ganz alter Geist. Der heißt The Judge, weil der irgendwie zu Western-Zeiten war. Das ist halt irgendwie so ein Richter. Und der ist halt auch mit Colts unterwegs und so. Und Michael J. Fox hat's andauernd verbimmelt. Und hat den Im-Take anstatt Judge immer wieder Doc genannt. Wegen Back to the Future. Ja, natürlich. Wegen Christopher Lloyd und Back to the Future. Und hat so halt echt etliche Takes versemmelt. Ein geiler Funfax. Irgendwie sympathisch. Ja, ich meine, das war natürlich die Rolle seines Lebens. Wird's wahrscheinlich auch immer bleiben. Buddies for Life. Ja. Wobei man auch sagen muss, wenn man sich so die Effekte anguckt und die Ausrichtung vom Humor und alles, hat halt auch schon sehr große Ähnlichkeit halt mit Ghostbusters, ne? Ja, also da, finde ich, sieht man halt Zemeckis und sowas drin, ne? Weil, oder? Nee, Reitman. Nee, Reitman, stimmt. Das war Ivan Reitman. Naja, aber voll. Also bin ich eh bei dir. Da fühlt sich vieles irgendwie so aufgewärmt von Ghostbusters an. Oder eben, man erkennt so Elemente aus allem Möglichen, was irgendwie in die Richtung passt. Und bin da irgendwie bei dir, dass du sagst, der bringt jetzt nicht was Mörder-Eigenes, wo man sagt, so, das findest du nur in dem Film und deswegen lohnt er sich. Ja, aber wenn andere daran Spaß haben, ist, also, wenn du sagst, das ist ja auch fein für mich. Also, cool. Naja, es gibt ja auch Leute, die fangen die Strategie lieber gut recycelt als schlecht neu gemacht. Bin ich komplett davon. Ich bin einer der ganz wenigen, der großen Spaß an Fortsetzungen und Remakes hat. Okay. Liebig. Ich finde, es ist eine der größten Sachen, immer zu gucken, wenn ich, zum Beispiel, jetzt hatten wir auch das Gespräch, jetzt hatte ich eine Diskussion mit einem Kumpel jetzt ewig lange heute über WhatsApp, wie würde ein Remake von Fliege aussehen? Na klar, würde ich es mir angucken. Aber wie sollen sie das machen? Und das ist ja schon ein Remake, ne? Genau. Das ist schon ein Remake. Und, also, ich finde es immer wahnsinnig interessant. Mir nimmt ja das Original keiner weg. Auch irgendeinen ersten Teil nimmt mir doch keiner weg, nur weil der zweite Teil dann schlecht ist oder so. Aber ich finde es immer wahnsinnig interessant, ob jetzt Remake oder Fortsetzung. Du hast natürlich auch noch den Druck, du weißt, der Vorfilm war ein finanzieller Erfolg. Damit muss jetzt das Marketing umgehen. Du weißt, wahrscheinlich hatte der erste Teil gar nicht so einen Druck, weil eh keiner wusste, was da produziert wird oder ob das überhaupt erfolgreich wird. Das alles kommt mit rein. Wie machen die Kreativen auf Drehbuchebene, wie gehen die damit um? Und diese ganze Maschinerie, kriegen sie das hin oder kriegen sie das nicht hin? Finde ich wahnsinnig interessant. Natürlich machen sie das wegen Geld. Film wird immer noch wegen Geld gemacht. Keine Illusion in die Richtung. Aber wie gehen die an die Sache ran? Welche Produzenten haben welche Idee? Wie wollen sie da Geld rauskriegen? Ich finde das wahnsinnig interessant und gucke mir deswegen Remakes und Fortsetzungen wahnsinnig gerne an. Also ich bin da immer ja nicht so, haben die keine eigenen Ideen, weil ich immer völlig Quatsch finde. Schon in den 30ern haben sie alles neu aufgewärmt und weiss ich nicht was. Naja, dass das nicht aussterben wird, ist klar. Aber es ist sehr, sehr viel geworden auf jeden Fall. Also wir haben da geguckt bei den Kinoprojekten, die rausgekommen sind, da waren irgendwie von 20 Filmen, waren vielleicht zwei bei, die komplett irgendwie auf nichts basiert haben, weißt du? Ich hatte das doch neulich, aber da ging es nur um Serien, ne? Oder nee, war das eine Statistik für alle? Das ist ziemlich wieder gefährlich. Ich habe nämlich neulich eine Statistik gelesen, wo es hieß, letztes Jahr waren so und so viel Prozent der ganzen Produktion Originals, respektive so und so viel Prozent, waren eben auf Neuauflagen von schon bestehenden Stoffen in Romanform oder eben auch Film- und Serienform. Geht's um die großen Filme, glaube ich, oder um die hochbudgetierten? Nee, nee, das waren, waren das nur hochbudgetierte? Wenn du so eine A2-NIV-Filme dann noch reinnimmst und die ganzen Indie-Produktionen, das sind ja... Immer, dass du dann in der Summe, weil es waren irgendwie drei Viertel oder so, also 75 Prozent, waren halt Dinge, die es schon mal in irgendeiner Form gegeben hat. Und deswegen die Entwicklung, was das angeht, das ist halt das, was Guest meint, ist schon echt sehr viel krasser geworden. Klar gab es schon immer Stoffe, die neu interpretiert wurden, aber du hast aktuell einfach eine Mehrzahl an Stoffen, die einfach neu aufgewärmt werden. Aber ich glaube, das ist eine Wellenform, weil sich ja der Markt ständig ändert und jetzt ist halt gerade alles wahnsinnig teuer. Und das Studiosystem, jetzt komm, aber jetzt haben wir zum Beispiel die Streaming-Dienste, die sich das viel mehr leisten können, auch mal in Projekte zu stecken, da wenig Budget zu machen. Klar landet das nicht mehr im Kino. Ja, umso erschreckender, dass auch gerade in dem Bereich halt so viel einfach neu aufgelegt wird. Bei Stream oder Kino jetzt? Im Streamern. Kino ja sowieso, aber bei Streamern, die machen da ja mit. Weißt du, jetzt hast du Wednesday als Netflix-Serie zum Beispiel gerade so der Hype. Ja, war ja auch scheiße. Ja, also unabhängig davon, das ist einfach Addams Family, weißt du, also das meine ich, das basiert halt auf einem Stoff, den es schon gegeben hat und deswegen so das, was sie Original nennen, ist halt nicht. Aber nennen sie das so, vermarkten sie das so? Naja, also es gilt ja als Netflix-Original, sobald es für Netflix produziert wurde. Ja, und damit ist aber der Original-Gedanke halt irgendwo dahin, weil also Wednesday als Original zu bezeichnen, finde ich halt frech. Ich finde, da hängt es immer davon ab, wie sehr man ins Detail geht, weil ich glaube, jeder zieht eine Idee irgendwo raus und egal, selbst irgendeinen Originalfilm, der vielleicht nicht auf einem anderen beruht, der hat seine Idee halt wahrscheinlich aus irgendeinem Buch oder weiß ich nicht was. Ja, ja, aber hier nimmst du eine Figur aus einem bestehenden Franchise oder halt etwas, was es schon mehrfach gegeben hat und erzählst halt diese Figur weiter. Naja, das ist nicht gerade dezent. Ich sage ja nicht, dass man das nicht machen soll, ich finde es halt nur krass, wie viel es in der Summe ist und das ja sowieso, dass es so vermarktet wird, dass dann die Zielgruppe, die damit angesprochen wird, sich überhaupt nicht dafür interessiert, ob es das schon mal in irgendeiner Form gegeben hat. Weißt du, du bist da ja, du tickst da ja offensichtlich anders, aber Leute in meinem Umfeld, die ich frage, so, wenn sie Wednesday geguckt haben, irgendwie drauf ansprechen, so, ja, okay, cool, kennst du denn auch die Addams Family Filme und 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 oder noch weiter zurück? Das juckt die überhaupt nicht, ob es das schon gegeben hat oder nicht. Das ist jetzt meine Frage, klar, ich interessiere mich dafür, ich gucke dann immer, wo kommt das her und so, warum sollten sie das? Ja eben, das ist deren Argumentation, warum denn? Ja, aber sag ich auch, also ich sehe das auch anders, aber meine Meinung, genau wie jeder andere, zählt ja sowieso. Nee, darf natürlich jeder sehen, nur das Ergebnis davon ist, dass du eben viel mehr Adaptionen von schon bestehenden Stoffen hast, aktuell, als noch vor weiß nicht wie vielen Jahren. Und klar, ich bin bei dir, dass das immer auch Phasen sind, aber der aktuelle Stand gerade ist halt beschissen. Genau, wir sind in der Hochphase, also ich sehe das immer so, weil ich ja auch das Hollywood-System oder so mich mit beschäftigt habe, als das halt aus jüdischer Hand alles groß gemacht wurde und so. Und du hattest ja schon in den 10er Jahren, 1910 und so weiter, da war halt das große Ding, das weiß ich nicht, da hattest du ein Buch, was innerhalb von zwei Jahren zehnmal verfilmt wurde zum Beispiel. Dann hast du die 30er gehabt, die halt die 10er remaked haben, dann hast du die 50er Hammer Studios, die die 30er alle geremaked haben und irgendwann hattest du selbst bei den 30er Filmen am Ende den achten Teil von Dracula gegen den Wolfsmenschen im Horrorhaus des Frankensteins und so. Also du merkst immer, wie alle 20 Jahre da so eine Hochphase kommt. Und je weiter wir voranschreiten, desto größer ist auch die Speisekarte, wo man darauf zugreifen kann, filmischerseits. Komplett und das Problem, was gerade unsere oder wir, die sich jetzt viel mit Film beschäftigen, wir sind genau so groß geworden, dass uns das sehr, sehr bewusst wurde und wir natürlich auf die 70er und 80er zurückschauen. Und das ist natürlich das Jahrzehnt, gerade die 70er, wo sehr viel Eigenes gemacht wurde, weil das Studiosystem das auch erlaubt hat. Das Studiosystem heute erlaubt das nicht. Du kannst als Studio keine 100 Millionen in die Hand nehmen und sagen, ach, wir probieren einfach mal. Nee, nee, klar. Und deswegen sind ja gerade auch kleine Studios so interessant und vielleicht bin ich deswegen auch so ein A24-Fan, weil man da halt merkt, die haben diesen Druck nicht. Die können größtenteils machen, was sie wollen. Das Traurige ist auch, Blumhouse hat keinen Druck finanziell. Das ist das Traurige. Nicht bei ihren Budgets. Nee, klar, die machen es trotzdem. Gut, aber da ist halt dann das Strickmuster eben so, wie wir es bisher gemacht haben, hat es funktioniert und die Marge gibt denen ja recht. Also das, was sie damit machen, die Rechnung geht ja auf. Ist ja auch nicht alles scheiße. Ich will jetzt Blumhouse nicht schlecht machen. Nee, nee, nur dieses generische Strickmuster, das da verwendet wird, das hat ja damit seine Berechtigung, weil es gibt ja sehr offensichtlich Leute, die sich das reinziehen. Und natürlich hat auch alles andere, was neu adaptiert wird, irgendwo seine Berechtigung. Ich finde es halt nur aus so einer künstlerischen Perspektive irgendwo traurig, dass es immer weniger Originale gibt. Eben Dinge, die neu erdacht wurden, Dinge, die man sich komplett eigenständig ausgedacht hat und nicht gesagt hat, hey, es gab doch mal irgendwie in den 80ern eine Figur so und so, lass doch davon mal was neu erzählen. Also ich mag halt auch Sequels und so, aber es ist auf jeden Fall eine sehr unkreative Zeit, wo man dann auf diese Sachen zurückgreift. Unterm Strich ist es halt das, weißt du, unser aktueller Stand, der schreit einfach nicht gerade nach großer Kreativität. Komplett, also ich würde mich auch sehr interessieren, ich möchte mal wissen, in 20 Jahren jetzt, wenn wir unsere Kinder fragen, die blicken ja dann auch zurück. Und ich meine, wir sagen, ey, in den 80ern Robocop, Terminator, Total Recall, Rambo, Rocky, oder 70er denn noch. Die ganzen großen Franchisen, natürlich kommen die auch als Erste. Ey, was sagen die aus unserer Zeit, außer das MCU? Bevor man einfach Respekt haben muss, okay? Ja, eben, was bleibt da? So, vielleicht ein paar Christopher-Nolan-Filme? Fluch der Karibik, aber alle so eine großen, eher Franchise sind. Ja, Franchise gibt's natürlich auch. Ja, die, Harry Potter und alles. Also klar, Star Wars und so, das ist ja nicht tot zu kriegen. Aber was ist eben, von welchen können die dann rückblickend sagen, das ist aus dieser Zeit entstanden und da ist das groß geworden und davon haben wir heute noch was. Ja, da muss man aber Leute... Also am ehesten noch Harry Potter, oder nicht? Ach so, du meinst jetzt nicht von den einzelnen Filmen, du meinst jetzt von den Franchises, oder? Naja, so von Dingen, die in unserer Zeit groß geworden sind, die vielleicht zum Franchise wurden oder halt auch nur so einen Eindruck hinterlassen haben, dass man da eben in 20, 30 Jahren noch drüber spricht. Potter ist schon gut. Ich würde sagen, die Nolan-Ära generell, so Inception, so die Geschichten. Ja, die Batman-Trilogie definitiv. Ja, eben. Das meinte ich ja, so Christopher-Nolan-Filme. Aber selbst Batman hatte man auch schon halt mit Burton in den 80ern. Ja, ja. Aber das sorgt halt bei mir so für Freude, wenn halt Filme wie Oppenheim herauskommen oder selbst dieser Barbie-Film, weil ich sage, ey, das ist wenigstens was Neues. Genau. Deswegen freue ich mich auf so eine Filme, weil das eben nicht aus einem bestimmten Franchise entspricht, sondern einer neuen Idee entspringt und das sind die Filme, auf die ich dann letztendlich gespannt bin. Mhm. Aber ich bin bei dir, was die Einstellung angeht von wegen der neuen Indiana Jones. Wir werden ja natürlich gucken, wir sind super scharf drauf. James Mangold, baby. Und ey, und wir haben Bock und du bist ein fähiger Regisseur. Aber ein bisschen Angst habe ich trotzdem. Ja. Aber er macht nicht die alten Teile kaputt. Das ist wie du sagst, dass es Leute gibt, die sagen so, ja, zerstört dann irgendwie die Serie oder zerstört das Franchise. Du hast doch immer noch drei geile Teile, die du gucken kannst, weißt du. Eben, eins, drei und vier. Was? Vier? Ja, das Argument, ich muss es leider sagen, ich hatte mit vier, da kommt der Unterhaltungsaspekt wieder, ich hatte mit vier wahnsinnig viel Spaß und mit Teil zwei habe ich überhaupt keinen Spaß. Wow. Warte, warte, warte. You gotta get out. You gotta save yourself some pain. Ohne Witz. Alter. Bitte was? Oh fuck, okay. Dafür kriegst du... Hey, cool. I have a new worst moment. Mein Lieblings-Indiana-Jones ist The Temple des Todes. Der Beste von allen. Du, ihr kriegt oft dafür auf die Fresse. Da krieg ich schon auf die Fresse. Ja, ja. Aber, ähm... Was beim Zweiten, aber der wird doch generell, das ist doch wie so ein Underground-Ding cool zu finden. Den finden doch viele... Ist das so edgy? In meiner Bubble sagen alle Teil zwei, sagen bei mir, ja. Was? Also Flo vom CET hier, der quasi Chef, der sagt auch, ey, Teil zwei. Der Andi hier von Rocket Beans sagt ja auch Teil zwei, alle immer so Teil zwei. Sehr gut. Ja, ich mag den. Ich mag den auch, also als Beste, weiß ich nicht. Ich glaub, ich fand die ja alle... Ich find ja, ja, ich bin ja auch ein bisschen gegen den Strom, weil ich den dritten nicht so gut finde wie die ersten beiden, aber immer noch geil. Aber der vierte, Alter, das ist... Boah, hab ich mich aufgeregt. Also den... Es gibt wenig Filme, die mich wütend machen. Also der und Matrix vs. Resurrection, das waren zwei Filme, die mich richtig wütend gemacht haben. Oh, gutes Beispiel, ja. Mir fällt jetzt ein, ja. Da wollte ich mich selbst waterboarden. Den vierten unterhaltsamer als den zweiten zu finden, find ich so krass. Das ist eine krasse Auszeichnung. Aber der hatte für mich damals, oder wann hast du den zweiten denn gesehen? Schon auch noch in, nenn du das jetzt mal, deiner Kindheit? Oder war das erst vor zwei Jahren? Die Jones-Filme hab ich so mit, ich sag mal, so 19, 20 alle so geguckt. Ich glaube, so im Zuge, als Teil vier dann auch rauskam, hab ich den ersten, hab ich irgendwann mal so halbbewusst als Kind mitgekriegt. Und dann hab ich die alle, als der vierte rauskam, hab ich mir die alle, also gekauft, geguckt. Und dann war der zweite... Dreh mal das Mikro in deine Richtung, du sitzt gerade dran vorbei. Der zweite, der... Erstmal hab ich das überhaupt nicht verstanden, warum muss der ein Jahr davor spielen? Das check ich bis heute nicht, weil das überhaupt nichts ausmacht. Das Kind geht mir wahnsinnig auf den Sack. Hier, wie heißt der? Wie heißt der? Shorty. Shorty. Und die Frau ist ja einfach mal, die, die willst du ja einfach nur wegschmeißen. Alter, Schere. Wegschmeißen. Wow. Die find ich so schlimm, ja. Weil der hatte für mich halt so, als damals recht junger Typ, hat der echt Eindruck hinterlassen, ey, allein... Dieser Stein und so. Ey, wie die die Schlange aufschneiden, Alter, das war für mich, das hat sich so eingebrannt in meinem Hirn. Also da geb ich dir recht, also die brutaleren Szenen, da hab ich auch davor gesagt, oh, das ist aber intensiv, also wo die da vorne und ihm das Herz da rausschneiden. Oh Gott, wie er mit der Hand in die Brust greift, Alter. Genau, das sind auch die Szenen, wo ich sage, oh, das ist, das ist schon hart an der Grenze, so, da reizen sie ganz schön aus, aber alle drumherum, mochtig irgendwie, nee, abgefahren. Ja, ist ja kein schlechter Film, nicht, dass ich hier sage, ist ein schlechter Film, aber ist schon... Naja, offenbar der Schlechtere als Teil 4, ist auf jeden Fall ein Statement. Ja, willst du sagen, der Kühlschrank war nicht cool, oder? Nee. Oh, damit fahre ich gar nicht was an. Besser nicht, ja. Achso, hey, wir haben ja noch was zu The Frighteners, ne? Ja. Da waren wir ja ursprünglich. Genau, was habe ich noch nicht erzählt eigentlich? War es das, glaube ich, doch. Das ist schön. Ja, ich kann auch die Punkte erzählen. Das kannst du gerne machen. 7,1 gibt es auf IMDb, Metascore ist bei 52, das ist gar nicht so doll. Rotten Tomatoes von der Kritik im Schnitt 6,2. Publikum 3,7 von 5 und Letterboxd 3,4. Hab ich den hier bewertet? Also verhaltene Begeisterung bei allen. Und das ist auf keinen Fall mein liebster Peter Jackson Film, weil ich mag zum Beispiel seine King Kong Version auch tierisch gerne. Den auch, ist gar nicht so lange her, dass wir den hier hatten, weil ich den auch erst vor kurzem mal wieder geguckt habe, so von dem echt fett. Da habe ich mir nämlich auch mal den Director's Cut angeguckt, weil der ist ja auch nochmal ein ganzes Stück länger. Der ist wahnsinnig, genau wie bei Herr der Ringe, irgendwie halbe, dreiviertel Stunde. Naja, eben. Aber fand ich cool. Ich finde bei dem, merkst du nicht, dass der so lang ist. Ich finde die Connection so geil von Peter Jackson und diese ganzen Kong-Verfilmungen generell, das war ja so gewesen. Kennt ihr Octalus? Von Stephen Sommers, Deep Rising? Mit dem riesen Kalamari, der das... Ja, also ich weiß, dass es den Film gibt, aber ich habe ihn nicht gesehen. Ist ja von Stephen Sommers, der halt auch die Mumienfilme und so gemacht hat und den schrecklichen Van Helsing. Und am Ende von Octalus, da landen die denn die Überlebenden auf einer Insel und du siehst im Hintergrund schon so einen brennenden Berg und dann kommt noch was durch den Dschungel da, was die Bäume so zur Seite und dann kommt dieser Running Gag, das ist unser Hauptheld, der natürlich überlebt hat, sagt, und was jetzt? So, das sagt er halt im Film öfter. Und das war eigentlich gedacht, dass Stephen Sommers den Kong-Film macht und durfte er dann irgendwie nicht machen. Und dann haben sie an Peter Jackson gedacht, weil der ja am Anfang von Braindead, das spielt ja schon auf Skull Island. Ach. Ja, ja, da musste man den Film machen, da steht so Skull Island und da holen sie ja diesen Affenratte, die Affenratte, holen sie da. Ja, und dann, so sind sie dann auf ihn gekommen, haben ihn gefragt und dann durfte er natürlich eher Peter Jackson das Ding machen und hat abgeliefert. Ja, hat er gemacht, hat er abgeliefert. So ein guter Popcorn-Film. Ja. Da hat er gezeigt, dass er doch eben auch familienfreundlich kann. Nicht nur Rated R. Und siehst du, Van Helsing ist nämlich für mich auch wieder so ein Beispiel. Ist auf jeden Fall ein beschissener Film. Ja. Aber der hat mich damals in der Sneak-Preview überrascht und ich hatte da echt meinen Spaß mit. Der hat mich im Kino echt unterhalten. Auch wenn mir bewusst war, was das für ein Schrott ist. Das ist natürlich... Man tickst auch manchmal unberechenbar, Alter. Ich habe noch zwei Fragen. Ich habe noch zwei Fragen. Ich habe die vorletzte Folge von euch gehört und da wurde einmal davon gesprochen, dass sich irgendeiner die Green Lantern-Hose anzieht. Wer ist hier ein Bruder im Geiste und findet wenigstens den Extended Cut von Green Lantern gut? Vier Sterne von mir bei Letterboxd. Yes. Du magst den auch? Ja. Sehr gut. Also die längere Version. Die Kinofassung ist tatsächlich scheiße. Aber ich habe das schon erzählt. Ich fand den Comic auch damals cool, dass der mit seinem Ring da voll die geilen Sachen machen konnte. Das war für mich so voll fancy. Insofern konnte ich mit der Figur eh was anfangen von klein auf. Sehr gut. Und die zweite Frage ist, ihr redet davon, dass irgendein Dracula enttäuscht hat. Welcher Dracula und wem? Guess natürlich. Das war ich wieder. Das geht um das Original Universal Dracula aus den 30er Jahren. Das Original Schwarz-Weiß mit Bela Lugoschi. Nee, nicht die spanische Version. Nicht die sexy Version. Die habe ich nicht gesehen. Sondern die amerikanische Version und ich dachte so, Alter, nee, das ist lächerlich. Ich fand Frankenstein mega. Ich fand es richtig gut. Also ich gehe die so ein bisschen durch von Zeit zu Zeit. Ja. Mumi war auch okay. Und dann habe ich mir draufgeguckt und dachte so, boah, Alter, nee, das ist lächerlich. Das ist albern. Das ist bescheuert, wie er das spielt. Steht er in diesem Theater total bedrohlich und so. Und denke so, komm Junge, geh weiter. Sechs Punkte. Komm, Bela, komm. Schöner Versuch, Bela, aber das ist, nee, ist nicht meins. Okay, kann ich so ein bisschen, ja. Da bist du aber schon auf der Seite geiler. Also ich bin ja ein großer Junior-Universal-Fan, habe ja die ganze Scheiße tätowiert und alle Tiere auf der Unsichtbare nochmal groß und so. Den gucke ich als nächstes. Der steht als nächstes auf der Gendern. Unsichtbar, da darfst du nichts Böses sagen. Oh, ich bin gespannt. No pressure. Unsichtbar ist für mich, aber ist auch der Unsichtbare als Film-Monster oder generell Charakter im Film, ist auch, glaube ich, fast, also würde es Hellraiser nicht geben, so fast mein Lieblingsmonster. Ich finde Horror-Man auch geil. Ich fand ihn richtig gut damals. Ja, war's? Gab ja auch viele Hater, die gesagt haben, so. Nee, der ist nicht gut, aber ich gehörte immer zu den Vertretern, die gesagt haben, wieso, war doch ein spannender, geiler Film. Kevin Bacon zeigt seinen Pimmel. Also so schlecht kann er nicht sein. Hat er das? Ja. Das hab ich nicht mehr im Kopf. Nee, fand den auch gut. Ich mochte den auch. Lieblings Dracula? Lieblings Dracula, definitiv Bram Stoker. Der ist großartig. Ja, der ist bei mir auch, glaube ich, so ein 9 von 10 Film. Bei mir würde ich schon zu einer 10 tendieren. Ah, Keanu Reeves und sein Dialekt halt, ne? Ja, aber ey, Gary Oldman, Alter, Winona Ryder, die sind alle, der Rest ist so gut besetzt, mal abgesehen von Keanu Reeves. Ich hab den letztes Jahr im Kino gesehen. Ja, mega. Hat er dir erzählt, ja. Alter, das ist schon scheiße sexy, der Film, ne? Das kommt mit diesem Monster und das ist ein super Film. Ich bin tatsächlich, äh, unrühmliche Meinung, äh, der, der Netflix... Dracula 3D. Der Net... Jared Butler, ne? Ja. Wobei ich da die Backstory, wie er entstand, das gar nicht mehr so scheiße fand. Ähm, nee, der Netflix Dracula. Ach, dieser, dieser Vierteiler oder was das war, oder? Ja. Echt, ja? Das war so, hat Chirus sich mal angeguckt, ähm, hat er mir mal erzählt, das sind so vier Teile gewesen, 60 Minuten eigentlich. Von den Schreiberlingen, die halt Sherlock gemacht haben mit Cumberbatch und die haben danach dieses, äh, Miniseries gemacht und ich dachte, das kann doch nicht werden. Wie heißt die denn? Dracula. Dracula. Nur Dracula einfach. Echt, ja, die ist gut. Und die ziehen halt wirklich alles auf links und eine ganz andere Perspektive und der Dracula-Darsteller hier, der, oh, wie heißt der doch mal, der hat doch ein paar Kinofilme jetzt mitgespielt, der hat so einen ganz komischen Namen. Ich weiß gar nicht mehr, wer den gespielt hat. Ich weiß überhaupt nichts von dem. Wahnsinn. Also die Serie sowieso, aber, ähm, der, der zieht durch, ey. Fände ich richtig geil. Cool. Ja, dass deiner so schwärmt, hab ich bisher auch noch nicht gesehen. Dann haben wir noch einen kleinen Tipp nebenbei. Eher untergegangen. So, jetzt sind wir so oft abgeschweift. Ja. Jetzt seid ihr selber schuld. Jetzt müsst ihr raten, wie viele Punkte ich hier vergebe. Also dadurch, dass du ja immer sagst, du bist sehr versöhnlich und vergibst gern Lieblings, Lieblingerpunkte und so, sag ich, äh, der kriegt bei dir eine Acht von Zehn Unterhaltungspunkte. Acht von Zehn sagst du? Mhm. Hm. Nee, da bin ich nicht. Ich würde sagen, du bist ein bisschen drunter. 7,5. Tja. 7,5 Ideen. Ey, kennt euch einfach zu lange. Das ist schlimm, ne? Ja, ein bisschen Advantage, muss man zugeben. Da weiß man ungefähr, wie der andere so tickt. Ja. Hat er recht. Ja, sieben halb sind es noch geworden. Und guess, du wärst hier bei 2, oder was? Ich hab grad bei Letterboxd geguckt, ich hab ihn nicht gelockt. Und hab mich da mit zwei Sternen von 5 eingeloggt. Insofern, äh, wahrscheinlich eine 4 in unserer, in unserer Punkte-Skala. Tut einfach nur weh. Das ist bitter. Ja, ich traf mich mal mit 4 ein. Tom, mit wie vielen Punkten dürfen wir dich denn eintragen für The Frighteners, wenn du da welche vergeben möchtest? 7,5 muss ich ihm auch geben. 7,5? Ja, ja. Die Einigungsfahrer-Klingel für diese beiden Herren. Das ist so geil, wie selbstverständlich du gerade zu dieser Klingel gegriffen hast und Tom nur so, what's happening? Ey, ich glaube, die ganze Zeit, wo ich hier bin, diese Klingel noch nicht einmal gesehen. Weißt du, was das ist? Ja, irgendwie so, was das ist, aber... Ja, aber du weißt nicht, wozu sie dient. Und das ist unser Spoiler-Träger. Das Erste, was wir gemacht haben, als wir diesen Podcast ins Leben gerufen haben, ist erstmal kleine Kindermusik-Ezuwende zu bestellen. Ey, da bin ich auch ganz, da bin ich ein richtiger, so ein Spoiler-Nazi, ne? Ich hasse das, wenn ich den Film noch nicht kenne, erzähl mir nix. Ja, eben. Ja, ja, da sind wir sehr sensibel. Und wir hassen das auch, wenn man sagt, haben die Filmfressen aber zugemacht, das hab ich denen auch gesagt, so. Oh, die sind sch... Ja. Die sagen halt so, ja, 7, wer den nicht gesehen hat, selber schuld. Aber es gibt halt auch 16-jährige, 18-jährige Fans, weißt du? Die können nicht alle Filme gesehen haben, die wir mega finden oder die alle geil finden oder die alle 10 Punkte kriegen. Und da muss man auch mal irgendwie so ein bisschen sich reinfühlen und muss denken, so, Alter, das sind Filme so, das haben die vielleicht noch vor sich, so, weißt du? Und da würde ich niemals irgendwas erzählen, so ohne das anzukündigen. Noch schlimmer finde ich, wenn so einer sagt, ja gut, ich spoiler nicht, aber ich umschreib es mal. Also für den Hauptheld, also so ein richtiges Happy End hat der Film nicht. Nö. Ja, selbst klar. Ey, dann sag ich schon, alles klar, entfreunden. Ja. Also... Nee, also ich finde auch Spoiler, man kann spoilern, aber nicht unangekündigt. Also ich finde, du musst dem Hörer wirklich die Chance geben, sich jetzt zu entscheiden, skippe ich das oder höre ich es mir an. Ja, wir lassen mal 20-Sekunden-Regel. Wir sagen, jetzt kommt der Spoiler, dann reden wir noch kurz drumherum und dann so, jetzt müsst ihr Stopp machen und dann noch so fünf... Super. Und manche machen das in einem Nebensatz, hauen die was raus und sagen dann hinterher, ach so, das ist ja ein kleiner Spoiler. Und ich denke mir so, Alter, was? Rastach. Der Allerschlimmste von allen, die ich bis jetzt gehört habe, in Podcasts oder in irgendwelchen Live-Versionen, ist André Bardet, den du vorhin hier gesagt hast. Ja, ja, ja. Oh, der spoilert so durch, ey. Alter, Alter. Weil da wehnt einer einen Film und der sagt, ach, das ist der, wo am Ende das und das passiert, oder? Meinst du den Film? Also meinst du den Teil? Ich denke so, Alter, hast du gerade das Ende verraten? Ja. Wo ich denke so... Das ist ja krass. Und das haut er halt so raus, so völlig, so völlig, völlig unbeindruckend, so völlig ohne Vorbereitung, so einfach so. Naja, ist nicht cool. So von wegen der Frag danach, ach so, am Ende, am Ende passiert doch das und das in so in dem Film, so. Und wo ich dann denke so, warum? Vor allem auch, wenn es nur darum geht, den Film zuordnen zu können, dann musst du dann nicht das Ende als Referenz nehmen. Nur deswegen. Das ist ja nicht mal, dass er versucht, irgendwas zu erklären, sondern er versucht, den Film zuzuordnen. Oh Mann, Alter. Und denke so, das ist super unnötig. Dünn. Ja. Aber ist er trotzdem ein guter. Naja. Nein. Agree to disagree. Okay. Naja, also mit der Praktik hat er sich doch schon echt ins Aus geschossen, finde ich. Ja, deswegen kann ich ihn alleine schon nicht hören, weil ich denke so, okay, da haut jede Sekunde auch eine Scheiße raus, also insofern bin ich ja da schon vorsichtig. Das weiß er auch, aber bei uns Daniel. Da sage ich immer, ey, bevor du über irgendeinen Film redest, bitte, bitte, Spoiler-Paule, ey. Ja, ja, ja. Krasser Scheiß. Kann ja mal irgendwas rausrutschen oder so, aber dieses ständig, so, weißt du, so richtig Bewusstsein und darauf hingewiesen werden, aber immer wieder machen, so, dann denke ich so. Allerdings sind wir da auch, glaube ich, schon extrem, das muss man jetzt auch mal sagen, also... Ja, Peter sagt zum Beispiel, nee, nicht Peter, Manuel ist, oder? Der meinte so, dass es für ihn eigentlich keine Spoiler in dem Sinne gibt, dass ein Film für ihn funktionieren muss, egal ob er, also wenn er ein Buch irgendwie, wenn er weiß, wie das ausgeht, muss das Buch halt trotzdem fesseln. Das ist halt so seine Theorie, also er ist der Meinung, so dieses... Ja, aber ich finde, das darf er ja selber gerne so sehen, aber ich finde, diese Sichtweise anderen Leuten aufzuzwängen und dann zu sagen, in dem Moment scheiße ich halt rauf und Spoiler so viel, wie ich will. Nee, das nur nicht. Ja. Nee, aber das machen die auch nicht, oder? Nee, nee, das machen die so nicht. Nee, aber klar nehmen wir das sehr ernst, aber eben, weil wir halt beide der Meinung sind, wenn du einen Film noch nicht kennst, da geht unter Umständen einfach einiges von dem Spaß, den du vielleicht mit dem Film gehabt hättest, flöten, wenn man dir essentielle Dinge... Ich meine, du hast mir auch, wir hatten ja im Vorsprich auch gesagt, dass wir uns keine Trailer mehr angucken, es sei denn, es ist ein Film, wo wir sowieso schon wissen, was uns erwartet, wie jetzt der neue Evil Dead Trailer oder so Marvel-Sachen und so, klar gucke mir die an, weil ich weiß, was kommt, aber ich hatte den größten Spaß jetzt mit diesem Barbarian-Film, der auf Disney Plus jetzt, den sie sich eingekauft haben, der in Amiland im Kino lief. Ich wusste nicht, ich kannte das Poster und wusste, da steht eine Frau anscheinend in einem Kellereingang. Ja. Das war alles. Ich habe diesen Film geguckt und ich habe 100 Prozent, ich wusste, der Film war zu Ende, hätte ich mir den Trailer oder sonst irgendwas angeguckt, dann hätte er mich nicht so begeistert. Und deswegen, man raubt dem anderen eine Erfahrung und ich finde, das ist schon, wenn jemand weiß, man, der andere ist so ein Film-Geek, für den das Leben bedeutet, für mich sind Filme das Wichtigste im Leben, dann tut das schon weh. Es ist einfach ein verkackter Angriff, Mann. Ja. Und gerade, weil wir es eben auch davon hatten, manche Trailer heutzutage, die erzählen dir halt wirklich schon den halben Film. Ja. So, dass ich dann da sitze und denke, toll, jetzt brauche ich mir den Film noch nicht mehr angucken. Obwohl Lee und ich auch immer verschiedene Ansichten haben, was ein Spoiler ist und was nicht. Also da ticken wir auch nicht immer identisch so. Also Lee erzählt irgendwas aus der Handlung, wo ich gesagt habe, okay, hätte ich nicht erzählt, dann erwähne ich irgendein Cameo, wo ich der Meinung bin, ja gut, das ist jetzt keine große Überraschung, der und der spielt mit und Lee sagt halt so, ja, das wäre eigentlich cool gewesen, wenn man das nicht weiß und so. Also da ist ja auch jeder anders so, was das Empfinden angeht von bestimmten... Ja, aber tendenziell hat er schon recht, nehmen wir das ernster als viele andere und... Das haben wir schon in dem Infotext erwähnt, dass Spoiler bei uns eigentlich eingekündigt werden. Also man kann sich unsere Rezension auch anhören, wenn man die Filme nicht kennt. Ja, und jetzt haben wir noch einen gemeinsamen, weil das war es ja zu meinem. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Highlight. Ja, eigenhändig ausgesucht von dem Herrn hier zu rechten. Ein Mel Brooks Film. Richtig. Ein Mel Brooks Film. Endlich mal wieder. Das habe ich nicht gewusst. Ja, wir grüßen mal Jens hier, weil es ist auf seinem Mist gewachsen, dass wir den in unser Portfolio für Januar aufnehmen durften. Der ist nämlich Auftragssupporter bei uns. Könnt ihr auch gerne werden bei Patreon und Steady mal reinschauen. Und wenn ihr nicht ganz so viel Asche habt, dann haben wir auch kleinere Pakete. Und der Herr wollte The Fly von uns rezensiert haben, alias Die Fliege von 1986 wohlgemerkt, weil auch das ist ein Remake, wie du schon erwähnt hast, von 58 mit Vincent Price damals. Guck mal, wie smoother das mit Patreon und Steady dazwischen geschoben hat. Ey, sehr geil. Künstler, also ein Künstler. Künstler, ja, Marketingmaschine. Läuft. Geil. Ja, Vincent Price hat ihn sogar gesehen. Fand ich ganz sympathisch. Und fand auch richtig gut. Der hat allerdings erwähnt, dass er ihm dann irgendwann mal ein bisschen zu extrem geworden ist. Ja, ne? Er meinte dann sowas wie, irgendwo seid ihr dann übers Ziel hinausgeschossen, aber ansonsten ein guter Job. War ja auch ganz cool. Zu sehr Gentleman für sowas. Ja, ja, alte Schule halt. So weißt du, altes Hollywood. Und hier werden so Gedärme ausgekotzt. Und das kann ich mir vorstellen, dass er denkt so, okay, that's a little bit too much. Ja, ja, auf jeden Fall. Muss für den ja auch krass gewesen sein. Aber wie sieht's denn aus? Also den hier kennen wir alle. Ja, aber hallo. Wie sieht's mit dem Original aus? Nicht gesehen. Du kennst den? Ja. Okay, cool. Ja, weil ich kenn den auch nicht. Es funktioniert immer noch. Also ich hatte mir den damals, weil ich bin auch jemand, der, ich bin ja Sammler von haptischen Medien. Wer von euch war auch der Sammler? Ja, hier. Ja. Und bei mir ist es dann immer ... Das heißt, es war auf jede Frage, aber glaube ich echt ... Ja, das stimmt ja. Bei mir ist das Problem, wenn ich einen Film habe, den ich dann richtig geil finde, dann muss ich da alle Teile von haben. So, ich kann in der Sammlung nicht einen aus irgendeinem Franchise haben und das war dann. Deswegen steht da auch mal viel Müll irgendwie dazwischen. Aber wenn ich halt eingucke, muss ich mal alle gucken. Ja, ich musste mir leider auch Indiana Jones 4 in die Sammlung stellen und ich hab da eh nicht getickt und hab dann irgendwann diesen sauren Apfel gewissen, nachdem ich mich jahrelang gewehrt hab. Aber du hattest doch die coole Ameisen-Szene. Alter, jetzt hör mal auf hier mit Indy 4. Aber da kann ich dich beruhigen, so diesen kleinen Kompletisten, den haben wir glaube ich alle in uns, weil mir geht das mit Franchises auch ziemlich ähnlich. Wenn ich dann einen gesehen hab, dann denk ich mir so, fuck, jetzt muss ich mir die anderen auch angucken. Sogar bei Referenzen, irgendwelche Referenzen auf einen anderen Film oder irgendeine Anspielung muss er dann noch die Filme außenrum gucken. Der ist ja dann noch extremer. Bevor du einen Film guckst? Na, je nachdem. In der Regel mach ich das ja ähnlich wie du. Ich guck mir einen Film einfach an und wenn ich dann aber im Film sehe oder dann anschließend bei der Recherche feststelle, da gibt's eigentlich noch Dinger, auf denen das basiert und so, dann versuch ich das in der Regel schon auch zu gucken. Also ihr könnt zum Beispiel, ihr könnt nicht ins Kino gehen und ich sag mal, da läuft jetzt Humpa Bumper Teil 2. Humpa Bumper 1 noch nicht. Nee, nee, das ist auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Egal, ob's irgendwie so eine Art Anthologie-Film ist, der nur vom Namen her oder so damit zu tun hat, geht gar nicht. Nee, da würd ich auch was. Nee, würd ich auch was machen. Und ich hab ja zuerst gedacht, dass du, du hast Flieger ausgespuckt und da war ich ja schon ganz schnell, da hab ich ja schon, hey, ich weiß, okay, den hab ich noch nicht in der Sammlung, weil der so scheißen teuer ist, wenn du den rankriegen willst. Ich schon 60 Euro für die Blu-Ray. Ach komm, ist es wert. Und dann hast du noch ganz schnell geschrieben, nee, nee, hier das Remake meinst war natürlich. Und ich so, okay, dann packen wir den mal wieder aus dem Einkaufsfall. 60 Euro kostet die, Alter, Alter. Wow. Und ihr habt ja drei Teile von den Originalen, ihr habt ja Fliege, Fliege kehrt zurück und der dritte ist Fluch der Fliege. Es gibt noch einen dritten. Ja, ja. Ich hab das Sequel, hab ich einmal gesehen, fand's auf jeden Fall nicht toll. Das weiß ich irgendwann mal. Sprechen wir jetzt von einem Sequel vom Original? Nee, vom Original. Ich mein vom Original. Ach so, vom Original-Sequel. Okay, alles klar. Genau, der erste Kamel-Gruig 56 war das. Der zweite relativ schnell, 57 oder 58 und der dritte, Fluch der Fliege von 65. Ach, okay. Alle mit Vincent Price? Nee, ich glaub der dritte nicht mehr. Ich glaub war der, oder Halbwissen, Halbwissen. Und ich kann mich auch kaum noch an zwei und drei erinnern, die ihr sehr, sehr früh damals schon gesehen habt und den ersten nämlich nicht. und den hab ich dann irgendwann in meinen 20ern nachgeholt. Moment mal. Ja. Jetzt hast du gerade erzählt, du hast Teil 2 und 3 gelegen, ohne den ersten zu... Ja, ja, ich weiß. Nachdem wir gerade die ganze Zeit drüber gesprochen haben, dass wir das nicht machen. Ja, ich war jung. Ich war jung. Ich war jung und brauchte das Geld. Und, weil ich hatte auch immer Angst, weil ich mein, das ist jetzt kein Geheimnis. Wir haben das ja schon durchschauen lassen, dass Cronenberg, da brauchen wir nicht sagen. Und du hast in den Bildern vom Original immer schon gesehen, boah, Leute, der hat da halt einen Fliegenkopf auf und das sieht aus halt, wie könnte ich auch irgendwie meinem Sohn zu Halloween kaufen, diese Ding, was der da auf dem Kopf hat. Ach ja, so ein Mensch halt. Ja, du siehst halt, dass es ein Menschenkopf ist. Genau. Und ich wollte mir das irgendwie nicht versauen und wollte auch nicht dem Werk gegenüber irgendwie denn doof sein. Und deswegen hab ich mich so gegengesträubt, dass ich auch weiß, dass 2, 3 irgendwie nicht hängen geblieben ist. Und dann hab ich mir den irgendwann angeguckt und wow. Der ist gut, der funktioniert heute noch, der hat eine emotionale Komponente, genau wie das Remake, spielt sehr viel in seinem Keller, auch da unten. Also im Grunde hast du wirklich die schwarz-weiß, kostengünstigere Version von dem Remake. Alles spielt sehr viel im Keller, du hast sehr viel emotionale Zeug. Ich glaub, da ist noch seine Frau, nicht seine irgendwie Freundin kennengelernt, da war er alles noch ein bisschen konservativer. Und das Ende, das ist ja weltbekannt. Also da spoiler ich jetzt nicht. Ich kenn's nicht. Ich auch nicht. Da ist jetzt eine Frage, ne? Nein, brauche ich es natürlich nicht erzählen. Um Gottes Willen, wir wollen ihn noch sehen. Wahrscheinlich, wenn ihr das seht, dann habt ihr das schon mal irgendwo. Ich umschreib euch das jetzt mal. Nee, nee, überhaupt gar nicht. Ihr habt das schon mal bestimmt irgendwo gesehen oder wisst jetzt, wo es herkommt. Oder sonst ist Jans doll bekannt. Und ich find für einen Film von 56. Knie der sich in den Sand vor einer Freiheitsstatue und schreit Nooo. Bis das Ende? Nee, er schreit Freiheit. Ach so. Und ja, nee, großartig. Guter Film, einfach der wunderbar heute noch funktioniert und unerwartet auch auf der emotionalen Ebene auch gut daherkommt und ausholt. Gut zu wissen. Ja, sehr schön. Ja, und Li, du hast nicht erwähnt, dass sich Sibu, der Dritte aus der Sternmitte und sein Schnittchen schon kannten? Doch. Hast du erwähnt? Ja. Dass die schon mal vorher gedatet haben? Ja, ich hab doch, wie, ich hab doch erzählt, dass die zusammen waren. Und ich meine auch, dass ich erzählt hab, wo sie sich kennengelernt haben. Na gut. Dann bist du entschuldigt. Dieser Bikini, ne? Kennst du den Earth Girls Are Easy? Ja, klar. Ja, klar. Wer war noch dabei? Neben Gold. Joe Carey. Ja. Und wer war der Dritte? Wayans. Ach ja, stimmt. Der ist mega. Ne, Marlon Wayans, oder? Marlon Wayans. Marlon ist der Ältere, müsste Marlon sein. Der aus More Money. Witzig. Na, den kenn ich viele. Ich kannte ihn tatsächlich unter dem, der deutsche Titel war noch, wie hieß nochmal dieser andere deutsche Titel, den du genannt hast? Den kenn ich nicht. Boah. Kenn nur Cebo. Ja, unter dem Titel hab ich ihn nicht bekannt. Und er hat einen anderen Titel genannt und sagt, ich fühl mich. Richtig. Weil er hat vor diesem zotteligen Wesen erzählt und mit diesem knalligen Farbe und ich dachte so, Alter, der Film, ich kenne das doch. Earth Girls Are Easy hatte so einen ganz komischen deutschen Titel, unter dem du ihn nicht kanntest. Mein Liebhaber vom anderen Stern. Mein Liebhaber vom anderen Stern. Den Filmtitel hab ich noch nie gehört in meinem Leben. Eieiei. Hart, ne? Das klingt so wie meine Stiefmutter sind Alien oder so. Und ich mein, Earth Girls Are Easy ist auch schon ein schwieriger Titel. Earth Girls Are Easy hat den völlig geil. Ach ja. Ja, aber da auch schon in der Konstellation, ja. Jeff Goldblum und Gina Davis. Ja. So, dann erzähl mal, was hier geht. Ja, wer will? Sollen wir zusammen mal gründen oder wie machen wir es? Gerne zusammen. Guest, du hattest selten das erste Wort, Lobig. Ja, wie hast du schon gesagt? Also, Jeff Goldblum spielt einen Wissenschaftler namens Seth Brundle. Und wir sehen am Anfang, wie er Gina Davis kennenlernt auf so einer Wissenschaftsmesse. Und Lulz ist so ein bisschen ein, indem er, glaube ich, erzählt, dass er ziemlich geile Erfindungen gerade mal laufen hat. Und dass er ein ziemlich krasser Hotshot werden wird in Zukunft. Er wird die Welt verändern. Er wird die Welt verändern. Und sie ist ein bisschen beeindruckt, weil er so dicke Eier zeigt. Weißt du, so ein bisschen diesen Macho raushecken lässt. Würdest du sagen, er lässt den Macho raushecken? Naja, so ein bisschen schon. Er erzählt ja schon, wie geil er ist und so. Und dass das alles so eine konservativen Hängebliebenen sind und so. Und dass die sich mal alle öffnen sollen und mal ein bisschen durch die Hose atmen. Okay. Und die geht dann auch mit ihm mit. Also, die gehen dann irgendwie zu ihm ins Apartment. Und das ist so ein Loft, aber es sieht aus wie so ein Fabrikgelände. Es ist total abgelegen. Es ist so eine Wohnung, wie nur in amerikanischen Filmen Erfinder eine Wohnung haben können. Genau, so eine Erfinderwohnung halt. Und die kommen da rein und das Erste, was er macht, das fand ich auch erstmal so einen krassen Move, ist, dass er sich an dieses Klavier setzt und erstmal auf diesen Klavier rumklimpert. Und sie dann, ihre Reaktion war dann so, okay, maybe this is not a good idea. Ey, da schon, ich finde, schon die Erste, er kommt ja rein und er hat ja als Tür so eine Riesenmetalltür, die er zusetzt. Wie bei Saw 1, so Game is over. Und er macht ja sogar neben ihr dieses Riesenschloss, macht er an seine Tür ran und macht es zu. Ja, Red Flag ohne Ende. Ja, und er hat einen Klavier. Dum, dum, dum. Ja, dann setzt er sich an dieses Klavier. Ja, und die so, ja, vielleicht ist das doch keine so gute Idee, dass ich hier bin. Und so, ja, aber die kommen dann doch noch ins Gespräch und flirten so ein bisschen, lernen sich dann kennen und er erzählt dir, was er denn so, woran er denn gerade arbeitet. Nämlich arbeitet er gerade an einem Projekt, womit er Materie von A nach B transportieren kann, in dem sich diese Materie praktisch oder je nachdem, was auch immer, bis jetzt teleportieren. Das ist, glaube ich, so stark. Und bis jetzt hat er es, glaube ich, nur mit fixen Gegenständen gemacht. Und das demonstriert er ihr mit ihren Strümpfen, weil er sagt so, gib mir mal irgendwas, was du anhast, irgendwas an dir. Das fand ich auch so lustig, ne? Er fragt halt nach irgendeinem persönlichen Gegenstand. Hast du Schmuck oder sowas? Ich dachte, sie gibt ihm den Schuh, aber sie zieht den Schuh aus, um die Strumpfhose auszuziehen. Fand ich schon auch lustig. Ja. Und diese Strumpfhose wird dann von diesem einen, es sind so zwei, wie nennt sich so, es sieht aus wie hyperfuturistische Telefonzellen, aber sind halt so Teleports. Ja. Aber, ja, er packt dann diese Strumpfhose in diesen einen Port, dann leuchtet es krass auf, er löst sich auf und taucht auch in dem anderen Port wieder auf. Und sie denkt natürlich, okay, nicer Trick so, schöner Versuch so, wie funktioniert das, also was machst du, ist das ein Hologramm, wo ist der Trick an dieser ganzen Geschichte? Und dazu muss man sagen, sie ist eine Journalistin. Und Journalisten sind natürlich immer auf der Suche. Was er auch weiß. Ja, er weiß, dass es Journalistin ist und erzählt dafür auf jeden Fall eine ganze Menge fürs erste Date und ist übelst überrascht, als sie dann auf einmal eine Story daraus machen will. Ja, Trottel, ey. Ja. Und sie rennt dann zu ihrem Verleger, der gleichzeitig auch ihr Exfreund ist und ihr Chef. Mit dem geilsten Namen der Welt. Absolut. Wie heißt er nochmal? Status Borens. Ach ja, Status Borens. Ja, stimmt, 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 stimmt. Das ist schon so ein dicker Eiername, ey. Voll. Aber ich finde die Figur irgendwie so lame. Ja, der bricht leider aus. Der ist leider, also der ist für mich, das mag ich in dem Film, weil der spielt den wie so ein, der ist schauspielerisch auch echt schwierig. Der spielt den wie so ein Bösewicht in so einem Thomas Gottschalk-Film, finde ich. Echt? Ich finde ihn gut. Echt? Oder in so einem Bud Spencer-Film. Ich mag den. Der, finde ich, bricht aus. Also ich mag nicht den Charakter, aber ich mag, wie die im Drehbuch so angelegt ist. Das ist auch der einzige, der im zweiten Teil noch mitspielt, oder? Ja. Überhaupt von den Charakteren. Ja. Abgefahren. Ja, und sie ist erstmal, sie reibt mir das Story natürlich zu ihm und sagt so, ey, ich habe hier ein großes Ding, da ist ein Typ. Und das Erste, was natürlich ihr Chef oder ihr Ex sagt, ist, klar, zum Teil auch ein bisschen eifersüchtig, warum sie sich jetzt überhaupt mit anderen Typen trifft. Aber er hatet natürlich gegen ihn und sagt zu ihm, du musst nicht auf jeden Scheiß reinfallen, was die Leute hier präsentieren. Also der will dich ins Bett kriegen, der hat hier irgendwelche Tricks vorzuführen. Also es ist ein, vielleicht ist er ein cooler Kapperfeel, weißt du, ein cooler Illusionist, aber es ist ein Hochstapler, es ist ein Cornman. Insofern glaubt nicht alles, was du siehst, ist für mich keine Story. Und sie so, okay, dann muss ich halt Beweise sammeln. Und Seth Rundle wiederum bekommt das mit und will natürlich komplett verhindern, dass sie da weiterhin rumbohrt und dass sie das in die Öffentlichkeit bringt, weil er ist noch gar nicht fertig mit seinen Forschungen und will das noch gar nicht publik machen. Und dann einigen die sich darauf, dass er sagt, pass auf, was hältst du davon, wenn du exklusiv meine Story kriegst, meine Forschung, du begleitest sie, du kriegst meine Interviews und nur, du darfst sie veröffentlichen, aber in gemeinsamer Absprache. Aber er kommt noch mit seiner Geheimwaffe. Cheeseburger. Ja, die Geheimwaffe Cheeseburger natürlich. Ja, und er sagt auch, es könnte halt auch ein Buch werden, es muss nicht nur ein Zeitungsartikel werden. Richtig, es könnte ein Buch werden und das könnte alles viel größer sein, als du jetzt gerade planst, so mit diesem Peur-a-Peur. Und darauf lässt es sich ein. Und dann können wir auch verraten, dass da eine kleine Liebesgeschichte entsteht aus den beiden. Aber die Experimente laufen nicht immer so, wie sie sollten. Also es geht nicht alles so glatt ab, weil unter anderem gibt es ein Experiment mit einem Pavian. Da versucht er dann wieder ein lebendiges Wesen von A nach B zu transportieren. Auch so ein Ding, ne? Ey, ganz ehrlich, warum nicht eine Ameise oder sonst irgendwas? Ein lebendes Objekt ist ein lebendes Objekt, ne? Warum gleich ein Pfaff? Wo holt der erstens seine Paviane her? Also ich würde den Zoo mal anrufen, ob die irgendwas vermissen. Und wo hat er diese verdammten Paviane her? Vielleicht gab es da einen Pavianladen, ich weiß es nicht. Ey, ich fahre mich auch, warum er das nicht erstmal mit Pflanzen probiert hat. Hier, rent a baboon, ey. Naja, die Sprünge von ihm sind schon sowieso ein bisschen radikal. Also er landet dann relativ schnell auch bei sich selbst in so einer... Ja, aber dadurch, finde ich, hat der Film halt auch ein ganz gutes Pacing. Ja, dadurch hat er... Ich glaube, das wäre einfach ein 4-Stunden-Film, wenn wir diese langsame Steigung hätten. Du kommst jetzt mit einer Pflanze, danach kommt er mit einer Ameise und so. Ich weiß nicht, wie lange dieser Film werden sollte. Und er, zack, gleich Affen. Bis er dann irgendwie nach anderthalb Stunden beim Pavian gelandet ist. Ne, ist schon fein so. Und er ist ein bisschen eifersüchtig, weil sie gerade irgendwie bei ihrem Ex-Freund unterwegs ist. Und das ist der Abend, dieser prekäre Abend, wo er sich dann selbst in diesen Teleporter praktisch so reinstellt, nackt auszieht und dann das Experiment an sich selbst probiert, obwohl es eigentlich noch nicht getestet worden ist, ob der Pavian... Weil einmal hat es nämlich geschafft, diesen Pavian von A nach B zu schicken. Das war dann das erste große Erfolgserlebnis. Aber er wollte natürlich beobachten, ob es da irgendwelche Nebenwirkungen gibt, ob da irgendwas passiert im Laufe der Tage. Das heißt, es war noch gar nicht der Zeitpunkt, dass da ein Mensch von A nach B geschickt wird. Aber er dachte, okay, fick dich. Ich bin sauer, ich bin wütend. Und betrogen. Und betrogen, ich setze mich jetzt da selber rein. Und es schien auch alles glatt gegangen zu sein. Der kommt aus diesem... Er wurde auseinandergenommen, wieder zusammengesetzt und kommt auf der anderen Seite wieder raus in dem anderen Teleporter. Wie ein junger Gott aus dem Nebel kommt. Wie ein junger Gott, genau nackt, wie Gott ihn schuf, kommt aus dem Nebel geschritten. Kleiner Terminator-Moment. Aber es wurde etwas übersehen, was noch mit in diese Kapsel reingeflattert ist. Nämlich eine Fliege. Verstehe ich. Und seine Zellen und die Zellen von der Fliege haben sich halt gleichermaßen auseinandergesetzt und dann wieder gleichermaßen zusammengefügt. Das weiß er nun zu dem Zeitpunkt noch nicht. Das ist erstmal... Die Ausgangslage. Die Ausgangslage, die Story, oder? Ja. Alles, was jetzt ist, ist wahrscheinlich spoilerig. Mhm. Ja. Oder würdet ihr sagen, da geht noch was? Ne, ne, würde ich dabei lassen. Ja. Ja, ich glaube auch, mehr muss man erstmal nicht erzählen. Ne, aber ich bin hier schon, ist sowieso die letzte Rezension. Insofern können wir hier gerne mal ein Spoiler-Kapitel aufmachen, wenn wir dann soweit sind. Ja. Ja. Aber vielleicht haben wir noch irgendwas zu sagen, was jetzt außerhalb der Spoiler stattfindet. Erstmal die Musik von Howard Shaw. Hammergeil. Ach. Richtig guter Score. Alter Falter. Ne. Also ich fand es so Wahnsinn, dass er diesen Score, der wird ja im Film öfter eingesetzt. Diese Main Theme. Und er benutzt den ja in verschiedenen Kapiteln. Also dass du einmal eine dramatische Szene hast, einmal eine, die bedrohlich ist und am Ende eine, die halt melodramatisch ist. Und er benutzt dasselbe Stück und in allen drei Situationen funktioniert die perfekt. Ja. Also das ist, ich sag's da vorne, hab mir gedacht, sag mal, wie? Ich fand's mega. Aber richtig groß. Also jetzt nicht dezent, sondern es ist ein richtig, wie du gerade sagst, ein richtig melodramatisches. Rhythmatischer Score, so wie diese Universal-Filme von damals, weißt du, wo dann Frankenstein, keine Ahnung, wo du dann diese krasse Melodie dann auf einmal hörst, weißt du, so von wegen, jetzt geht's los, jetzt ist Finale, so. Das hast du da auch gehabt, aber es hat, der Score ist perfekt. Also es hat Howard Shaw richtig gut, richtig gut gemacht, den liebe ich. Und Lee hatte ja das Pacing erwähnt und das fällt dir einfach wahnsinnig auf. Der Film geht ja gerade mal 95 Minuten. Ja. Stell dir mal vor, der würde heute mit derselben Thematik rauskommen. Der würde auf jeden Fall knapp über zwei Stunden gehen. Und wenn du diesen Film guckst, ich weiß nicht, wann mir das letzte Mal so aufgefallen ist, dass es so auffallend ist, dass jede Szene, jede kleine Szene bringt diesen Film voran. Es gibt keine Füller-Szenen. Und das ist, du siehst richtig, selbst komplett am Ende, da ist dann passiert, was passiert ist, Schnitt, Film vorbei. Also er hält sich mit gar nichts auf. Und das macht diesen Film so genial, du fängst ihn halt an zu gucken und auf einmal ist er vorbei, ohne dass du irgendeine Szene hattest, wo du jetzt groß über irgendwas nachgedacht hast. Weil du ja auch in jeder Szene irgendwas hast, was entweder, hey, ist da was cool, unterhaltsam, lustig, sexy, Make-up interessant. Also ich glaube, das gibt es ja nicht. Also im Story-Verlauf, Drehbuch ist das eine 10 von 10. Also Wahnsinn. Mit einfachen Mitteln das meiste rausgeholt. Hast du recht. Also jede Szene hat irgendwie seine Daseinsberechtigung. Und man muss es ja mal aussprechen, ich glaube, Gina Davis war neben Michelle Pfeiffer, ich glaube, für mich als junger Erwachsener, der schönste Mensch der Welt. Wie, was mit Vicky Vale hier, Kim Basinger und Co. Nee, ich bin nicht so ein Barbie-Puppen-Fan. Barbie-Puppe, ich fasse nicht. Nee, die ist zwar cool, aber nee, ist nicht mein Typ Frau. Also Kim Basinger ist super cool. Bei dir hätte ich gedacht, Cynthia Rothrock hier. Zumal ich finde, Gina Davis... Die zeigt sich zu offenherzig in ihren Social Medias, das ist übelst abturnt. Ah ja. Ich finde, Gina Davis kommt von der Statur her schon sehr nah an eine Barbie-Puppe. Ja. Schon echt sehr groß und schlank und... Ach so, ich meine so von Haarpracht und so. Und ich finde, Gina Davis, ich meine dann tödliche Weihnachten, da weiß ich, Piratenbrau, die kann auch zuschlagen. Ich brauche immer Frauen, die für sich selbst einstehen können. Und Gina Davis, ey, diese Grübchen, dieses Lächeln und ihre ganze Art. Ja, die hat schon was, ja. Ja, auf jeden. Muss ich sagen, dass auch ihr Charakter, wie oft hast du das, dass du irgendwie, du hast jetzt deinen Haupt, ist ja ein Held, ist er ja auch nicht, aber deinen Protagonisten. Und sie ist halt, wie schnell hätte sie einfach nur Liebchen sein können. Ja. Und sie ist halt stark in ihrer Rolle, ohne in irgendwas Männliche zu verfallen oder so. Sie ist immer noch eine verletzliche Frauenrolle, ist aber stark in dem Moment, wo es sein muss. Und wie sie auch mit Status Borens, da ihren Ex-Freund manchmal umjetet, fängt alles schon sehr richtig. Und da merkst du wieder, ey, Cronenberg kann einfach Charaktere, ne? Also gerade zu der Zeit, zu seiner Body-Horror-Zeit. Mein Gott, ey, was für ein, was ein Regisseur, ey. Und hier führte halt Body-Horror und Creature-Horror zusammen, so, weißt du, man macht so eine Symbiose und added's best. Plus Liebesgeschichte. Plus Liebesgeschichte, ja. Also die Wunde aber funktioniert. Das ist ja, ne? Das gibt einen Spoiler-Part, reden wir am Ende drüber. Ja, Lee, hast du noch irgendwas? Ja, ich weiß nicht, ob ich da so dabei bin, dass diese Liebesgeschichte so hundertprozentig funktioniert. Ich fand da schon den einen oder anderen Moment sehr pathosbespickt. Mhm. Ja. Ja, die Sprünge von wegen so, ich finde dich ein bisschen creepy, bis zu unsterblich verliebt. Genau, so, dass sie dann so, dass sie quasi nicht ohne ihn weiterleben kann und das alles plötzlich für sie auch so existenzbedrohend ist und so. Und die Ausbrüche in die Richtung waren mir schon ein bisschen zu viel, so aus heutiger Sicht. Aber für mich liegt da der Fokus auch nicht von dem Film. Ich fand's tatsächlich, Entschuldigung, ich hab dich schon unterbrochen. Nee, nee, alles gut. Ich fand es so sehr krass, gerade in der heutigen Zeit, wo man viel mehr über diese ganze Gender-Thematik redet, ist man ja jetzt immer schneller darin, einen Film anzugucken und zu überlegen, okay, wie wäre das, wenn die Rollen vertauscht sind? Und ich finde das, ich fand's ganz schön heftig, wie er da liegt. Und sie war, glaube ich, also gefühlt den ersten oder zweiten Tag da, hat die Zeug alles aufgenommen, hat sowieso was ganz schön aufreizend, das schon an mit diesem Hemd, was nur mit einem Knopf da fast zu ist. Und er liegt halt da und überlegt über sein Zeug und sie kommt dann einfach an, sagt, ey, du bist ganz schön süß, weißt du das, legt sich auf ihn rauf und knutscht ihn ab. Aber ich hab mir gedacht, wenn das umgekehrt wäre und der Typ wäre so forsch gewesen, dann hätten wieder alle rumgemeckert. Fand ich für 86, fand ich nicht schlecht. Dazu muss man sagen, dass sie ja, nachdem diese Veränderungen eintreten, sie findet das ja auch ganz geil. Ja, ja, klar. Der zeigt sich ja dann so von Seiten, weißt du, der war ja vorher so dieser quirky Wissenschaftler. Und jetzt auf einmal hat er eine Muskulatur und macht damit halt, macht mit seinem Körper so Sachen, wo sie sagt so, Alter, was geht ab? Du hast schon den Sabber so ein bisschen gesehen. Sie kann ja nicht mal reden. Nee, sie kann nicht mal reden. Sie ist total fasziniert. Wo er an der Stange da lang geht und er kommt ja einfach nur auf sie zu und sie kann ja nichts mehr sagen, geht einfach nur auf ihn zu. Und da habe ich schon gedacht, okay, das Animalische, klar, ich weiß, was du sagen willst, aber ich verstehe dann auch Lieder. Er sagt, okay, das ist manchmal so, weil er so wenig Zeit hat, muss er halt in vielen Szenen ganz schön hoch pokern. Ja, das stimmt, ja. Ja, wobei die Szene finde ich wiederum echt gut, weil die ist da so überfordert mit dem, was der da gerade macht und kann sich eben, kommt nicht drum rum, das irgendwie faszinierend zu finden, sodass die da eben schockgefroren einfach nur hinstarrt. Das kann ich schon, das fand ich ganz gut. Das wäre bei jedem so, oder? Also wenn da irgendeine Frau was macht, wo du sagst, wie schön. Vor allem so aus dem Nichts. Ja. Also der steht ja einfach auf, geht da hin und macht die krassesten akrobatischen Übungen. Aber er hat vorher schon geübt, wie er stehen soll, wenn sie aufwacht und so, wie er da so im Halbschatten und er sieht ja auch mega glänzt aus. Also der hat sich ja auch vorher mit irgendwas eingeregen, haben wir da oft da. Ja, ja, klar. Schnell mal gucken, was er so machen muss. Ne, sieht man doch. Ich weiß genau, welches Öl das ist. Ja, genau. Das habe ich auch damals benutzt. Ja, ich würde sagen, wir hören auf und heißen breit zu reden. Wir machen unser Spoiler-Triangel. Ich notiere hier jetzt die Zeit. Okay. Ja, spoilern wir ein bisschen. Schlage die Spoiler-Triangel, was bedeutet, dass alle, die den Film noch nicht gesehen haben, hier unbedingt wegschalten sollten und nachholen und dann wieder einschalten an dieser Stelle. Mhm. Weil wir reden jetzt wild drauf los, wie es hier weitergeht. Denn, ja, hier gibt es einiges zu bereden auf jeden Fall über einige Momente, die ich schon ziemlich legendär fand. Also erstmal, ich finde es krass, weil er nach dieser Teleportation einen komplett anderen Blick kriegt. Jeff Goldberg spielt das mega. Komplett, ja. Weil der nämlich vorher wirklich dieses harmlose so ein bisschen hat, aber irgendwie so ein bisschen unberechenbar war er schon. Mhm. Aber dann wird es so wirr und dann kriegt er so was, kriegt er so was Durchgeknalltes in seinem Blick die ganze Zeit so. Also schon von Anfang an. Ja. Bedrohliches. Was bedrohliches und das spielt er so gut, weil, ähm, der wird dann immer wieder, der wird immer unberechenbar. Also der steigert das richtig gut schauspielerisch. Ja, es wird halt auch gut von der Maske unterstützt. Ja. Weil so mit jedem Schritt mehr wirrem Mindset siehst du das auch optisch an seiner Haut und, ja, wie so der Verfall losgeht. Und, ja, da wären ein paar, ein paar Szenen wären richtig eklig. Bis am Ende dann. You're one ugly motherfucker. Bis zum Highlight, ja. Das fand ich tatsächlich sehr komisch. Vielleicht bin ich da auch bei sowas sehr eigen, aber das ist ja schon nach der ersten Nacht, nachdem er sich da teleportiert hat, siehst du ja schon, er hatte ja recht reine Haut so, ne? Ja. Recht gutes Hautbild. Und schon nach der ersten Nacht siehst du ja wie das Hautbild ganz schön, also was hat, als hätte man irgendwie dreistet. Drei Wochen nur Scheiße gefressen. Aber das ist ja das Erste, was ich, ja, aber das ist ja das Erste, was man sieht. Also sie sieht einfach menschlich aus, nur mit schlechter Haut. Genau, aber von einem Tag irgendwie auf den anderen, dass sie dann nicht sagt, sag mal, kann nicht sein, dass da doch irgendwas falsch gelaufen ist, weil das ist ja schon sehr auffallend, dass er auf einmal nicht gut aussieht. Sie merkt das erst anhand der Haare, ne, auf dem Rücken. Ja, also Boston hat dann genau der Rücken. Die sie dann untersuchen lässt, ja. Aber ich liebe ja den Moment, der ist mir überhaupt das erste Mal so jetzt in Erinnerung jetzt geblieben, wo er sie voll labert mit seinen Plasma-Welten, dass er in den Plasma-Pool taucht und sie sich nicht traut. Und der erzählt da irgendwie eine Minute lang eine wirre Scheiße, wo ich gedacht habe, oh, das ist ja einfach nur schön. Das ist einfach nur so ein Goldblumen-Moment, wo ich gedacht habe, oh Gott, das werde ich mir sehr oft noch angucken, weil sie einfach nur dasteht. Was labert der für eine Scheiße? Oh, sehr gut. Und er einfach nur ausrastet. Ich finde es unfassbar, dass ich diese Abendrück-Szene vergessen habe. Was? Ich wusste nicht mehr, dass es die gibt, ey. Der kam in die Bar und da sitzen diese beiden Typen und dann ist mir das wie von Schuppen von den Augen gefallen. Ich dachte, Alter, hier war doch die Abendrück-Szene, die ich, ich habe als kleine Junge so oft diesen Film gesehen. Ich habe in den 80ern, das war einer der meistgesehensten Filme von mir, ich habe diese Szene verdrängt. Ich hatte es gar nicht mehr im Kopf, dass es die gab, ey. Mochtest du den so, echt, dass du den hoch und runter geguckt hast? Ich habe den richtig gemocht damals, Mann. Die Fliege war schon einer meiner meistgesehensten Filme in den 80ern. Geil. Okay. Das war für mich ein geiler Film. Bei dir nicht? Ich habe den, glaube ich, nur einmal gesehen. Echt, ja? Nee, bei mir war das so ein, das war ein Film meiner Kindheit. Ja, war in unserem Familienhaus auch auf jeden Fall. Fliege stand so gleich so neben Land der Raketenwürmer und Terminator 2. Okay. Geil. Mega. Boah, aber ich habe dir ja gesagt, ich habe den heute zum Frühstück geguckt. Auch geil. Ist ja auch so ein Film, wo ein... Ich habe auch gegessen bei dem Film, das war an manchen Stellen gar nicht so einfach. Fliege zum Frühstück. Mittlerweile, vielleicht ist es das Alter, Filme schaffen es mittlerweile, dass ich sage, nee, ich mache den jetzt aus, ich will was anderes gucken, wenn ich hier Frühstück hatte, früher nicht das Problem. Und bei dem wusste ich ganz genau, okay, ich weiß ja, wann der zweite Plotpoint so einsetzt und ab dem Moment siehst du ja erst die unappetitlichen Szenen. Und da wusste ich ganz genau, okay, du musst es schaffen, irgendwie in 30 Minuten jetzt zu essen, weil danach geht halt nicht mehr. Das ist ja heute immer noch so. Ey, ganz ehrlich, wenn er da vorm Spiegel steht. Also da wird es schon eklig, ja, mit den Fingernägeln und so. Ey, diese Fingernägel. Also das ist so eklig, wie er sich das gleich abzieht. Ey, der Schmodder, der da aus dem Finger kommt, ist schon auch sehr nasty. Das ist so, ja, was soll das eigentlich sein? Aber du weißt das nicht mal. Du weißt nur, okay, Cronenberg stand da sowieso sehr auf seine Body-Horror-Schichten und natürlich kommt sowas. Aber das ist schon nasty scheiße, ey. Und es gibt für mich, im ganzen Film gibt es für mich keinen Moment, wo ich sage, das sieht scheiße aus. Alles, was Practical Effects, Maske angeht und so, ist jeder Moment für sich, wo ich sage, Alter, das ist alles top of the pops. Es ist unfassbar, wie zeitlos dieser Film ist, nach wie vor, wie ich finde. Also so Kleinigkeiten, die ich immer wieder schön finde, die eigentlich nicht besondere sind, aber ihm fallen die Fingernägel aus und du siehst ja an seinem Computer und so weiter, dass er denn, ab dem Moment hat er Handschuhe an und du weißt dir das immer weiter und ich habe immer eine Frage. Ich fange die Zähne raus. Alter, wie geil ist das denn, wo der auf einmal, wo der sich so Zucker, aber so völlig natürlich Zucker in den Kaffee haut und dann die ganze Zeit so Schokoriegel frisst, weil er die ganze Zeit irgendwie diesen Zucker braucht. Aber was ist das mit dem Zucker? Naja, weil Fliegen gehen doch immer so auf Süßes. Ja, aber doch nicht nur, oder? Aber die haben doch so einen mega schnellen Stoffwechsel, oder? Ja, die haben so einen mega Stoffwechsel und alles, was so süß, Zucker ist oder so. Aber soll das halt so ein unmittelbarer Energielieferant sein, oder warum pfeift er sich die ganze Zeit Zucker? Ja, sagt dir so selbstverständlich, ich hätte es halt mal mit Kohlenhydraten versucht, aber okay. Achso, jetzt kommt der ja als Ernährungswissenschaftler, kommt um die Ecke, Alter, keine Ahnung. Nein, weil es ja auffällig ist, dass er quasi nur noch Zucker konsumiert mit Schokoriegeln und irgendwie, wo sie noch sagt, willst du noch ein bisschen Kaffee zu deinem Zucker, weil der halt diese Minitasse einfach bis zum Rand mit Zucker füllt. Gut, vielleicht ist das auch so ein Fliegen-Klischee, was man halt so kennt, dass die auf Zucker hin, die haben einfach gesagt, ja, hier machen wir. Denke ich auch, ja. Die haben wahrscheinlich gedacht, okay, Fliegen, die gehen weniger auf ein Radieschen, sondern mehr auf Süßes. Ist ja für mich generell eine schwierige Szene, weil für mich ist das immer ganz im Alltag sehr schwierig, wenn Leute, mit denen ich unterwegs bin, wenn die laut werden oder so. Ich hasse das, wenn die andere Leute irgendwie mit ihrem Scheiß behelligen und so. Deswegen ist das für mich so ein richtiger Fremdschar-Moment, wo er sagt, ja, hier, was sagt der Opa oder irgendwie was, er will noch was. Und dann redet er nur zehn Sekunden weiter und dann haut er so, Mann, was ist denn hier los, Opa? Und ich, oh, das ist für mich so, hätte ich da gesessen, lass uns bitte gehen. Und sie ist ja auch so, sie kennt ihn ja auch so nicht, so, weißt du, bei den anderen Dates war ja auch komplett anders und sieht auf einmal diese Seiten an ihm und das spielt sie auch gut, weil du erkennst ja, dass sie das selber gerade denkt, was geht nicht ab. Ja, und sie ist hilflos und gleichzeitig stark, das finde ich halt so geil, du siehst richtig, sie kann ihm halt nicht helfen, was will sie machen. Ja, ja. Aber dass sie da die Haare von sich aus untersucht, finde ich ja auch geil und wie ihn das einfach nicht interessiert, ey, das sind Insektenhaare. Ja, ich finde schon, also es gibt ja schon einen recht deutlichen Moment, wo es dann kippt, ne, wo sie am Anfang ist sie halt so skeptisch und kann sich richtig zuordnen und irgendwann hat sie ja für sich entschieden, okay, nee, hier läuft grundlegend was schief, ich distanziere mich von dem Ganzen, beziehungsweise er stößt sie ja dann auch weg. und deswegen ist es ja auch geil, dieser Moment, wo er dann die andere Ische bei sich in der Wohnung hat und sie dazukommt und die Frage im Raum steht, sollte man hier Angst haben vor ihm oder nicht und er noch sagt so, nee, nee, don't be afraid und sie nur da steht so, be afraid, be very afraid, super stark. Die Catchphrase. Ja. Ja, mega guter Moment. Ja, auch wie sie dargestellt wird, ne, die ja da als Dürne da irgendwie mit Naht. Tony, oder wie heißt sie? Weiß ich nicht. Ja, ich glaube Tony. Ey, großartig. So, die ist einfach so, oh man, durch ihre Blödheit hat man irgendwie so naiv Mitleid mit ihr. Und die haben sich ja kennengelernt mit diesen beiden Guys beim Andrücken. Ja. Aber wie geil, dass sie da mitgeht, ey. Genau, wo er einfach sagt so, ja, pass auf, wenn ich dich, wenn ich im Andrücken gewinne, nehm ich sie mit. Und alle so, ja, okay, fick dich, ja, komm, lächerlich. Und dann sitzt sie daneben, sieht erstmal, wie der Typ diesen Knochen da durchhaut von ihm, weißt du, und wie er dann so aufsteht mit ihr und sie dann mitnimmt und sie so, okay, ich geh mal mit dir mit. Und dann draußen auch noch kommentiert, von wegen, als er sagt, so, ich beruflich nehme ich Leute auseinander und setze sie wieder zusammen, wo sie dann sagt, haha, ja Mensch, ihn hast du auch gerade gut auseinandergenommen. Ja. Mein Freund. Ne, nur an dem Abend, weil an dem Abend magst du halt Marc mehr. Ja. Deswegen ist er ja heute meiner. Ja, stimmt, der Marky. Oh Mann. Ja, und dann, ja, fängt er an, sich zu verwandeln, ne, und ey, diese Szene, ich weiß noch, du hast ihn ja auch als Kind gesehen, wie hat man, ich weiß nicht, ob es Schulhof war oder einfach nur unter Freunden, ey, diese Donut-Kotz-Szene, ne. Alter, ja, da wurde es eklig. Alter, schädig, ey, da war ich auch als Kind, Alter, boah, das ist einfach nur, weil man denkt das ja im Kopf weiter, ne, er spuckt ja nur rauf, man sieht, sieht man, wie er da eigentlich reinbeißt? Ne, 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 das ist die Reaktion von Stathis, als er sich das anguckt. Das finde ich noch schlimmer, als er sich das Video anguckt, du siehst ja, du hörst ja da nur das Geräusch und dann hörst du danach. Ja. Weil er auch noch gerade erklärt hat, was jetzt passieren wird, dass er das erst aufweicht, damit er es dann irgendwie einschlürfen kann. Und das kommt so im Minutentag, ich finde es auch so schlimm, wo er auf seinen Krücken da kommt, ne, und sie, sie will ihm ja so helfen und er sieht ja schon wirklich einfach nur eklig aus. Ja, Mann. Und er hat hier seinen Schlabber, sein T-Shirt, so weh, so gelb. Und sie geht so hin und umarmt ihn und will ihn, bist du eklig. Aber das fand ich auch komisch, weil sie einerseits ist sie voll erschrocken von seiner Optik und dann umarmt ihn. Aber ich meine, davor gab es noch den Moment, wo irgendwie vor ihren Augen das Ohr abfällt und dem fallen ja dauernd irgendwelche Sachen ab. Und dann umarmt die den, wo ich auch dachte, hast du nicht Schiss, dass dich gleich eine Rippe durchbohrt, weil du den jetzt gerade zerquetschst oder so? Und er auch noch sagt, ja, ich weiß nicht, vielleicht ist es sogar weiterzugeben, hier viel anstecken, vielleicht ist es noch anstecken, ich weiß es nicht. Und sie, du umarmst gerade diesen Ekel, du hast es jetzt in deinen Haaren, du Ekel, geh duschen, ey. Ja, wirklich. Wo das Ohr dann einfach abfällt, ey, das ist auch ein geiler Moment. Plopp. Das ist aber der einzige Comedy-Moment, also der Dit ausnutzt, oder? Ja, gut, Comedy, ja, klar. Ich kann mal eine Frage... Aber er verliert halt die Körperteile, die er halt nicht mehr braucht, so, weißt du, die Zähne fallen halt aus, deswegen reagiert halt immer mehr wie dieses Insekt und so und das ist schon geil gemacht, deswegen muss er ja diese, weil die Insekten zackhauen ja ihre Nahrung nicht, sondern machen ja diese Flüssigkeit drauf und so und das siehst du diesmal in so einem menschlichen Wesen halt, das ist schon krass. Ich hab eine Frage, er macht ja dann nochmal, wo er auch sagt, er hat das Best auf seiner Körperteile da drin, willst du es mal sehen? Und sie sagt, nein? Ja, warum bist du denn hier? Großartiger Moment. Er macht diesen Schrank ja nochmal auf, wo er dann, glaube ich, seine letzten Zähne reinpackt. Da sieht man ja mehrere Gläser. Und ganz links steht ein Glas, da ist was längliches drin. Hab ich mir auch angeguckt. Und es kann von der Form eigentlich nichts anderes sein, als sein Genital, oder? Ja, ja. Ach so? Der hat schon so aufgequollene Finger zu dem Zeitpunkt, weil die werden ja auch immer dicker. Ah. Also könnte auch einfach irgendein Finger sein. Okay. Aber ja, hab ich mich auch... Wie ist der die Unschuldige? Nee, ich hab mir auch da, die Stelle hab ich mir sogar angehalten und geguckt, hat der da gerade jetzt seinen Schwanz aufbewahrt oder was? Auf Pause gedrückt, ja. Hast du wieder ganz mit? Ich wollte es genau wissen. Er wollte recherchieren. Nein, aber da liegen ein paar undefinierbare Sachen. Also man erkennt ja eigentlich nur das Ohr wirklich gut. Ja, und der nicht ekligste, ne, weil sie ja auch super spielt, ey. Also was für ein ekliges Gefühl müsstet für eine Frau sein, sie ist schwanger davon. Ey, das fand ich so bedrückend, wo sie denn auch bei diesem Abtreibungsdoktor da ist. Ey, dieser Traum ist hart, ne? Der Traum ist krass, ja. Das ist ja die Szene, warum Linda Hamilton abgelehnt hat. Weil sie hätte auch das Drehbuch gelesen und hatte eigentlich Bock drauf. Und die ist gerade Mutter geworden oder war schwanger zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht. Und dann kam diese Gebotenszene und wo drin stand, dass sie so einen riesigen Wurm irgendwie so eine Larve bringt und sie meinte so, nee, also hier war ich raus. Das war zu eklig. Verständlich, total verständlich. Aber das ist die einzige Szene im ganzen Film, wo der von, also wo die 10 von 10 so ins Wanken kommt. Findest du? Wo er sie holt. Ja. Ach so. Wo er dann so in das Krankenhaus rein. Ja, ich meine, dass die das dann nachts diese Abtreibung dann machen wollen und dann ist da aber so eine komische Fensterfront, wo du dir denkst, okay, das ist architektonisch irgendwie ganz schön komisch. Dann kommt er da so durchgesprungen und kann er irgendwie Meter hoch springen oder was? Der klettert doch Hauswände hoch. Ja, aber also wie weit ist dieses Krankenhaus weg? Ist er die ganze Nacht jetzt da durchgerannt? Und also wie ist er da hingekommen? Wie kommt er so schnell weg, ohne dass ihn jemand sieht, ohne dass er da Probleme hat? Das war für mich so, okay, er ist jetzt da. Okay, wie kommt er da hin? Okay, jetzt ist er wieder weg. Das ist doch bestimmt ein paar Kilometer weit weg. Also was soll denn das? Ja, aber der hat doch schon gezeigt, dass er ganz andere Skills und ganz andere Kräfte hat und so. Und dass er viel schneller ist und viel kräftiger und dass er das Konditionen und so alles gar keine Frage mehr spielt. Ich weiß nicht. Also da fand ich den Anzug, der… Das habe ich nicht einmal hinterfragt. Okay, doch, das ist so die Szene, die ich jedes Mal hinterfrage, weil ich den Anzug da auch so ein bisschen Power Rangers mäßig finde. Weil wenn er sich da drin so etwas schneller bewegt, sieht man halt, dass das so rubber ist. Nicht, dass es schlecht aussieht, versaut mir auf keinen Fall den Film. In seinem Zimmer hängt der doch oben an der Decke. Ja, aber wie schnell ist der, dass der ein Auto über den Dächer verfolgen kann? Also, ich will es halt einmal gesehen haben, wie er so schnell ist. Okay. Man sieht es ja im ganzen Film nicht, außer wo er die Fliege fängt, dass du siehst, okay, er ist schon ziemlich schnell mit seiner Hand und alles. Das ist das Einzige, was auf Geschwindigkeit hindeutet. Naja, aber das hätte natürlich nochmal ein ganz anderes Fass aufgemacht, weil räumlich sind wir ja schon meistens bei ihm in seiner Butze. Oder eben vereinzelt dann in anderen Räumen, aber halt so draußen Straße und sowas wird dir nicht groß erzählt. Also ich glaube, das war wahrscheinlich schon nochmal ein anderer Aufwand geworden. Seine Butze, ey, die auch immer schlimmer aussieht. Ey, das sieht aber wie ein Pennerloch am Ende. Schon so geil, wie er von außen, sie im Treppenhaus meint er schon so, hey, von drinnen ist es angenehmer. Ja, aber das erledigt sich ja dann auch relativ schnell. Schon großartig. Ja, und wie er dann zwischen diesen Bildern da vorkommt und immer von Szene zu Szene sieht der schlimmer aus, Alter, wo du denkst, okay, das ist ein richtiger Zerfall. Und dann natürlich im Finale, das ist kaum noch was Menschliches zu erkennen, Alter, da darf Kronenberg dann richtig auf die Kacke an, Alter, wie gut sieht das aus. Ey, so krass, ne. Also der Kiefer, wo sie diesen Kiefer in der Hand hält und so, Alter. Ne, der fällt ja auf den Boden. Der fällt auf den Boden, ja. Wobei ich das auch erst sehr, sehr spät immer, was heißt sehr spät, aber ich musste den auch als Kind oder als Jugendlicher ein paar Mal sehen, wo ich nicht ganz verstanden habe, diese Maschine, die legt ja die Gene quasi zusammen. Das heißt ja, es entsteht ein Hybrid aus Mensch und Fliege und am Ende habe ich mich immer gefragt. Ja, sie nennt es eine Fusion, ne? Sie nennt es eine Fusion und ich dachte, er verwandelt sich denn, weil es eine Mischung sein soll, aber im Grunde hast du am Ende wie eine Geburtsszene, dass sich so die rausschält mit neuen Augen und so weiter, wo fast den Anschein, als wäre das in ihm drin schon irgendwie immer größer geworden. Also ich habe nicht ganz verstanden, warum er sich die ganze Zeit verwandelt und auf einmal kommt es aber von innen nach außen aus ihm raus. Naja, die Fliege gewinnt irgendwann die Überhand, was die Gene angeht. Ja, aber das kann man sich, also diese Verwandlung kannst du dir in dem Moment wie bei so einer Raupe und Schmetterling vorstellen. Die Raupe, die wir bei der Geburt gesehen haben. Ja, 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 so muss ich mir das auch herleiten, was ja bei Fliegen eher nicht so ist, ne? Die haben ja nicht so eine Verpuppung, deswegen fand ich das ein bisschen komisch, aber da sag ich mir einfach, ey, lass Cronenberg machen, wenn das so lieblich aussieht, dann, ey, geil. Weil diese Augen, ey, das ist auch so ein Ekeleffekt, wo der menschliche Kopf so zerbürst und gleichzeitig die zwei Augen einfach nur so. Ja. Boah. Geil, geil. Und dann überall dieser Schnodder und dieser Schleim, Alter. Geil, einfach nur geil. Mhm. Und, ähm, ich habe tatsächlich, oh nee, warte mal, ich rede so viel. Ja, erzähl, bitte. Ähm, auch eine Sache, die auch erst spät so richtig, weil ich finde, um den Film auch zu gucken, da brauchst du schon wenigstens im Ansatz so ein Erwachsenes-Gemüt, ne? Damit man das auch die ganzen Emotionen so ein bisschen mitkriegt und ein paar Sachen, die er dann in seinem Computer eingibt und so weiter. Ähm, und dass er diese, diese ganze Tragweite von dem, was er dann eigentlich machen will, ich glaube, das kam mir auch beim ersten oder als Kind auf jeden Fall ja nicht so zu tragen, dass er sie, das Kind und sich selber in einer Person so haben will, wo du dir denkst, okay, das ist ja schon in der Denke der Anfang vom Ende. Also da ist ja alle da, wo willst du hin, das ist ja nur noch lächerlich. Er denkt natürlich, er will wenigstens ein bisschen menschlicher sein, als das, was er jetzt ist. Ja, Mann. Und, äh, und dann... Also sein Plan ist ja, den Fliegenanteil so gering wie möglich zu halten. Genau. Und er denkt, da hinzukommen, indem er diesen Teleportationsprozess nochmal mit einem zusätzlichen Menschen macht. Was der seinem Computer ihm auch sagt, ein reiner Mensch. Genau. Und, äh, das heißt ja im Grunde nach, nach ihr, wenn, sofern er danach noch mit seinem Kopf denken kann und sie das nicht übernimmt und weiß ich nicht, was alles, was da passieren könnte, keine Ahnung, müsste er eigentlich immer wieder mal ein paar Menschen ranholen, damit, damit er schlussendlich komplett wieder halbwegs menschlich sein könnte. So sehr seine Denke. Ja, der Plan wird ja noch größer und wirrer, weil er, als er von dem Baby hört, ja dann sagt, noch besser. Genau. Weil jetzt haben wir drei Menschen, die wir losschicken können, umso besser. Mehr menschliches Gewebe. Ja, und das ist schon so wirr-eklig. Ja, und denn das komplett erinnert, dass er sich mit der Tele, mit der halben oder mit einem Viertel der Telebox da zusammenmorpht. Das war auch krass. Und das ist dann schon so, wo man denkt, okay, wenn man darüber nachdenkt, wie eklig dieser Gedanke der Teleportation genutzt werden kann, wo dann auch komisch ist, dass eigentlich nicht noch weitere Teile mit der Idee irgendwie auftauchten, weil, da geht ja los, ey, was, okay, was werfen wir einen Mixer, komm, wir legen mal los, so, weißt du? Konfetti. So, ab jetzt, ey, wer irgendwie den besten Mix der Woche hinkriegt, kriegt einen Kaffee umsonst oder so, ich weiß es nicht. Ja, geil. Einfach so ein Glas Wasser reinschicken. Ja. Ey, ohne Scheiß, mich wundert, dass es at MCU nicht die... Ja, wirklich. Einfach alles reinschmeißen, was du findest. Alles aus dem Kühlschrank einfach reinwerfen. Geil. Ja, schon geil. Einfach so einen Apfel reinwerfen. Ein Schimmlitzstück Käse, Alter. Ja, wenn du einen nicht leiden kannst, ne, wirfst du den halt rein und dann in so einen Apfel oder so, dann hast du den Salat. Wortwürttel. Okay. Ja, und dann der Gedanke, dann am Ende, ey, ist nur noch ein wirres irgendwas, ein Gemisch aus Metall und Bio-Zeugs, ey. Ja, das ist ein Kronenberg. Ja. Aguss. Einfach nur geil. Und... Ja, auch so, wie er, wie er dann so, also, wie er auf diesen Donut reiert, das macht er ja dann bei seiner Hand von dem, ja, von, äh, Stadis. Stadis, ja. Und auf dem Fuß, auf beide. Und auf dem Fuß, ja. Das ist schon auch abartig, Alter. Ja. Ich fand das auch so geil, wie die da Stadis, als, als er ja scheinbar, äh, Seth in seiner Wohnung sucht, weil der ja seine, seine Ex-Freundin da entführt hat. Mhm. Wie selbstverständlich er einfach mit so einer riesen Bauernflinte bei ihm auftaucht, als wäre er John Wick, packt es völlig, schock, schock, er weiß, okay, jetzt ist wieder Krieg, oder was, ich weiß nicht, was der Typ vorher gemacht hat. Naja, aber wird ja angeblich, also stand in den Trivia Effects, dass er angeblich erzählt wird, dass der Tonpaubenschießen geht, so in seiner Freizeit und deswegen so eine Bumme parat hat. Näh. Also... Hab ich auch verpasst im Film, aber stand in den Trivia Effects auf einem Debate. Wie... Wahrscheinlich in der Langfassung vom Drehbuch oder so, dass da was drin stand. Hey, aber einen Fun-Fick müssen wir unbedingt nennen, Alter, und der ist, der ist hilarious. Das, er hat ja die gleichen Anzüge im Schrank, immer die gleichen Outfits, weil er sagt, naja, er muss sich nicht Gedanken machen, was er, was er so anzieht hat. Dann hat man das gleiche Jackett, die gleiche Konstellation, gleiche Krawatte. Mhm. Und das ist einfach mal das gleiche Outfit wie Mr. Bean. Ja. Und das stimmt. Ach du Scheiße, das stimmt. Ich hab doch Mr. Bean, und Alter, Mr. Bean hat sich an die Fliege orientiert, was das Outfit angeht, an, äh... Großartig. An Jeff Goldblum, wie geil ist das denn? Das ist wirklich lustig. Wo ich jetzt auch erst, äh, Mr. Bean, dass der ein Außerirdischer ist. Also ist ja die Theorie jetzt... Ach so? Oder ist eigentlich... Ja, weil du am Anfang der Serie ja auch immer siehst, wie er eben so auf die Straße fällt und über ihm ist so ein Lichtschein. Ach so, stimmt, ja. Ja, so schließt sich der Kreis, Jeff Goldblum. Er wird von... Ja. Wer weiß, was da für eine Mischung passiert ist, ey, dass Mr. Bean rauskommt. Vielleicht war das gar kein UFO, vielleicht war das hier... Der Teleprompter. Der Teleprompter. Teleprompter. Er ist aus dem Teleprompter gefallen. Ja, ey, jetzt ehrlich, und ich hab den so oft gesehen, ne, aber ohne Scheiß, als Gina Davis ihm da den Schädel wegpustet, auf eigenes Geheiß, dass er gerne sterben will, quasi. Ja, Mann. Ey, laufen mir die Tränen runter. Schieb so mit der letzten Kraft noch die... Ja. Mit seinen Fühlern da die Flinte hin. Heulig. Kann ich mir schicken machen. Ein echter Schocker. Total, oder? Ja. Na. Na gut, am Heulen war ich nicht, aber... Komm ich schon. Schon ein geiler Moment. Also Tränen kommen mir da schon an. Mir kommen bei Filmen sowieso schnell Tränen. Okay. Okay, abgefahren. Bei Indiana Jones im Kühlschrank, hast du geheult? Oh, weil das so geil war. Ne, die Szene ist... Die Taschtdücher wurden gezückt. Die Szene ist echt scheiße. Gott, er wieder... Oh yeah, this guy. So echt. Die Taschtdücher wurden gezückt, weil es so geil war. Ja, ansonsten, haben wir irgendeine Szene noch vom Ersten? Also, wie er an der Wand sowieso rumkrabbelt. Ich hab's mir heute auch nochmal angeguckt. Sieht gut aus, was war? Alter. Weil er ja wirklich oben und ohne einen Schnitt läuft er auf die Seite und dann auch nach unten. Wirklich mit welchem Drahtgeschirr haben die das gemacht? Ne, die haben den Raum gedreht, oder nicht? Gehe ich auch davon aus. Die haben diesen ganzen Raum irgendwie gedreht. In diesem... Zusammen mit der Kamera. So, dass es irgendwie ein Bild ergibt. Aber es sieht so flüssig aus, dass es nicht auffällt. Krass, ey. Ne, das hättest du gesehen, wenn er irgendwie hängt oder so. Das fällt immer auf. Ne, achso. Ich glaube, also für mich... Oder ich könnte mir vorstellen, dass die den Teil vom Set eben in einer gedrehten Variante hatten. Weißt du? Sondern, dass der nicht live im Bild der Raum rotiert wurde. Das nicht. Das hätte ich jetzt... Ach, das nicht? Ne, weil das ist ja super auffällig. Weil du siehst ja hinten, du siehst komplett seine Hose, seinen Hosenbund und an keiner Stelle zieht irgendetwas hoch oder so. Ne, ich hätte einfach gedacht, dass, weißt du, dass es die Ebenen nachgebaut gibt, umgedreht. Dann kann er auf dem Boden rumkraxeln. Und in dem Moment, wo er den Sprung nach unten macht, hast du einen Cut. Da ist ja kein Cut. Da ist kein Cut. Naja, kein sichtbarer Cut. Boah, das ist so flüssig, wie er da läuft. Wollte ich auch gerade sagen. Der läuft flüssig bis zur Mitte von ihm. Sonst hätte ich gedacht, okay, die schneiden da irgendwie, wenn er in dem Moment, wenn dann, du kannst dich ja gegen eine Wand lehnen oder so und dann so tun. Aber er läuft ja wirklich die Hälfte noch so auf dieser anderen Seite lang. Und deswegen gehe ich davon aus, das muss irgendwas Rotierendes sein. Ne. Auch was Mobiles. Okay. Aber gut, haben wir jetzt keine Making-Off gesehen. Hat jemand ein Making-Off? Hat keiner gesehen. Ne, da war gar keins drauf. Gibt viele Extras auf der Blu-Ray, aber auch nicht, ihr schafft jetzt. Auf meiner leider gar nicht. Da war keine, da waren keine Extras drauf. Habe ich nicht gesehen. Okay. Ich weiß, kommen wir mal zu den Fortsetzungen. Ich weiß, dass ich den zweiten Teil mal gesehen habe und den nicht geil fand. Bei dieser Einmal-Sichtung. Ich finde ihn okay. Der ist halt sehr viel mehr Slasher-Monster-Achterbahn-Party. Den kann man auch noch gucken, ja. Also ich finde, Eric Stoltz sehe ich immer, Jan Serne, wo wir wieder bei Zurück in die Zukunft wären. Daphne Suniga sehe ich eigentlich auch immer, Jan Serne mit Spaceballs hier. Und der hat eine sehr, sehr rührende Szene mit einem Hund, wo ich wirklich jedes Mal, boah, die haut mich weg. Nee, der ist halt so, in der ersten Hälfte hast du halt ein, er ist halt das Experiment, er ist ja der Sohn von Seth. Und er wird aber schon in so einem Dingens festgehalten, in so einem unterirdischen Bunker, wo sie ihm weismachen, dass er was Besonderes ist und hier, wir sind alle für dich da, aber eigentlich wollen sie nur beobachten, bis die Fliege aus ihm raustritt, weil die das alle schon wissen. Und dann beobachten sie ihn ja sogar so weit, die holen ja Daphne Suniga ran und sagen, hier, bezürzt den mal ein bisschen, vielleicht kommt er denn aus sich raus, der braucht mal ein bisschen, ne. Vielleicht muss ein bisschen Adrenalin sorgt vielleicht dafür, dass er so, ne. und Hormone und so weiter. Und dann kriegt er mit, dass die ihn sogar beim Ficken da halt gefilmt haben und alles. Und dann rastet er halt total aus. Und dann hast du in der zweiten Hälfte halt im Grunde Fly-Slasher. Er bringt dann da als Fliege alle um, viel brutaler, viel blutiger als im ersten. Ach, okay. Der meinte Meier ist der Fliegen. So ungefähr, genau. Also ist ekliger, aber ich finde gerade die erste Hälfte, ich finde den nicht scheiße. Der ist auf keinen Fall, nicht einmal so gut wie der erste. Aber so, wenn du mal was weggucken willst, so und willst du... Kann man machen. Ja. Okay, okay, okay. Gut zu wissen. Jo. Ja, habt ihr noch was? David Cronenbergs bester Buddy-Horrorfilm? Lee, erzähl du mal ein bisschen. Du hast jetzt ein bisschen Kritik durchsickern lassen. Ja, also, weil jetzt gerade, wenn ich ein Ranking erstellen müsste, ich weiß nicht, ob es mein Liebster wäre von David Cronenberg. Wenn man da jetzt nochmal unterteilen möchte in irgendwie Buddy-Horror und sonst was, weiß ich nicht, wie er da dastehen würde. Aber, also ich mag den sehr, aber ich glaube, das ist nicht mein Liebster. An was denkst du denn da, was das ins Wanken geraten lässt? Welchen anderen Film? Mhm. Ich war von Crash schon sehr angetan, ne? Ja, du mochtest diese 90er-Ära von ihm und ich bin halt Fan von diesen End-70ern, The Brood und Co. bis Fliege und so. Das ist diese Ära von ihm, Dead Ringer, das fand ich auch richtig stark. Oh ja. Habe ich gemocht, also das war so. Ja, den kenne ich noch nicht. Hat er Shivers auch jemand? Ja, Shivers haben wir auch schon gehabt, ja. Der war auch gut. Scanners kamen nicht so gut weg bei uns, ne? Oder? Ja, Medium. Ah gut, da ist die Produktionsgeschichte ja auch. Scanners hat ein paar Probleme gehabt, aber fand ich auch okay. Hat schon eine gute Filmografie, der Bursche, aber Crash und so war mir dann wiederum ein bisschen zu sperrig. Tom, hast du denn Crimes of the Future gesehen? Boah, ne, ich muss leider sagen, dass der mich überhaupt nicht interessiert, weil wirklich jeder, der den irgendwie hier sehen hat, hat das selber erzählt. So, dass er sich da irgendwie wiederholt, aber dann auch viel zu langsam und dass das irgendwie alles so ein bisschen dröge daherkommt. Und der war ja nur ganz kurz im Kino, ne? Irgendwie, der war ja noch, selbst bei uns hier, nach vier, fünf, sechs Tagen war der ja raus und kam dann... Nee, echt? Ja. Na ja, eine Woche muss doch schon gelaufen sein, oder? Ich dachte, der lief länger, weil wir haben ihn im Kino erwischt. Echt? Ja. Ich denke auch zwei Wochen oder so wird der gelaufen sein, aber war kein Hit, ja. Naja, klar. Aber ist ja Chromebook selten. Ja, gut, nee, aber da, irgendwie, wahrscheinlich auch durch das Marketing, ich hab mir da auch keinen Trailer angeguckt, weil ich da nicht wissen wollte, worum's da geht. Ich hab bloß gehört, dass er ein bisschen zurück zu seinen Wurzeln irgendwie kommt und so ein bisschen vermischt mit dem heutigen Stil, den er hat, den ich gar nicht schlecht finde, den hat er Bernadetta gemacht? War das Cronenberg? Nee, das war Verhoeven. Ach, die veräcksele ich gerne mal. Ähm, aber, äh, ja, ey, das Cronenberg wird sowieso geguckt, also, da kommt sowieso ein Strand vorbei, aber ich erwarte so richtig gar nichts. Nee, die letzten Filme, also Cosmopolis und so, fangen die richtig schlimm und, äh. Aber bei Crimes of the Future, der ist ja schon auch immer wieder im Gespräch bezüglich Oscars jetzt, ne? Wirklich? Finde ich echt abgefahren. Alles Mögliche, tatsächlich, ich hab den jetzt schon in einigen Kategorien gesehen. Da gibt's ja wilde Spekulationen, jetzt hast du die Nominierung. Ja, ja. Ich bin gespannt. Ne. Aber zählen Oscars überhaupt noch irgendwas? Also, das ist so ein Preis, der, also, mir persönlich ist der sowieso komplett egal, aber auch innerhalb der, der Wirtschaft da, das ist, ähm. Naja, zählt irgendein Preis überhaupt irgendwas? Also, die Frage kann man ja generell stellen. Also, was Filmpreise angeht, ist es für mich immer noch das Nonplusultra, wenn man mit dem Oscars gezeichnet wird. Insofern, ich hab da noch einen gewissen Stellenwert. Aber ist das, ist das bei dir so, wenn, wenn das heißt, der hat einen Oscar gekriegt oder so, dass der dein Interesse denn weckt? Der kann schon mal nicht kompletter Müll sein, wenn er irgendwie Oscar für den besten Film ausgezeichnet ist. Also, bei wie vielen Fällen war das der Fall bis jetzt? Wenn du jetzt die komplette Oscar-Geschichte... Ach so, als bester Film auch? Ja. Ja, Manchester by the Sea hat nicht beste Filme bekommen, ne? Oh, den fand ich gut. Weiß ich nicht, aber guck dir die komplette Oscar-Geschichte und dann nenn fünf Filme, die vielleicht, wo du sagst, die haben mir nicht gefallen. Aber dann ist das immer noch eine krasse Quote. Ja, ja, klar. Oder... Nee, ich seh das ja sehr ähnlich. Es ging jetzt nur um den Stellenwert. Du sagst, die schauspielerische Leistung war totaler Schrott, sondern das sind ja dann wirklich Filme... Ja, Stellenwert kann ich nachvollziehen, wenn man sagt, man muss sich nicht daran orientieren, aber... Also, wir sind da schon extrem. Wir gucken schon jedes, alles, was so Oscar-nominiert ist, um uns zu überzeugen, ob das wirklich... Ach, krass. Ja, ja, nee, also, weil ich seh das schon ähnlich wie gestern, das ist der wichtigste Preis in der Filmbranche. Und das ist irgendwo schon ein Ritterschlag, also, wenn Oscar... Sehen ja die Schauspieler auch so. Ja, eben. Wenn du einen Oscar kriegst, also, geht erstmal nicht viel mehr. Gibt ja wenig von denen, die dann sagen... Gibt natürlich auch andere wichtige Preise, aber... Geben den Arsch vorbei. Also, ich muss sagen, das ist mittlerweile, also, bestimmt die letzten fünf Jahre, also, die Filme, die da so nominiert wurden und alles, was da drin war, dann hab ich gesagt, das ist alles nicht meins. gewesen. Also, konnte ich den teilweise auch nicht verstehen und ich glaub, der letzte war hier der Three Billboards, wo ich gesagt habe, der hat mich weggehauen, den fand ich richtig stark. Aber alles, was danach kam, war, wo ich gedacht habe, okay, das ist alles schon so Oscar-Bate. Aber du bist jetzt aber auch ein krasser Genre-Fan, so, weißt du, was so den Filmgeschmack angeht. Also, naja, oder, kannst du mit so Filmen wie Nomadland was anfangen? Die haben leider noch nicht gesehen, aber Franz McDormand, die ist halt klasse mit der, guck ich mir viel an. Und du, wenn das ein israelisches Drama mit polnischen Untertiteln ist und 4 zu 3 gedreht, guck ich mir das trotzdem an, aber... Ne, weil ich kann schon nachvollziehen, dass du solche Filme auch irgendwo sagst, das ist Oscar-Bate, weil sind sie ja auch. Also, zweifelsohne, das kann aber trotzdem ein guter Film sein. Ich finde nur, man darf eben nicht, also, was halt schon lange nicht mehr funktioniert, ist dieser Rückschluss, wenn ein Film einen Oscar bekommen hat, ist das ein guter Film. Weil das muss überhaupt nicht so sein. Aber ich erinnere mich zum Beispiel dran, dass in den 90ern viel mehr Spaß zugelassen wurde bei den Oscars. Also, ich hab das Gefühl, dass das jetzt immer so charakter-driven Filme sind und früher hast du halt so weit gehabt wie Forrest Gump, Gladiator, Jurassic Park. Ja, ist arthausiger geworden und irgendwie, ja, das auf jeden Fall. Und es gibt auch Filme, wo man das Gefühl hat, die haben das erkannt und bedienen das deswegen und existieren nur deshalb so. Da ist was Wahres dran, ja. Auf jeden, klar. Und dass dann eben so ein Drive-My-Car, auch wenn das ein guter Film ist, aber dass sowas dann eben klar bei den Oscars dabei ist, ja, da denke ich mir halt auch, das war früher, ging's auch ein bisschen um Unterhaltung. Ja. Und jetzt muss es halt gefühlt Kunst sein. Ja. Das ist in meinen Interessen gebietet, flacht dann halt schon so ein bisschen ab. Ja, kann ich verstehen. Nachvollziehbar, klar. Alles fein. Aber ich bin ja nicht so, also ich bin ja, was eure Meinung angeht, was Trailer angeht, ich gucke mir gerne Trailer an, um zu gucken, ob mich das irgendwie anzeigt. Und ich hab den Cronenberg-Trailer gesehen und dachte so, Alter, okay, das fühlt sich so an wie die Filme von damals. Das hat so Dead-Ringer-Vibes und weiß ich nicht. Ach, geil. Und ich hab mich halt so krass auf den Film gefreut und wurde halt enttäuscht, weil war halt wirklich langweilig. War echt ein langweiliger Film am Ende. Also ich war mit Lee im Kino und konnte es, glaube ich, noch mehr abgeben als ich. Aber ich bin da sehr underwhelmed aus dem Kino rausgegangen und ja, aber die Vorfreude war definitiv groß, aber konnte ich nicht halten. Oh, fuck, ey. Er kann mit seinem Spätwerk eigentlich ja was anfangen. Ich find zum Beispiel Cosmopolis, den fand ich ja sogar gut. Den find ich grausam. Ich find Maps to the Stars fand ich ganz gut. Den fand ich auch gut. Den fand ich gut und welchen ich mega fand, war so seine Ära hier, History of Violence und hier, wie heißt der denn? Eastern Promises. Ja. Mega. Ja, den fand ich auch super. Aber Cosmopolis, Alter, dann hier dieser Keira Knightley-Film, Dangerous Method. Nee. Ja, der... Dachte ich so krumm, Alter, hier ist er mich ein bisschen verloren. Ja, wobei eigentlich Freud und Cronenbergs wäre eigentlich eine geile Mischung, ne? Wäre eigentlich was gegangen, mit der Besetzung auch noch hier. Ja. Also in den 2010ern, tatsächlich nur Maps to the Stars. Das ist der einzige Film von ihm, wo ich sage, der ist für mich empfehlenswert. In zwölf Jahren. Das ist schon nicht mehr doll. Na, ist doch was. Ja, gut. Aber die Quote waren in den 80ern weitaus höher. Ja, ich glaube, das ist immer das Ding der Jungwilden, ne? Ja, klar. Na. Aber dafür hat er seinen Sohn jetzt so ein bisschen in die... Ja, und seine Tochter auch, ne? Ach stimmt, seine Tochter hat auch. Ja, irgendwie der ganze Clan dreht Filme. Ich glaube, ich habe noch nicht einen von seinen Filme der Kids gesehen. Oh, Possessor musst du sehen. Den musst du sehen, ja. Der ist stark. Ey, genau deswegen hat man mir den madisch gemacht, weil jeder sagt, ja, hier jetzt der Sohn von Cronenberg, der macht jetzt und dann hier das Cover krass und da sind zehn bei, so krass, das schmiert. Halbe Kino hat die vordere Hälfte voll gekotzt. Was? Ne, jetzt mal überspitzt. Okay. Da soll eh eine Szene sein, die halt mega die Grenzen überschreitet. Ach was? Irgendwie was Brutalität annäht. Ah ja. Wo ich mir dann immer sage. Ah ne, also jetzt mal ohne Schall, komm schon, ey. Kannst du auch zum Frühstück gucken, kein Problem. Und der wurde so gehypt unter Genre-Fans oder Fantasy-Film-Festil und da und dass ich gedacht habe, boah ne, habe ich so keinen Bock. Und dann ist auch noch dieses Cover so reißerisch, wo du die Hälfte von mir sich da so wegreißt, als wäre die Horror-Version von Casper der Geist. Richtig, ich kenne nur dieses Gelbe, wo du eigentlich nur Umrisse erkennst. Ja. Wenn überhaupt. Gibt ja, glaube ich, drei Cover hat das Ding, glaube ich. Okay. Ne, aber ganz ehrlich, also kannst du ja natürlich zum einen unsere Rezensionen anhören, zum anderen, was bei mir in Erinnerung geblieben ist, ist nicht, dass der brutal ist in erster Linie, sondern, dass der wirklich tiefgründig ist. Das ist deeper Shit. So. Ja. Weil der mit Bewusstsein und sowas spielt und das ist eine geile Handlung. Ich glaube, so ein Mercurian-Kandidat auf Andersen. Und wenn da, ganz ehrlich, wenn da nicht Bren Cronenberg draufstehen würde, würde ich sagen, alter, okay, der Typ ist krassender Fan von Cronenberg und dass sein Sohn so einen Film dreht, das atmet einfach komplett irgendwie den Stil von dem Vater. Aber richtig gut. Trotzdem eigene Note. Okay. Insofern. Und eben echt eine geile Handlung. Also, deeper Shit. Ja. Kannst du dir echt angucken. Komplett unabhängig von dem ganzen Horror-Aspekt. Andrea Rice war auch mega richtig gut. Man guckt ja sowieso alles, ne. Ja, jetzt mal zurückzukommen zu The Fly. Der war nämlich auch Oscar-nominiert. Logischerweise fürs Make-up. Ja. Das kann man nachvollziehen. Und er hat ihn sogar gewonnen. Und jetzt habe ich trotzdem nachgeguckt, wer da noch nominiert war fürs Make-up. Da war nämlich Legend, den wir ja auch schon hatten. Und dann ein Film namens Eiler und der Clan des Bären. Sag mir noch was, Dunkel. Ne. Aber gut, Legend hier. Tom Cruise. Ja, aber wie heißt der Schauspieler mit den Feenohren? Mit diesen Spock-Ohren? Oh, hier. Wie kommt, was willst du jetzt mit dem? Naja, von wegen so, wir reden ja von dem Make-up-Department. Ach so. Und jetzt eher mit Schminkohren oder jetzt die Konkurrenz mit Flieger und Cromberg. Also, Entschuldigung. Sorry, Ridley, aber der Oskar war verdient. Vollkommen legitim, ja. Das ist super legit. Dass er das Fly-Ding gewonnen hat, ja. Da sind wir uns einig. Ja, absolut. Ja, wir haben es vorhin gesagt, fairerweise, die fünf Sterne habe ich gesehen bei Tom. Kann sein, dass es dabei geblieben ist. Not sure. Ich habe es, glaube ich, schon auch gesagt. Du hast es auch schon gesagt, ja. Hat er? Ja, okay. Fairerweise auch meine Punktvergabe. Ich stehe mit 4,5 Sternen bei Letterboxd drin. Weil wenn es jetzt ins Punkteraten geht, dann hast du jetzt die Basis, die jetzt auch öffentlich gezeigt wird. Wollen wir zu den Punkten übergehen? Ja, ich bin gerade verwirrt von deinen 4,5. Das ist verwirrt. Total. Wo fliegt der halbe weg? Das wäre mal interessant. Was hast du hier auszusetzen? Das ist keine aktuelle 4,5, ja. Sondern das ist eine 4,5, die ich irgendwann mal diesem Film gegeben habe. Rückwirkend irgendwann mal aus der Sichtung, aus der Erinnerung raus. Nee, exakt. Ob der aktuelle Stand wieder bei diesen 4,5 ist, ob das jetzt auf einmal eine 12 ist, der gefallen ist, das müsst ihr entscheiden. Ja, aber könntest du denn sagen, wie du bei diesen 4,5 gelandet bist? Also was du in Erinnerung hattest, was du hier nicht mochtest? Das ist wahrscheinlich, nee, hier gibt es nichts groß, was ich nicht mochte, aber das ist wahrscheinlich wieder eins von diesen Filmen, die ich nicht auf eine Liga packen würde mit Blade Runner. Indiana Jones 4. Indiana Jones 4. Eis am Stiel 5. Das ist so, da muss man mal sagen... Police Academy 6, nicht zu vergessen. Genau, das muss man noch ein bisschen da drunter packen. Auftrag Miami. Ja, ich glaube, es war der Fünfte, ne? Ja. Aber die Fliege 3 hat vielleicht die Chance, da auf dem Treppchen zu landen. Okay, okay. Ja, dann, ja genau, sag mal die Punkte. Ja, IMDb ist bei einer 7,6. Er hat einen Metascore von 79, 8,4. Von den Kritikern halt dabei, Rotten Tomatoes, von 10. Krass. Das ist schon krass, 4 von 5 vom Publikum. Und Letterboxd hier auch, ziemlich erfreut, mit 3,9 Punkten, Durchschnittswert. Ich kotze mich so an, dass der da keine 4,0 hat, ne? Ja. Ja, das kotzt dich an. Ja, da schaltet sich mein Monk ein, so, das geht bei dem Film nicht. Kann ja noch kommen. Du musst auch immer eine Generation, die den locken. Du musst einfach nur genug Leute finden, die eine 5 vergeben. Dann schraubst du den langsam hoch. Ich kann mir auch einfach tausende Accounts machen. Oder so. Das ist auch eine Idee. Genau, kleine Lebensaufgabe jetzt. Die Fliege auf den Duschnittswert von 4 bringen. Geil, dann kann ich sterben. Jetzt gibt es lustiges gegenseitiges Raten. Wer fängt an? Wer fängt an? Ich bin noch am Hadern. Okay, komm, solange du haderst, fange ich an. Also, Tom, ne 10. Du bist nicht so leicht. Ich glaube nicht, dass ne 10 ist. Ich sag, 8,5. Also, ich sage, bei dir ist er jetzt... Red mal, ey, Mikro bitte, danke. Bei dir, doch, da hat er auf ne 10 jetzt geschafft. Mich meint er ja, übrigens. Bei Gess und bei Li. Boah, da würde mich das sogar schon... Das ist jetzt die Frage. Ich hätte jetzt erstmal gesagt 7,5 für die eigene Unterhaltung. Aber er schätzt, glaube ich, das Make-up so sehr, dass man schon sagen muss, ah, das ist schon eine 8. Ja. Du sagst 8? Ja. Okay. Ja, Tom sehe ich auch bei einer 10. Ja, ich bin ein bisschen irritiert, weil du... Also, als du vorhin meintest, du hast in deiner Kindheit hoch und runter geguckt, dachte ich, er muss ja mit 10 sein. Und dann sagt er aber, er hat ihn rückwirkend gelockt und da bei 4,5 Sternen. Ja, weil vergiss nicht, wenn ich filme mit 12, 13, die ganze Zeit rauf und runter gucke, dann gab es schon einige, die ich mit 20 dann geguckt habe, wo ich denke, okay, das ist nicht mehr so geil. Ja, ja, genau. Und der kann da nicht dazugehören. Das fände ich echt strange, dass du den früher toll fandest und dir dann heute guckst und denkst, was ist denn das? Das ist ja auch mit einer 4,5, ist das ja auch nicht so, dass der jetzt groß gefallen ist, aber... Nee, nee, eben. Jetzt, die Frage, die ich mir jetzt halt stelle, ist, müsste der jetzt nicht noch mal nach oben gewandert sein? Deswegen, ich tendiere schon auch zu den 10. Mal gucken, ob es irgendwie einen strategischen Wert hat, hier noch 9,5 zu tippen. Nee, hat es eh nicht. Weil wir sind gleich auf. Könnte spannend werden. Also, von mir auch eine 10. Jetzt muss man verraten, wer steht wo. Former Rating 4,5. Aktuelles Rating 5 Sterne bei Letterboxd. 10 Punkte. Gar keine Frage. Ist ja schön. Ja, 10. Guter Tipp, boys. Auch von Tom eine 10. Jetzt lieben, auch kein Scheiß. Ich bin bei 8,5. Yes, Guess hat es leider wieder mal... Punktlandung. Erraten, damit eine Punktlandung. Könnte klappen. Könnte klappen. Du meinst für einen Sieg? Ja. Du hast auf jeden Fall aus der Runde keine Miesen. Tom einen halben und ich auch keine. Damit hat Tom nicht gewonnen. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt Mies habe. Du hast eine Nullrunde hingelegt. Ich habe eine Nullerrunde. Ja. Perfect round, bitches. Surprise, surprise. Ich auch. Du hast auch eine Nullerrunde. Ja. Damit haben wir einen Unentschieden. Ja. Und Tom hat 1,5 Mies. Aber gut geschlagen, ey. Auf jeden. Das ist super. Das ist das erste Mal. Wir haben hier Kandidaten, die sind regelmäßig bei minus 3, minus 4, minus 5. Also insgesamt 1,5 Mies bei wie viel? 4, 5 Tipps? Ja. Dafür, dass du uns nicht so gut kennst, warst du schon immer im ähnlichen Bereich. Ja, ja. Kein Mitleid hier. Ne, super. Glaub mir, das geht anders. Dave landet regelmäßig bei irgendwie minus 7 oder so. Ja, der ist ein richtiger Experte. Ja. Echt ein Experte. Ja, geil. Ja, gut. Und wir beide einig sind auch unentschieden. Das passt doch. Coolio. Das war eine schöne, runde Episode hier. Ja. Dann würdest du nochmal auf euren Podcast hinweisen, noch ein bisschen die Werbemaschine rühren zum Abschied? Gerne, gerne. Wenn jetzt richtig ausholen oder was? Ja, mach was du willst. Werbemaschine rühren ist auch wieder eine geile Wortkreation. Ja, dann würde ich natürlich sagen, natürlich hört ihr rein, abonniert ihr, schickt mir das japanische Poster von Across the Universe. Zu Bullets und Fists, wo es halt komplett nur um Actionfilme gehen wird. Und bin Mitglied beim CET, wo ihr gerne reinhören könnt, den Cine Entertainment Talk, wo auch die Retro-Maschine ständig läuft, da aber auch alle Genres bedient werden. Kauf die Art of Horror, für die ich schreiben darf. Die könnt ihr beim Subversivshop.de bestellen. Und ansonsten wünsche ich alles Geile, sag ich mal. Dynamite! Dynamite! Sehr schön. You're a genius. I clearly mean that in the 90s ironic sense. Du weißt Bescheid. Mega. Ja, schönes Ding. Ja und... Sehr cool, dass du hier warst. Also deine Podcast-Formate klingen nicht so, als wenn du da Across the Universe untergebracht hättest irgendwie. Niemals. Das ist schwierig, oder? Das ist schwierig, ja. Deswegen wollen wir uns gar nicht mal da in so eine Schublade stecken lassen. Bei uns kannst du mal mitbringen, was du willst und das wirst du dann auch bestimmt mal, wenn du mal wieder zu Besuch kommst. Sehr gerne, Lade. Du, ich bin super gerne in der Stadt unterwegs. Ich bin eine Podcast-Schlampe, wie wir ja festgestellt haben. Von daher, öffnet eure Toren und ich werde hier hindurch schreiten. Sehr schön. Okay. That's what she said. Aber wir freuen uns, wir haben uns ja auch super gefreut, dass du mal hier vor Ort auch mal, dass wir vor Ort mal einen Gast haben können, weißt du, der mal direkt am Mic ist als eine Schalter. Das ist das Praktische, dadurch, dass du in Berlin bist. Das ist tatsächlich geiler, ne? Ich hatte das so jetzt in der Form auch noch nicht. Das ist wirklich, hat sehr viele Vorteile, das ist geil. Ja. Ja, man sieht, ob der andere was sagen will. Persönlicher Kontakt ist wie immer durch nichts zu ersetzen, ja. Ja, das sind doch schöne Schlussworte von Lee. Persönlicher Kontakt ist durch nichts zu ersetzen. Das werde ich mir so als Wandtattoo... Durch nichts zu entsetzen, ne? Durch nichts zu entsetzen. Das auch, ja. So werde ich mir das als Wandtattoo ins Schlafzimmer malen. Direkt neben das Live Love Life Poster. Absolut, ja. Neben meine Wolfs T-Shirt, die ich bei französischen Volksfest gekauft habe. So. Ja, cool. Dann winken wir nochmal und sagen, bis Freitag. Bye, bye. Danke an alle. Peace. Boy. Bewegt Bild Banausen. Bewegt Bild Banausen. Vielen Dank.